Es gibt ein paar Änderungen und zwar, oder ich werde es gleich sagen, wenn die, wenn die anderen auch da sind. So, wir ziehen mal alle. So, Vlesk, Simon, Lara, Kaya, Dalu, Basu ist auch da, Anni ist auch da. Hallo. Servo. Hallo. Hi. Hallo. So. Es geht. Mongas geht hoffentlich. Beziehungsweise, ich hoffe, der Discord geht, weil wir hatten letzte Woche sehr viele Probleme mit dem Discord, also mit der Soundqualität. Ich hoffe, die ist jetzt besser. Oh. Hört sich mal gut an, hört sich mal gut an. Okay, okay, cool, cool, cool. So, es gibt ein paar Änderungen, die ich euch gleich mitteilen werde, und zwar, ursprünglich waren, ja. Ich hoffe, Tinker kommt noch, da freue ich mich jetzt. Ist Dalu noch dabei, oder? Ist jetzt raus. Ja, also Dalu ist jetzt raus, da habe ich mich gerade umentschieden. Wir haben jetzt Ersatz gefunden. Nein. Also, Tinker kann leider nicht mitmachen. Und, ähm, Sekunde. Die zieht um. Funk. Funk. Wie hieß der andere nochmal, ne? Ja, ja. Wie, Funk ist raus? Nein. Funk kann auch nicht mitmachen. Dafür haben wir dabei Baso und Flo. Oh, scheiße. Sorry, tut mir leid. Ja. Und, ähm, Hey, Baso. Gnu wird auch, glaube ich, dazu kommen noch. Wer ist raus? Äh, Tinker und Funk. Lara und Funk. Genau, Lara und Lara sind raus. Ja, so, okay. Lara hat mich noch eingeladen. Kann mich doch nicht einladen und sagen tschüss. Okay, dann ist Lara und Haya sind jetzt raus. Ja, das macht Lara öfter. Na, dann gehe ich aber auch. Also, dann ist, dann ist Ende. Also. Okay, also ich zähl mal ganz kurz. Ich glaube, es fehlt wirklich nur noch genug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, kein TS heute? Nein. Ich glaube, wenn wir jetzt auf TS switchen, dann werden wir eine halbe Stunde lang wieder rumdocken. Oh Gott, ja. Aber die Qualität war echt krass besser, ne? Ja, aber es ist zumindest nicht so schlecht. Also, es ist zumindest die Qualität wieder normal auf Discord. Das ist aber auch gerade okay. Aber hier ist immer das Problem, wenn mehrere Leute gleichzeitig reden, dann werden immer manche Stimmen unterdrückt durch Discord. Guck mal, ich kann ja einfach dich unterbrechen und es geht. Also, jetzt gerade geht's eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht, wie es gerade für euch ist. Für mich ist alles gerade sehr gut. Ja. Sehr gut für Discord, das ist okay. Aber ich finde, ich finde es okay. Und dann versuchen wir uns einfach ein bisschen ausreden zu lassen, so wie sonst auch. Wir haben ja eine gute... Nein, ich freue mich. Na gut, ich freue mich. Na gut, ich freue mich. Das hat gut funktioniert. Die sind eigentlich alle am umziehen hier, ey. Unge ist am umziehen. Schloh und Tinker sind, die haben wir renovieren. Alle sind im Moment im Renovier-Stress. Wo, wo zieht Unge hin? Kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Oder was? Ne, ich habe nur in der Stadt sieben Kilometer weitergezogen. Also, groß ist die Insel doch gar nicht, oder? Ich bin von einer Seite zur anderen geschoben. 500 Meter weiter. Sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Was meinst du? Ja, du hast heute ja vorhin noch ein Foto von deinem neuen Aufnahmezimmer gepostet. Ich finde die Schallisolierplatten ganz geil. Die sind echt geil. Die haben so Holz dran. Ja, die sind voll gut aus. Alles noch ein bisschen kahl. War dein Keller nicht unter Wasser? Ich habe irgendwas gesehen. Ja. Ja, wir hatten leider Wasser im Keller. Oh shit. Wegen Regenfällen oder was? Ja, da fehlte eine Drainage. Das ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall haben wir das Problem gefixt und haben jetzt so Trockenmaschinen drin. Und das ist aber kein, also es ist kein Weltuntergang. Und ja, kriegen wir hin. Ja, immerhin. Okay, gut. Wie sieht es denn mit Corona auf Madeira aus? Ja, es ist auf jeden Fall schlimmer als am Anfang, so wie in Deutschland auch. Wann ging es los? Im März? Oder im Februar? Im März, April, ja. Ja, und da war hier die ganze Zeit fast gar nichts. Und jetzt ist etwas mehr. Es gibt schon zwei Tote, also seit Corona existiert. Was? Eine 97-jährige Frau und ein anderer Mann. Was? Also ja, ist natürlich schade, aber es ist unfassbar wenig. Wie viele Einwohner hatten Madeira? 200, schieß mich tot. 1000. Ach, ich dachte, ich war 300. Ist das okay? Nein, nein, nein. 300. Von 300 zwei tot, wäre echt heftig. Nee, nee, aber es war vor ungefähr beinhalb Wochen die erste Person eben mit Corona oder an Corona gestorben. Weiß man natürlich nicht, die war 97 Jahre alt, die Frau, aber trotzdem. Es war ein bisschen, es war ein ganz großes Drama hier, weil natürlich war das ganz schlimm, klar, ne, erste Person, die das betroffen hat. Und dann stand ganz gerade so in der Zeitung, die Familie wollte die schon ins Krankenhaus bringen, weil die 97 war und die hatte sowieso schon gesundheitliche Probleme. Dann hat das Krankenhaus gesagt, nee, bringt die nicht ins Krankenhaus wegen Corona-Gefahr. Und dann haben die wieder zurückgebracht, dann haben die wieder hingebracht, dann wurde die dreimal getestet, dann hat die Corona gehabt und dann ist die Krankenhaus vollstorben. Scheiße. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz unglücklich gelaufen. Wie viele Intensivbetten hat Madeira? Boah, ich weiß, aus dem Kopf nicht. Also ich muss sagen, die machen es schon ganz gut, weil bevor du hier auf die Insel darfst, musst du halt einen aktiven Test haben oder du musst dich halt hier vor Ort testen und so. Die haben halt sofort den Flughafen am Anfang abgeregelt, Kreuzerschiffe unterbunden, alles und so. Schon gut. Und deswegen ist es halt sehr entspannt noch gewesen. Jetzt ist es ein bisschen mehr, weil viele Schulkinder von Portugal-Festland fahren zu ihren Großeltern in den Weihnachtsferien jetzt oder zur Weihnachtszeit nach Madeira, weil hier vorhin meistens dann die Großeltern und so von den Kindern. Und dadurch verbreitet es ein bisschen in der jüngeren Gesellschaftsschicht. Also ist es eine Rentnerinsel oder was? Ja, eher Rentnerinsel. Also was Urlaube angeht normalerweise. Da sehe ich mich aber, muss ich sagen. Sepp! Okay, ich war mal da. Echt, schönes Inselchen. Hey Lara! Was ist denn mit Sepp? Was ist denn mit Sepp? Was ist denn mit Sepp? Ich mach Lara. Lara, hast du was von Gru gehört? Ich wundere mich, dass sie noch nicht da ist. Ich schreib ihr mal. Warte mal. Ah, ich schreib. Wir könnten auch erst mal zu neuen starten, um reinzukommen. Ich komme, muss meinen Rechner neu starten. Aber Lara, nee. Nee, Lara. Was ist denn? Sepp, du machst immer wo? 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 Nein, das stimmt überhaupt nicht! Sepp hat doch jedes Mal dieses orangee Ding mit dem Tanga an. Das find ich immer total lustig, wenn Sepp das macht. Und dem Afro. Ja. Ihr Schweine. Okay, ähm. Dann nehmen wir auch eine andere Mütze. Eine kurze... Da, du magst die Voting-Teile noch ein bisschen hochstellen? Weil irgendwie, sonst kann man sich ausreden lassen. Nein. Eine kurze Frage oder eine Bitte. Kann ich machen, aber ist halt zu much. Wollen wir die Maps ein bisschen durchswitchen heute? Ja, wir wollen mit Mira heute machen. Mit Mira? Ja, ich hätte kein Problem damit. Nur, dass wir nicht die ganze Zeit dann nur eine Map spielen. Ähm. Mittlerweile bin ich so gut auf allen Maps, also das ist unfassbar. Ja! Genau. Kaija, hast du inzwischen nochmal gespielt Among Us? Äh, ja. Ich hab gerade mit meiner Community quasi ein Free-Game gemacht. Ah, sehr gut. Okay, cool. Wie gesagt, wenn Fragen sind, frag einfach. Aber wo wir gerade dabei sind, liebe Grüße von meiner Mutter. Was auch immer das bedeuten mag. Oh, liebe Grüße! Wie süß! Ja, an Kaya. Die mag Kaya. Ich weiß nicht warum. Weiß nicht, ob ihr da eine persönliche Story habt oder so? Achso, ich dachte nicht. Achso, nur an ihn. Die verwechselt mich mit Böhlen wahrscheinlich. Aber schöne Grüße zurück. Nee, glaub ich nicht. Ja. Ja, richtig. Bist du nicht der mit den langen Haaren? Ja, genau, der bin ich. Die hab ich immer unter der Kappe. Oh Gott. Ja. Deswegen kann ich nicht der Masked Singer sein. Ich seh's ja in der Jury. Na, herrlich. Äh, wie sieht's mit Squad-Streams aus wieder? Ja, schick doch mal, Mensch. Ich dachte, du das meintest du, nicht die scheiß Farbe. Weiß mir doch total egal, was mit deiner Farbe ist. Schick einfach rum. Hallo? Sepp, was denn bei dir jetzt los? Ja, Mensch. Völlig ungehalten jetzt schon. Schlechte Laune heute, Mensch. Warum dann? So. Ja, mein Kleiner, der hat Bauchweh. Oh. Oh nein. Die Welt ist doch ungerecht. Oh nein. Oh Gott. Was süß. Kommt noch einer? Wir sind neun von zehn. Kommt noch einer, oder? Gnu sagt, hier ist Gnu. Sagt sie, wir sollen schon mal eine Stunde. Wir machen mal eine Runde. Eine Runde zu neun, würde ich sagen. Und dann kommt Gnu dazu, dann sind wir zehn. Ja. Ja. Ach, wenn's sein muss. Nee. Geh doch. Was? Weil Dalo, du kannst auch kurz noch rausgehen, ich bin neun. Wer war das? Wer war das? Ich glaub, das war Tinker. Chat, ich kann jetzt noch nicht noch mal reinschwinden. Mit dem Nachbarn. Jetzt wird's persönlich, okay. Ich frag jetzt Dalo nicht nach seinem Geburts... Ich frag jetzt Dalo nicht nach seinem Geburts... ...nicht ganz so schlecht. Also Kaija, wenn du gewinnen willst, immer rot als Ers. Später, ich versuch's später, okay? Das macht dich nie verdächtig. Aber das finde ich auch gut. Ich versuch's später, Chat. Ja, gut. Ah, so, was ist denn mit ihm? Warum bist du so? Warum bist du so? Warum bist du? Ich mach mir direkt vor dem Game die Fallen weg. Aber ich denk's doch gar nicht. Lara, bei mir bist du übrigens nackt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Nee, das ist wahrscheinlich ein Bug oder so. Nee, Lara ist nackt, aber... Lara ist bei mir angezogen. Okay, ich probier's. Okay, ich probier's, ja. Also seid ihr ready? Ja, ich bin ready. Bei Lara als Carlo genackt. Noch ne ganz kurze Frage. Kaya, ich soll dich vom Chat was fragen. Kommst du aus... Kommst du aus Maintal? Das ist korrekt. Maintal-Dörnigheim hab ich die ersten 10, 11 Jahre meines Lebens gelebt. Nein, nicht ganz. Äh, bis zu meinem zweiten Lebensjahr in Frankfurt. Dann meine Eltern schnell nach Maintal-Dörnigheim und dann wieder zurück, äh, 10 Jahre später nach Frankfurt. Und sowas. Das ist unheimlich, weil ich komme aus Mittelbuchen, falls du das kennst. Das ist direkt nebendran. Alter, Mittel-Moment. Äh, ich kenn Wachenbuchen, Hochstadt, Dörnigheim. Genau neben Wachenbuchen aus Mittelbuchen. Ja, genau neben Wachenbuchen aus Mittelbuchen. Jetzt schon. Ist kein Job. Ja, ist kein Job. Er will sich jetzt schon Freunde machen. Vielleicht kennt meine Mutter dich doch persönlich und ich weiß es nicht. Ah, keine Ahnung. Ach du Schander. Na gut, okay, lass. Hast du auch an? Ich schade mal das Reden. Nee, ich war auf der Otto-Hahn-Schule. Okay, na gut. Ach du Schander. Good luck and fun. Mann, jetzt hab ich hier reingecringet wegen euch, Chat. So, okay, ich muss euch wegdrehen, ich bin Crewmate, ja? So, lass mich mal jetzt hier ein bisschen reinkommen in das Game. Muss ich hier Task machen? Scheiße, Mann. Nicht eine Sekunde gespielt und jetzt schon doppel cringe wegen Muttergruß. Licht ist aus. Also, wisst ihr, wer Impostor ist? Blesk oder Dalu. Die sehen nämlich immer so direkt Licht aus und dann, aha, Blesk kommt später nach. Lol. Mensch, das war so schlecht. Okay, wer hat ihn direkt weggemacht? Mensch hat vor meinen Augen gezogen. Also, ich bin um die Ecke gekommen, er dachte, er sieht mich nicht. Also, ich sehe ihn nicht. Ich hab halt schnell self-reported, weil ich dachte, Unge sieht mich nicht. Aber er hat mich erwischt. Richtiger Mittelbuchen-Move. Es tut mir leid. Mann, ich lass an Mittelbuchen raus. Gleich kommt der Dörnigheim-Move. Ja. Ja, ihr könnt jetzt natürlich mich worten, was... Hab ich schon, hab ich schon. Das muss ich ganz erklären. Danke, Anni. Das wäre ein fataler Fehler, weil es war de facto genau andersrum. Ich hab Unge dabei erwischt, wie er Dalu umgebracht hat. Und deshalb hast du schnell reportet. Wer lacht denn da so? Weiß ich nicht. Wer lacht da so? Okay, Unge raus. Ich bin auch dafür. Also, ihr müsst euch jetzt entscheiden, wer mir mehr glaubt. Mir, dem Jungen aus Mittelbuchen oder dem Jungen aus Madeira. Ja, ich finde, Mäntel ist schon sehr glaubwürdig. Also, ich glaube, also... Ja. Also, ich bin euch nicht böse, wenn ihr nicht votet. Also, ich finde, ich muss sagen, da hat Mäntel halt einfach einen guten Punkt. Bitte buchen kann ich drüber. Ja, also, gegen Mittelbuchen kann Madeira nix. Ich glaube, sollen wir mit Unge und Matteo rumschicken? Ich weiß nicht, als Einiger bin ich nach rechts gelaufen. Ihr seid alle nach links, ne? Genau. Ich kann euch sagen, wo ich gemordet habe, und zwar, wenn man aus dem Schiff rauskommt, dann kamen bis direkt nach unten so eine Pole, wo man dieses Labyrinth macht. Ey, Mäntel, ich weiß doch, warum sagst du das tust du? Da stand ich dran und hab das Messer reingesteckt. Und dann kam Unge und hab mich erwischt. Was auch flottwissend ist, weil es nicht erlaubt. Voll nice. Ach so, okay, ich hab's auch versehen. Okay, ihr müsst euch jetzt entscheiden, Leute. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ich dachte, ich hätte das Spiel verstanden, aber... Ich bin auch gerade los. Also, ich bin Imposter, ne? Ich kann Baso nicht sehen. Das heißt, ich kann auch nicht gewinnen, weil ich Baso nicht töten kann. Das ist echt doof. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Ich auch nicht. Okay, ich seh sie nicht. Wir gucken einfach, was passiert, okay? Ich seh mich auch nicht. Wen wohnt ich mir denn jetzt? Ich muss neu joinen. Wir wohnten Anni. Ach, du siehst mich wirklich nicht in dem Game? Ne, ich seh dich wirklich in dem Game. Ach, du treuste. Also, wenn du die Letzte bist, dann kann ich dich töten. Ja, aber ich bin's ja auch nicht. Deswegen brauchst du mich auch nicht wohnten. Ist ja gar kein Problem. Okay. Ja, gut. Tschüss. Ich hab's gut. Mach's gut. Mach's gut. Danke fürs Organisieren. Gerne. Schön mit dir. Viel Spaß noch. War unlucky von ihm. Okay, ich hab ... Mann! Du bist nicht gemütet? Ähm, ähm, Kaya? Äh, ihihihi. Wer lacht? Von ihm kann es lachen jetzt grad? Von ihm kann es lachen jetzt grad? Von ihm kann es lachen? Oh mein Gott, ich hab ihn grad umgebracht. Oh, schüttis. Ähm, ähm. Hä? Laul. Ja, komm. Ist ne Warm-Up-Runde, Chat. Das geht schon klar. Ist ne Warm-Up-Runde. Scheiße. Mann, ich bin ... Okay. Ja, die Runden gehen schnell. Komm, sag mal. Direkt neben mir wurde Baso rumgebracht. Hä? Was machst du denn genau? Baso lebt aber noch, Anni. Nee. Von mir ist sie tot. In Office, oder wie? Ach so, Aya, ich seh sie ja nicht. Deshalb lebt sie bei mir auch noch. Alles klar. Oh mein Gott, okay. Wo warst du? Äh, ja. Ich war an Lifeline. Und Baso war auch an Lifeline. Und ich war so, ja, ich bleib bei Baso. Ich glaub, Baso ist safe. Und dann ... dachte ich mir, komm, gehst du kommst, uploaden machen. Geh grad raus und seh ... Baso umfallen. Ich hätte noch einen Schritt weiter gehen sollen. Um die Kinder vielleicht zu sehen. Rechts rausgegangen oder links? Nee, nee, nee. Die quasi ... Wenn du vor Lifeline stehst, hast du rechts die Tür. Und die Tür, wenn du nach unten gehen willst, weißt du? Richtung Admin. Und da vor der Tür ungefähr liegt die. Hm, okay. Vor ... Die Sache ist ... Also Anni und Sepp waren die Ersten an der ... Swipe-Car-Task. Ich bin rechts raus. Und ich bin grade O2. Es bleiben nicht so viele Leute über, die den Kill gemacht haben. Ich bin schon immer so lustig, dass ich überall ... In der Nähe von euch bin. Ich bin irgendwie komplett isolated gewesen jetzt wieder in der Runde. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ich kann Baso nicht getötet haben. Ich seh sie nicht. Ich bin raus. Also Sepp und Lara können für den Kill nicht in Frage gekommen sein. Weil ... Die beiden sind nach oben gegangen. Also ich hab sie noch gesehen. Mit selbstständig an den Temperatur-Dingen. Und Lara hat so kurz gewartet, als Licht ausging. Und dann bin ich ... Hab ich gedacht ... Hm. Ach so, ich musste mich muten. Okay. Ich hab ... Also es scheint erst Lara's Hass, aber die kann den Kill nicht gemacht haben. Das könnte theoretisch auch ein Self-Report sein. Aber Anni war die Erste in der Swipe-Card-Task. Ja, aber warum ... Warum sollte ich denn instant Self-Reporten, wenn das Licht aus ist und anscheinend niemand dort ist? Ich weiß nicht, wer der Zweite ist. Ja, vielleicht genau deswegen. Ich würd sagen. Auch komisch, Anni ist aber ... Anni ist ne Gute. Ja, das ist Anni im Fall. Also wir haben schon so oft zusammengespielt. Vielleicht noch nie hab ich einen Kill self-reported. Noch nie. Wisst ihr, was das Geilste ist? Dass alle sich dann abgefunden haben, dass die erste Entscheidung richtig war. Anni. Die Leiche ... Du bist raus ... Also konntest die von Live dann noch nicht sehen, aber als du runtergegangen bist, konntest die dann direkt sehen. Die ist direkt neben mir gestorben. Ach, sie ist gerade erst gestorben dann, okay. Ja, vor so einer Sekunde. Ich hab noch gesehen, wie der Körper auseinanderfällt und hab dann den Korte. Das muss nicht so smart sein. Auf keinen Fall sein. Okay. Ja, ich würd sagen ... Vielleicht ist es doch Unge? Hm ... Ja, oder ... Vielleicht doch Unge? Was wurdest du gegen wen? Wir skippen. Wir skippen. Wir skippen. Wir skippen. Ich klinge. Wir haben nur noch einen Imposter drin. Unge sagt das. Das ist wirklich safe. Ich hab ihn gesehen. Unge sagt das. Wir haben nur noch eine ... Ja, wenn du das sagst. Es ist so ein Schlingel, der Unge. Er sagt das halt. Also wenn die da drauf reinfallen, ne. Oh mein Gott. Was ist das für eine erste Runde direkt schon wieder? Naja, man muss es so sehen. Vielleicht wird es dann ein YouTube-Video für Simon. So, wir gehen mal zurück. Ich versuche jetzt Tasks schnell zu machen, damit wenigstens noch ein bisschen Stress wird. Aber der Kill von ihm war auch ein bisschen gewagt, ne. Ich hab den da nur einmal schnell umgedreht noch. Und Dalu ist raus. Der ist ja Ermittler und der Number One. Vlesk ist halt noch drin. Der könnte Unge noch auf die Schliche kommen. Ich glaube, Vlesk ahnt auch schon, dass das ... Unge auch gewesen sein kann. Weil Dalu ... Also Dalu hätte es wahrscheinlich sofort gemerkt, weil der kennt mich ja auch schon. Der weiß ja, wie ich argumentiere. Ich glaube, jemand, der mich schon länger kennt, der könnte rausfinden, dass ich das nicht war. Wisst ihr, was ich meine? Was? Was? Außer Vlesk der zweite Imposter. Stimmt, wenn der zweite Imposter Vlesk ist, dann haben die alle jetzt ein riesiges Problem. Wo bleibt der Double Kill? Weiß ich noch nicht. Vielleicht machen die einfach keine. Habe ich Tars schon fertig? What? Das war Weltrekord, oder? Anni hat aber instant gewartet. Ja, Anni hat direkt gewartet. Weil sobald es eine Gelegenheit gibt, mich zu warten, ist Anni direkt dabei. Kann ich aber auch verstehen. Anni check Lifelines. Wir checken auch mal Lifelines. Noch niemand gestorben. Lass mal ein bisschen gucken, wo Unge ist. So, Vlesk ist an den Monitoren. Das heißt, er ermittelt ... Obwohl, weiß man nicht. Vlesk ermittelt auch, wenn er Imposter ist. Man kann ... So, Simon geht hoch. Die beiden sind Imposter. Die Schweine! Die Schweine! Ist wirklich Vlesk, oder? Oh, nein, den macht er nicht. Den macht er nicht, oder? Den macht er nicht. So, okay. Simon geht ins Labor rein. Findet er dort jemanden? Nein, das Labor ist leer. Er wird nicht da durchgehen, oder? Genau, stellt sie jetzt ... Ah, Emergency. Hallo, meine lieben Freunde. Oh Gott, Kaya ist tot. Hallo. Oha. Also, ich habe gerade Lifeline gesehen, dass der liebe Kaya tot ist. Das kann eigentlich ... 15 Sekunden maximal her sein, weil ich war erst Lifeline, dann hab ich meine Quest gemacht, dann bin ich wieder Lifeline gegangen. Nachdem Licht aus war ... Ja. Ich hab keine Einladung. Kaya hab ich zuletzt mit Lara gesehen. Zuletzt hab ich Lara mit Kaya gesehen. Ja, erst ... Ich muss sagen, ich hatte mega Angst vor Kaya. Und ich bin weggelaufen ... Also, erst mal bin ich ja selbst dir hinterhergelaufen. Ja, richtig. Also, du warst bei mir und uns hinterher. Und ich hatte super Angst irgendwie vor Kaya. Oder war das ... Oder war das Ungern? Das war Kaya zu dem Zeitpunkt. Ne, Kaya war bei dir. Und dann war ich in ... Bist im Baum. Ja. Und dann war ich in ... Oh Gott, ich hab vergessen, wie das da ... Communications warst du mit Kaya. Communications, genau. Und dann lief ich halt raus, weil ich hatte irgendwie Angst vor ihm. Und dann bin ich halt so um Communications zweimal rumgelaufen. Und dann lief ich mir die ganze Zeit hinterher. Und ich dachte halt, er will mich töten. Und jetzt ist er tot. Also, keine Ahnung. Ich hab ihn dann nicht mehr gesehen. Die Sache ist ... Wo bist du denn gerade? Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Impostar raushaben und ihr euch in der letzten Runde covern könnt bei dem Kill an Bar, so bleiben nur ich und Anni übrigens über. Hab ich auch schon gedacht. Durch der Impostar bin ich entweder ich oder Anni. Die Sache ist, wo warst du denn, als Anni die Leichtreport hat? Anni ... Also, das ist so geil, wie Bess gespielt. Wo warst du denn, als Anni die Leichtreport hat? Ich war in O2. Ich war in O2. Okay. Also, ich könnte ... Das kann gelogen sein, by the way. Man darf ... Natürlich kann das gelogen sein. Ja, klar. Also, Anni und Black West sind Sars. Die Sache ist, wir haben auf jeden Fall keinen Zeitdruck. Also, ich hab nur noch zwei Tasks. Wir könnten die Tasks fähig machen. Wir haben nur eine. Weil, ja, wir hätten schon verloren, wenn wir noch zwei Impostar hätten. Also, Mantle ist halt safe gewesen. Die Drecksau! Ja, entweder Anni oder Black West. Ja, theoretisch nicht unbedingt. Aber es ist halt mega langsam. Nee, guck mal, wir haben jetzt Ewigkeiten die Runde gespielt. Ich hab alle meine Tasks gemacht. Und wir hätten ... Also, ein Kill ist gefallen. Ja. Also, ich hab noch nicht so viel mit Unge gespielt. Das hat sich so real angehört, wie der meinte, dass es schlecht von Matteo ist. Das ist für mich keine Lüge. Und Anni fällt voll drauf rein, oder was? Unge ist ein Bruder. Ah, was ey! Unge ist was? Was ist jetzt hier? Ehrenfest für Unge, oder was? Mach ich das fertig, oder? Guter Wot. Ah, Mann ey! Ihr Schweine habt Kaya umgebracht. Ich denke, es ist Vlesk. Hey, warte mal. Ist es Vlesk? Ist doch Vlesk. Warum sagt Simon das? Das ist ja Triple-Verarschung. Okay, jetzt laufen die hier rein. So, Anni geht ans Rad. Warum sollte Anni ans Rad? Obwohl, vielleicht um zu ... Nee. Es ist Vlesk. Guck mal. Alter, ihr Schweine. Oh mein Gott. Lol. Alter, ich hab so 2% Restzweifel, dass Unge es ist. Ich hatte auch so 2% Zweifel, dass Unge es ist, ja. Ey, Unge, das dürfte so ... Ich dachte, es sind Anni und Lara. Ne, Anni und Matteo, so. Ey, Unge, das dürfte Anni und Matteo jedes Mal. Oh mein Gott. Damit hab ich jetzt auch gar nicht gerechnet. Ich muss am Ende sagen, Vlesk fand ich schon sehr auffällig. Also hätten ja nur Anni und Vlesk sein können und deswegen, ja, haben wir auch verdächtig. Ja, irgendwer hat mich auch gewohnt in der letzten Woche. Ey, Matteo, warum ist Simon einfach komplett vergesst nach dem ersten Ding da? Ja, aber weil du so reingetrollt hast, du hast dir hundertprozentig gesagt, ich bin Imposter. Ja, du hast ja gar nichts versucht. Digga, Matteo, das war aber wirklich krass. Oh Mann, lass mich in Ruhe, okay, lass einfach weiterspielen. Das war Warm-Up, okay? War Warm-Up. Ja, war Warm-Up, Vlesk. Mann ey. Ey, das war eine schöne entspannte Runde. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass die einzigen beide, die Unge gevotet haben, Vlesk und Unge selbst waren. Jeden Crewmate war, glaub ich, klar, dass du Imposter bist. Ja, wirklich. Ich hab gehofft, dass du dann irgendwie sus of Annie werdet. Selbst mir dachte ich, ich dachte, vielleicht hatte der doch nen Hut auf, der mich umgebracht hat. Der war aber auch mega dreist, der Kill, Simon. Ich bin da höchst dreist. Ich stand den Meter daneben und dann so, ich so, hä, was ist jetzt los? Ja, ich dachte, ein bisschen Spice reinbringen. Ja, aber auf jeden Fall Spice. Alter, war das... Ja, das war eine Sekunde vorher, sag ich noch. Unnötig, gönn dir die Runde, ich gönne die Runde. Das Geile war halt... Simon hat sich mal lügen. Er musste völlig so, jo, Matteo, das war richtig schlecht für dich. Ja, ich hab halt gekillt und self-reported. Anni wurde halt direkt überzeugt von Simons Schauspieler-Leistung. Matteo, du hast selber gesagt, ja, das war voll schlecht von mir. Ich hab halt gekillt und self-reported und dann kam halt Unge um die Ecke. Bevor ich ein Wort gesagt hatte, Simon hat direkt gestartet, wie schlecht war das von Matteo. Und dann, du hast sofort gewartet, Anni. Du warst die Erste. Aber ich dachte mir auch, scheiße, Unge ist am Arsch, weil du halt so voll ruhig warst, Matteo. Ja. Ist ja kein... Aber aus meiner Sicht ist das natürlich klar, weil ich sehe ja die rote Schriften. Okay, ich werd ein bisschen... Alter, Matteo, also ich hab da... Ich sag ja, zwei Prozent Restzweifel hatte ich an Unge, weil das war irgendwie zu einfach. Ich werd mal meine Spielstrategie ein bisschen abwandeln, glaub ich, für die nächste Runde. Okay, wir sind zehn. Gnu ist da, hi. Hallo Gnu. Hallo Gnu. Okay, so lass mal gucken, das Licht geht schon wieder aus. Les bleibt an der Pole stehen. Licht geht wieder an. Die Türen werden zugemacht. Ist jetzt hier draußen eine Leiche. So, wo ist Les lang gelaufen? Ist er hier reingelaufen? Nein. Ich versuch erst noch ein bisschen, Leute zu checken, dass ich ein bisschen ausschließen kann. Kaya steht an dem Monitor. Dalu ist schon wieder direkt tot. What the fuck? Okay, wir suchen mal seine Leiche. Kaya, komm mit, lass mal die Leiche suchen. Storage ist er nicht. Electrical wahrscheinlich nicht. Admin bin ich. Labor? Liegt er im Labor? Er könnte im Labor sein. Hallo. Hallo. Schon wieder Dalu. Hallo. Alles Gau. Oh, das ist scheiße. Das ist schon mal sehr gut. Wo hast du Dalu gefunden? Ich habe Dalu genau vor dem Electrical gefunden. Dalu ist schon länger tot, mindestens 15 Sekunden, weil ich habe ihn auf Lifeline gesehen, wie er schon tot war, als ich ran bin und bin dann auf Admin gegangen und habe dann auf Admin geguckt, wer alles wo ist. Aber in Electrical waren zwei Leute. Das heißt, der Mörder hatte entweder noch gewartet oder der Imposter Maid war dann noch da. Das ist eine wichtige Info. Ja. Ja, sag du das zu Ende. Ich will ganz kurz. Ausschließen kann ich für den Kill Kaya, weil den habe ich gesehen an Lifeline, der war mit mir da. Das stimmt. Aber wir wissen ja nicht, wo Vlesk liegt. Ja, aber okay, kann sein. Und Vlesk muss gar nicht gestorben sein übrigens. Ja. Warum? Weil der noch nicht tot war, als ich es erst mal geguckt habe. Genau. Und als ich geguckt habe, war auch Vlesk noch nicht tot. Ich bin dann in Electrical gegangen, habe geguckt, wo die Leute sind und habe noch einen Punkt bei Electrical gesehen und dachte mir halt, dass der Body dann da wahrscheinlich liegt und bin dann in Electrical gegangen. Und da habe ich ihn dann auch gefunden. Warte, stopp, stopp, stopp. Warte, stopp, stopp, stopp. Zeigt das Admin das Ding an oder was? Stopp, da ist doch ein Fehler drin. Simon, wie hast du Baso denn gesehen? Wo hast du Baso gesehen, dass sie nichts macht? Ich habe Baso gar nicht gesehen. Ich habe Baso gar nicht gesehen. Äh, Kaya meinte, glaube ich, dass ich nur da rumstand und ich stand halt an der Lifeline. Also da steht man ja dann nur. War es nicht bei Electrical also und stand es nicht bei Electrical rum? Hm. Ne. Da bin ich gerade hingelaufen und habe Dalu gefunden. Okay. Kurze Technikfrage. Man sieht auf dem Admin-Table, wo eine Leiche liegt? Nein, man sieht halt, wo die Leute sind, weil auch Leichen werden noch angezeigt, weißt du? Oh, okay. Und da habe ich einfach gecheckt, wo Leute sind und habe dann gesehen, dass... Okay, das wusste ich nicht. Ja. Wie gesagt, in Electrical waren zwei Bodies und ich dachte dann, er liegt nicht in Electrical, weil normalerweise, wenn eine Leiche liegt, siehst du ja nur den einen Punkt, weil alle anderen wegrennen. Warum werde ich gevotet? Das war genug. Wer votet schon wieder für mich? Das war genug. Funk ist nicht. Wer votet jetzt für mich? Ich weiß nicht. Okay, das ist schwierig. Ausschließen würde ich erstmal nur Kaya. Baso würde ich noch nicht mal ganz ausschließen. Auch wenn sie... Auch wenn sie... Die Leiche gefunden hat und davor oben war und auch gesucht hat. Schwierig. So Vlesk ist tot und Dalu sind tot. Das heißt, die Chef-Ermittler sind gestorben. Das könnte für jemanden sprechen, der weiß, wie gut die sind und der die aus dem Weg haben will. Da kommt für mich dann immer Anni in Frage. Okay, Unge lurkt hier ein bisschen. Baso und Sepp trennen sich. Ich muss jetzt versuchen, Leute auszuschließen. Warum ist das hier zu? Finden wir hier jemanden, der hier tot ist? Nein, wir machen mal die Tasks schnell. Das ist aber ein Ort, wo man schnell stirbt. Das ist nicht so gut. Ich muss hier raus, so schnell wie es geht. So, ist hier jemand drin? Lara ist auf dem Scanner. Und jetzt läuft sie los. Warum hat sie nochmal umgedreht? Hat Baso gefunden. Die liegt da vor dem Baum. Okay. Also ist es Baso schon mal nicht. Die Sache ist... Gut erkannt, Lara. Hat irgendjemand gesehen, ob Baso schon tot war oder gerade erst gestorben ist? Das weiß ich nicht. Ich habe vor 15 Sekunden oder so Lifeline gecheckt. Da war noch keiner tot. Bin dann erst mal Coms gegangen, kurz Rutaner gestartet. Habe noch Flaschen aufgefüllt, die Gasflaschen und bin dann im Baum gelaufen. Also sie kann irgendwann innerhalb der letzten 20 Sekunden gestorben sein. Vielleicht mehr. Ich habe kein Zeitgefühl. Sonst hat sie niemand gesehen beim Baum. Beim Baum. Hatte sie nicht vorhin Licht mit angemacht? Ja. Also vorhin, als ich Licht angemacht habe mit ihr, war sie noch im Leben. Das kam mir da gerade entgegen. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ich war gerade im Labor und da war Lara auf dem MedBase Scanner. Und als der Alarm anging, bist du direkt losgelaufen, Lara. Und dann hast du noch mal umgedreht... Ja, weil du so unten komisch da zu den Toiletten gelaufen bist. Und ich wollte halt gucken, ob du wegwendest. Deswegen bin ich noch mal kurz gucken gegangen. Und dann bist du aber wieder auch zurückgelaufen. Weil das Alarm losging, bist du runtergelaufen. Also... Unge, kann ich dich was sagen? Ja, Kaja. Unge, du standest gerade vor einer Aufgabe, ja? Genau, Download. Download. Ja. Und wie lange standest du? Du standest dann ziemlich... Das ging eigentlich relativ fix. Download. Weil ich habe die Aufgabe direkt vor dir gemacht. Bist du sicher, hast du die gleiche Aufgabe wie ich hattest? Ich habe exakt die gleiche Aufgabe gemacht, bin nach rechts gelaufen. Und dann kamst du mir entgegen. Und dann habe ich ein bisschen spioniert. Man stand vor den Dingen. Und du standst und dieses Total Tasks da oben hat sich nicht bewegt. Bei wie viel Prozent war es denn schon? Das haben wir ausgestellt. Das verändert sich nicht. Also Kaja kann mir eigentlich ein Alibi geben und ich ihm auch. Weil wir standen nämlich bei Admin, als die Leiche entdeckt wurde. Und dann wollten wir beide gerade hochlaufen zu Reaktor, als die Reaktor anging. Und dann wurde gedrückt. Okay, aber... So. Und der dauert ein bisschen, Kaja. Die Leiche lag da bei dem Baum, sagt ihr. Genau, genau. Der Step kam da von alleine gesteppt. Just saying. Ich bin gerade Weapons. Ganz allein entgegen. Was? Dann lügt ja einer von euch beiden. Ja, wahrscheinlich bin ich es wieder. Nein. Warum sollte Gnu das sagen? Sepp. Sepp confirmed. Okay. Sepp also. Okay. Sepp und Anni. Die wollen mich jetzt töten. Ich werde jetzt mich an Unge kleben. Unge schützt mein Leben. Unge schütze mein Leben. Schütze mein Leben. Schütze mein Leben. Schütze mein Leben. Unge ist mein Bodyguard. Wahrscheinlich der teuerste Bodyguard der Welt. Aber den leiste ich mir. Könnte Double Kill jetzt werden von Anni und von Sepp. Die machen auf, die machen auf. Jo, wir gehen rein. Lass mich das Licht machen. Ich bin Profi in Licht machen. Elektriker. Afghanischer Elektriker. Ja. Jo. Sepp hat. Sepp hat gerade. Also ich glaube, es könnte auch Mental gewesen sein. Für mich sah es auch aus wie Sepp. Ja, also passt auf. Matteo. Hier sollte. Matteo. Ja. Oh, Anni ist raus. Ich möchte dich nicht unterbrechen. Anni ist raus. Ist die raus, wie sie getötet wurde oder was? Hat sie Raid gequittet? Raid gequittet. Das war zu viel für sie. Bevor ihr redet. Darf ich kurz aus meiner Sicht sagen? Sorry, hatte kurz ein DC. Ich bin wieder da und jetzt tot. Sorry für die Fresse. Äh, nur, also, Mental und Sepp hätten es beide gerade reporten können. Die standen quasi so auf der Leiche. Weiß ist gestorben. Also Anni. Anni ist gerade gestorben. Übrigens, dein Disconnect war also jetzt nicht so schlimm. Richtig. Wir waren bei Lights. Mhm. Und ich bin erst später losgelaufen. Und dann ist eine Leiche, also ist ein Kill gemacht worden. Mhm. Es sah mehr aus, als wäre es Sepp gewesen. Könnte aber auch Mental sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Glaube aber Sepp. Ja. Jetzt sagt ihr bitte. Genau. Sepp. Das Ding ist, was mich wundert. Du warst nicht mal da, Gnu. Ähm, warte mal. Alles klar. Aber okay. Ganz kurz. Ganz kurz. Ich glaube, es war der Versuch eines Double-Kills oder sowas. Weil ich kann nicht verstehen, warum jemand, wenn da drei Leute sind, da einfach einen absticht. Und auch noch Anni. Es kann sein, dass Sepp versucht hat, mich rauszunehmen. Der Kill war 100% Sepp. Ich stand da nämlich dran. Ich bin mit Simon den ganzen Weg gelaufen, von Lifeline zum Licht. Hab das Licht angemacht. Bin losgelaufen und hab dann halt Anni auch reportet. Also der Kill war Sepp. Aber ich verstehe nicht, warum er den gemacht hat. Vielleicht war da gehofft, dass du den zweiten machst? Nein. Ja, aber da würde ich es doch nicht ansprechen. Ich hab jetzt ein bisschen Angst davor, dass Unge den Double-Kill auch hätte machen sollen. Aber ich traue grad Unge, deswegen ist es komisch. Matteo. Ja. Vielleicht, weil das dein Imposter-Kollege ist und ihr beide versucht habt, uns wegzumachen. Und du einfach panisch gedrückt hast und reportet hast. Wäre. Und dadurch dein Kollege nicht drücken konnte. Wäre denkbar. Aber, also in der letzten Runde hat Gnu dich ja belastet und meinte, du bist da lang gelaufen. Du hast gesagt, du warst ganz woanders. Ja, ich war gerade bei... Nein, nein, nein. Ich hab nicht gesagt, ich war woanders. Ich bin in Weapons gewesen, wo Gnu mir entgegenkam. Das ist absolut korrekt. Sepp, wir wollten Sepp. Ich vote Sepp. Und danach Mäntel. Für mich... Nein, das ist Quatsch. Also entweder wollten wir einen von beiden, oder... Okay. Wir werden's jetzt sehen. Wenn's jetzt Mäntel und Gnu sind, haben wir verloren. Nein. Ich bin's nicht. Ja, dann ist Sepp safe. Dann ist Sepp safe. Oh, Matteo. Also das muss doch Sepp gewesen sein, oder? Oder bin ich bescheuert? Chat, bin ich bescheuert? Ja. Ich bin bescheuert. Ich bin bescheuert, das stimmt. Aber das muss Sepp gewesen sein, der stand da einfach oben dran. Bin mir jetzt nicht mal 100% sicher, ob ich den Kill so richtig gesehen hab, aber er stand da oben. Oder war das fucking Unge schon wieder? Nee, ne? Mann, das ist so verwirrend alles. So, Unge und ich machen das Licht an. Unge scheint vor mir keine Angst zu haben. Hä? Okay. So, warum laufe ich mit Unge mit? Ich hab Angst vor Unge. Ich laufe mit Kaya mit, dem kann man immer vertrauen. Hallo Kaya. War Kaya da mit oben? Warte, war Kaya der, der den Double Kill... Was ist jetzt hier los? Äh, trefft der anonyme Alkoholiker oder was? Ich bleib jetzt bei Kaya, um mein Leben zu schützen, weil wir haben einen Imposter meiner Meinung nach raus. Hat Kaya mich hier eingesperrt? Nee, ne? Oh, Licht geht aus. Hundert mich jetzt Kaya? Nee. Oh, Licht geht wieder an. Wer hat's angemacht? Unge schon wieder und Gnu. Vielleicht soll dich Kaya doch nicht vertrauen. Wir gehen mal einen Lifeline checken kurz. Also dieser Fall hier wird nicht über Task gelöst, er wird über gute alte Ermittlungsarbeit gelöst. Mann, es war doch der verkackte Double. Es war doch der verkackte Double, Mann. Shit! Die wollten den Double machen, haben es verkackt, weil ich zu schnell reportet habe, weil ich 44 Millisekunden Reflexe habe. Oder war's Sepp gar nicht? Die hätten mich am Leben lassen sollen, ich war Hauptverdächtiger. Doch, Sepp war's. Ja, die haben den Double-Kill verkackt. Ich wusste es. Weil warum sollte er den Kill machen, wenn da drei Leute sind? Das ergibt keinen Sinn, das macht man nicht. Mann, ich bin wieder zu schlau einfach. Ähm, LOL. LOL. Mäntel ist hellgrün. Ja. Okay, Mäntel, ich habe an den Lifelines gesehen, dass Hellgrün tot ist. Ich dachte erst, es wäre Unge, weil Mäntel ist sonst immer dunkelgrün. Was denn hier passiert? Massenmord in der Zwischenzeit? Hä? Das ist ja ein Massaker. Stimmt, es sind mehrere. Oh mein Gott. Alter. Hä, wie viele sind gestorben? Drei oder zwei? Okay, Gnu muss in Lab gestorben sein. Äh. Mäntel liegt tot vor Office, linke Seite vor der Tür. Ey, kann es sein, dass ihr zwei die Imposters seid? Ey, wer hat denn so viele Leute umgebracht? Naja, wenn es zwei Imposter gäbe noch, dann hätten wir schon verloren. So. Die Sache ist, die Killste. Wie geil hat das gesagt? Das ist keiner. Ne, ne. Sehr gut gebrochen. Du bist mir ja entgegengekommen. Dann hätten wir schon verloren. Ja. Ich bin ja entgegengekommen. Ich habe dich gesehen. Du bist mir ja entgegengekommen. Genau. Ich war im Camp. Kaya habe ich gar nicht gesehen in die Runde. Aber Lara. Ich habe Kaya auch gar nicht gesehen. Ich muss sagen, Kaya traue ich das nicht so richtig zu mit den Kills. Also Kaya, no front, weißt du? Excuse me. Aber es waren so viele Kills. Und irgendwie, weißt du nicht, Lara, hast du schon öfter mit Kaya gespielt? Bei mir war es so eine Runde bisher. Warte, das geht jetzt direkt von der Madeira. Das erste Mal. Aber Kaya hat in der Runde davor auch nichts gesagt. Oh mein Gott, das ist gerade für mich. Ich war nirgendwo in der Nähe von niemandem. Und jetzt auch weder nicht. Ich kann ja sagen, was ich gemacht habe. Ich war im Lab, habe dann noch meine allerletzte Task gemacht. Und bin dann rausgelaufen. In dem Moment kam du rein. Da habe ich sie zuletzt gesehen. Und dann bin ich an Lifelines gegangen, habe gesehen, dass hellgrün tot ist. Und dann habe ich noch überlegt, wer war noch mal hellgrün? War das Unge? War das Mäntel? Und ich dachte halt, du wärst das, Unge? Weil Mäntel sonst immer dunkelgrün ist. Dann habe ich die Leiche gesucht, bin dann halt links aus Office raus und habe die Tür aufgemacht. Und dann kam direkt der Report-Button. Also er lag außen an der geschlossenen Tür. Also als du gerade reportet hast, war ich mir relativ sicher, dass ein Self-Report sein muss, weil auch so viele Leute tot sind. Okay, dann ist es Unge. Aber... Wenn du jetzt mich beschuldigst, dann bist du es. Nee, ich beschuldige es nicht. Ich wollte gerade sagen, ich fand eigentlich, war es offensichtlich, aber weil wir Kaya nicht gesehen haben. Und ich weiß, dass du bei Light warst. Nein, ich weiß nicht. Lara, glaub mir, du hast mich eingeladen in diese Runde. Warum soll ich... Ich bin... Oh mein Gott, ich bin zu schwer. Oh mein Gott, es wusste Kaya sein. Ich wusste Kaya sein. Ich wusste Kaya. Lara, ich glaube dir, es ist Unge. Ja! Oh mein Gott, Kaya hat das was so gut gespielt. Wie ist es? Was, Kaya? Mach es! Deine Teufelser. Ey, Lara, du hast mich verarscht. Lara, du hast mich verarscht. Du bist es, Unge. Oh mein Gott, ich hasse euch. Ey! Ey! Oh Gott! Let's go! Was ist mit Unge los? So gut! Was ist mit Unge... Richtig, richtiger Lügner, ey. So gut! Alter, was ist... Kaya, es tut mir so leid. Halberlena hat doch die Kampio einfach. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Ich habe so gut gespielt. Ich wollte es damit machen. Ich habe es gesehen, Kaya. Ich wollte es damit machen. Aber ich hatte eine Sekunde noch Killkiller. Ich weiß nicht, warum dein Killkiller früher ready war. Oh nein! Wegen den Türen! Wegen den Türen! Ja, weil ich die Türen geöffnet habe. Ja, ich habe Türen geöffnet. Dann geht der Killkiller nicht runter. Ach du Schweine. Ey, und ich sage es noch. Ich sage es noch so. Ich glaube, das war ein verkackter Double. Ich glaube, man kann nur mich trauen. Du hast uns komplett enttarnt! Ja! Und dann sterbe ich. Und keiner macht's! Ja, deswegen bin ich direkt auf Zap gegangen. Weil ich dachte, okay, und ich muss Mentors Wort aus dem Weg holen. Ja, das war so gut. Also du durfst mich. Hast du Gnuh getötet, Ravi? Das war nice. Oh mein Gott. Wo hast du Gnuh getötet? Ich habe Gnuh getötet. In Spestiment. In Spestiment, in Spestiment. In Spestiment, genau. Oder wie? Ja, ja, in Spestiment. Dann muss Mentor richtig lange tot gewesen sein. Ja, Mentor war schon eine Weile tot. Ja, war der auch. Das war eine wirklich geile Runde, muss ich sagen. Das Finale war mega spannend. Holy shit. Ja, war eine geile Runde, oder Dalu? Ja, Dalu hab ich dir geilen weggemacht. Aber das sind die besten Runden, wo Dalu direkt raus ist. Lass weiter so machen. Ja! Ja, und vielleicht schon schwerer. Ich hab gar kein Wort. Ich möchte chillen. Ich möchte chillen. Okay. Mega gut. Oh Mann. Das ist ja lustig. Lara, dass du dann auf Kaya gehst. Du musst, ach Mann, voll gut. Ich weiß nicht mal, wie man killt, Lara. Ich hab keine Ahnung, ob ich den Button drücken muss. Das Ding ist, man kann auch denken, okay, Kaya ist vielleicht doch schlauer als der Tunnel. Ja. Nee, 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 nee. Das Ding ist... Das sind die Leute seit 20 Jahren, das stimmt nicht. Der war Kaya Fronted Zone. Ich hab dich halt nie gesehen. Ich hab dich nie gesehen. Unge hat dich halt gesehen. Und dann dachte ich so, okay, Gnu ist weg vom Lab. Gnu ist in Lab dann wohl gestorben. Also soweit ich weiß, war Kaya noch nie Imposter bei Among Us, oder? Das ist korrekt. Der muss sich mal auf die rechte Seite stellen. Und dann macht er in einer Runde drei Kills. Unwahrscheinlich. Nice. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich hab eigentlich versucht, Kaya auf Lara zu schicken, aber als Lara dann gedacht hat, oh, könnte das wirklich Kaya sein? Da hab ich einfach gedacht, okay, nehm ich Lara zu Kaya. Genau, das dachte ich auch. Danke. Total gut gemacht. Der beste Satz, Unge, von dir war, ja, äh, 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 wir beide, wir müssen uns schützen. Du hast ja von Anfang an so gesprochen. Ja. Als ob wir beide Crewmates weg. Ja, genau. Das war, weil ich's mal der Satz, den Simon gesagt hab. Ach man, nächste Runde. Komm, let's go. Einfach zwei Runden gespielt. Das war schwer. Zwei gute Runden. Ich hoffe... Hört ihr das gerade? Dalu, weinst du gerade? Ich bin so ein Assi. Tschüss. So, lasst mich raten, wenn Dalu jetzt im Poster ist, sticht er mich direkt ab. So, okay, Gnutschild noch weiter oben. Basu geht runter. Vles geht jetzt hoch und begeht den Kill. Doch nicht. Ungecheckt auch. Ich laufe nicht mit Lara mit. So, lasst mal, wisst ihr was wir... Wir machen jetzt mal was ganz wildes Chat, okay? Ich werde jetzt was machen, was euch halt komplett aus dem Konzept bringen wird. Ich mache jetzt mal eine Task. Es ist heute soweit. Was für ein Datum haben wir heute? Heute ist der Tag, an dem ich mal eine Task mache. Okay, reicht jetzt aber auch. Wir gucken mal Lifeline. So, Vlesk, Ermittlungsboy. Mann, ey, Vlesk, immer wenn er hier... Office, Admin, Laboratory, O2 sind sie raus. Labor sind zwei. Wird nicht reported, keiner tot. Warum steht Vlesk da? Ah, der macht die jetzt erst. Okay, dann lassen wir ein bisschen weiter tasken. Basu kommt in Lifeline rein. So, wir checken jetzt, ob... Hä? Warum ist Basu wieder zurückgelaufen? Licht geht aus. Ah, will ich das Licht alleine anmachen? Unge ist hinter mir. Es ist noch kein... Ich bin der Erste, der ankommt. What the fuck? Simon! Scheiße. So. Jemand hat das von mir gemacht, was ich vorhin mit Anni und Basu gemacht habe. Was denn? Jemand hat Sepp neben mir getötet. Neben dir? Ja. Neben dir. Und du hast nicht gesehen, wer? Nee, nee. Es sieht feier aus. Deswegen würde ich gerne mal wissen, ob ihr irgendwen proven könnt, der bei Electrical steht gerade. Simon? Und noch jemand war da. Genau. Ich bin gerade noch gekommen. Ich habe mich schon gewundert, warum das noch aus war, obwohl da so viele Leute stehen. Ja, weil Simon und ich haben uns gegenseitig immer weggekriegt. Ja. Alles klar. Wer genau? Äh, Basu, Simon und ich waren am Licht. Das heißt, der Kill, wenn der wirklich gerade geschehen ist neben dir, dann waren wir das nicht. Ja, zwei Sekunden. Ja, aber ich muss noch was dazu sagen. Also Vlesk, traut man sich neben Vlesk, der wirklich neul ist von dem Spieler, traut man sich neben Vlesk, um jemanden zu killen, ist man so eiskalt? Äh, nur eine Person würde sich zutrauen. Ist das heute Absicht von euch? Nee. Also ihr habt jetzt komplett auf mich abgesehen? Aber ich finde, wir sollten jetzt, um uns alle zu schützen, doch Dalo erstmal rauswählen. Äh, ja, ich glaube, Business Mental, ne? Wir haben drei Leute am Außen. Was sagt man hier? Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Wo waren denn die anderen Leute gerade? Ich war in Lab, ich bin gerade runtergelaufen, wollte Lifeline checken und dann wurde reportet. Also ich bin noch nicht in Office reingelaufen. Aber du warst doch, du warst doch an Lifeline vorher schon und dann warst Licht aus. Wie läuft denn, wenn das Licht aus ist nach Lab? Äh, weil ich Tasks machen wollte. Nee, ich bin noch reingelaufen, als das Licht an war. Da kam Dalo mir von oben entgegen, äh, Lara kam mir noch entgegen und dann habe ich Tasks gemacht, dann ging Licht wieder an und dann habe ich nach Leichen geguckt, da war nichts und dann ging Licht wieder aus und dann wollte ich, äh, Lifeline checken. Also, äh, Simon hat schon recht, die Wahrscheinlichkeit für ein Self-Report von Blast besteht schon. Ähm, aber mehr Infos habe ich jetzt nicht. Das schließe ich halt komplett aus. Nein, bin ich nicht. Also nicht komplett für ein YouTube-Play schon. Warum? Was die erste Kill ist? Ja. Ich war gerade an Leaf-Dates. Dann muss aber wer gekommen sein. Dann nur, wenn dich wer sehen könnte. Ich schließe mich nicht aus. Woten wir jemanden raus oder was machen wir? Nee. Wir haben hellgrün. Ich kann nicht voten, fällt mir gerade auf. Ich habe einen gevotet, der hat auch nur einen bekommen. Ja, ich auch. Danke. Ich habe mich selber gevotet. Okay. Viel Spaß noch. Ich habe euch alle lieb. So, okay. Also, wir haben ja jetzt ausgeschlossen, dass Basu und Simon den ersten Kill begangen haben. Deswegen, das ist natürlich jetzt ein bisschen risky, aber ich würde mich jetzt ein bisschen an die heften, weil da die Überlebenschance ein bisschen höher ist, als wenn man mit anderen rumläuft. Ich muss dieselbe Task machen übrigens. Wir machen jetzt mal alle Tasks. Aber Basu ist auch hier. So, das Licht ist aus. Hier ist niemand gestorben. Wo ist denn Simon hin? Hä? Er kommt wieder von unten. Warum kommt er nochmal von unten rein? Dalo geht an die Rakete, die Kamera ist an. Warum geht Simon hier nochmal rein? Ist Simon schon wieder Imposter oder was? Nein, Simon geht hier rein. Wir werden jetzt den Weg hier nehmen und gucken, wann Simon rauskommt aus Specimen. Ob er da eine Task gemacht hat. Und mein alter Trick. Das ist ein alter Super-Trick, den ich vor Jahren im Krieg gelernt habe. Und zwar die Zeit checken, wie lange jemand braucht, um durch Specimen durchzulaufen. So, Vlesk ist hier und Unge kommt an. Uh, da müssen wir ihn gleich noch fragen, was für Tasks er gehabt hat. So, niemand gestorben. Vlesk chillt hier immer noch. Das Beste, dann habe ich selber zwei Tasks. Grüne. Oh, er ist gerade gestorben. Okay, okay, okay. Wartet mal ganz kurz. Hier ist was ganz komisch. Also, ich habe gerade Simon gefunden. Und zwar genau zwischen Admin und den Lifelines. Also einfach den Weg hoch, ne? So, direkt davor war Vlesk an Admin. Und wo bist du jetzt hingelaufen, dass du das nicht gesehen hast? Ich bin schon bei Electrical. Ich bin losgelaufen und ich habe mir extra noch gesagt, Anni, Unge und Matteo. Unge kam aus Specimen raus. Und als ich den Raum verlassen habe, war nur ihr drei noch drin. Ich bin quasi schon genau vor Electrical. Licht ist schon wieder an. Ich habe Anni noch gesehen am Table im Office. Ich bin in Specimen reingelaufen. Unge kam mir aus Specimen entgegen. Ich war in der Dusche gewesen, aber auch in der Dusche ist rausgelaufen. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Eine weitere Frage. Gnu, du stehst gerade direkt neben der Leiche. Was ist bei dir so abgegangen? Ich habe diese Karte gemacht und dachte, das klappt noch mit den fünfmal swipen. Aber es geht nicht mehr. Und deswegen habe ich ganze erbärmliche viermal gebraucht und eigentlich gehofft, dass es keiner sieht. Also warte mal. Hast du die Leiche da vorgesehen oder nicht? Ich weiß auch, dass Anni da war. Nein, nein. Ich rede nur über die Leiche. Hast du die Leiche gesehen? Ich habe überhaupt keine Leiche gesehen. Ich bin gerade erst mit dem Kartenswipe fertig geworden. Und dann hast du direkt reportet. So, dann war das ein sehr dreister Kill. Und zwar, ich stand ja an Lifeline. Neben mir stand Gnu an dem Kartenlesegerät. Und während wir beide da stehen, hat jemand schräg hinter uns dann Simon abgestochen und hat sich dann aus dem Staub gemacht. Das müssen Vlesk oder Anni gewesen sein. Vielleicht sogar beide. Also... Nee. Ich mache bei solchen Spielchen nicht mit. Ich bin in Specimen Room. Vlesk und Anni sind mehrmals an mir vorbeigelaufen und die hätten echt Möglichkeiten gehabt. Ich kann die entlasten. Ja, Anni hat mich auch vorantöten. Ich würde ganz gerne, bevor die Zeit abgelaufen ist, noch aufgreifen, dass Vlesk meint, er war gerade bei Electrical. Wo genau warst du da gerade? Äh... Warte, ich kann es dir hier noch sehen. Ich sehe unten rechts im Bildschirm einen kleinen Pylonen und oben links das Fenster, wo man zu dem Reaktor hochgucken kann. Warum kannst du es noch sehen? Du meintest, du warst Electrical. Weil ich habe das Licht angemacht und da war niemand sonst. Also es war keiner gerade Electrical. Du siehst es im Hintergrund, ich stehe hier. Dass Linda das gerade sagt, mega verdächtig für mich. Es hat niemand sonst das Licht angemacht, weil ich es angemacht habe. Oha! Und da war auch keiner. Ich habe mich schon so wunderbar, warum da niemand kam. Sehr sehr fragwürdig. Ähm... Ich spreche nämlich die Wahrheit. Och, Vlesk die Lein. Ja, ich denke, er spricht die Wahrheit. Er hat den Kill gemacht und ist dann zu Electrical gelaufen. Okay, wir versuchen jetzt... Ich versuche jetzt, Spesimen zu überleben. Das wird jetzt knusprig. Das wird jetzt knusprig. Wir gehen jetzt in den Tunnel rein. Und ich hoffe, da treffen wir einfach niemanden. So. Ich muss da zwei Aufgaben machen. Wenn wir die überleben, dann werde ich sogar wieder oben rausgehen. Weil wenn ich unten rausgehe, da wird Vlesk auf mich warten. Wir werden das noch einmal kurz checken und dann wieder umdrehen. Vielleicht wendet er aber dann schnell hoch. Ah, alles schwierig. Alles schwierig. Ist das Licht geradeaus oder was ist da los? Okay, das haben wir geschafft. So, jetzt checken wir ganz kurz. Ich mache die Schleuse auf. Werfe nur einen Blick hier in den Raum und gehe dann wieder durch. Ich habe nichts gesehen. Jetzt gehe ich aus dem Labor wieder raus. Keinen Bock, da unten rauszugehen. Ist mir zu heiß. So, Tasks sind ganz schön weit. Ich mache jetzt noch meine Tasks fertig. Vielleicht gewinnen wir das ja so. Vlesk kommt mir entgegen ins Labor. Okay. Die Communications. Das könnte die Tasks sein, die länger dauert. Wo man ausschalten muss und dann wieder anschalten muss. Licht wurde ausgemacht. Kaya, du hast das auch gesehen, ne? Kno, du bist so geil. Du läufst... Was? Du bist so geil. Du bist einfach an mir dran, weil du weißt, dass ich nicht der Killer bin. Ich weiß. Du bist nämlich der saftige Kaya. Deswegen, ich weiß, da bin ich sicher. Also auf jeden Fall war ich die ganze Zeit Kaya am Arsch geklebt. Das ist korrekt. Und dann sind wir gerade runter, wollten Richtung specimen. Da kam uns Anni entgegen. Und Dalu auch. Und jetzt ging Licht aus. Und da dachte ich, jetzt passiert ein Mord. Bin kurz hoch. Und dann stand Report da und das ist Anni. Und Dalu war jetzt der Einzige, der diesen Weg gekreuzt hat. Und jetzt komm mir nicht mit deinen tausend IQ in Posten aufgeben. Ne, muss ich auch gar nicht. Ich bin vorher Basso entgegengelaufen im Admin und ich bin dann links raus. Dalu hast du die letzten fünf Sekunden vor dem Report gemacht. Und du bist selber schuld jetzt, dass ich gegen dich schieße. Aber ich stand vor Electrical auf dieser Matte. Weil genau da kann man unten rechts noch den Pylonen sehen und links das Fenster. Ich hab mir das nicht ausgedacht, wenn ihr hinlaufen könnt. Du hast gesagt, dass du im Electrical bist. Und wenn ich im Electrical bin und dich nicht sehe, dann bin ich natürlich sass auf dich. Ich war da vor. Ja, dann sag doch vor Electrical, nicht im Electrical. Also Gnu, ich bin... Ich möchte das kurz klären, weil Gnu mich halt wirklich verdächtigt. Ich bin im Admin-Raum erst Basso entgegengelaufen. Da war Anni noch an den Lifelines. Und dann sind Basso und ich uns gekreuzzt, dann bin ich schon links rausgegangen. Also ich war schon raus, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Ich war nicht mal mehr im Admin-Gebäude, als Licht an war. Also als Licht aus war. Doch, das letzte Mal, dass ich Anni am Leben gesehen habe, war auch mit dir zusammen, Dalu. Ihr seid immer beide nach links rausgelaufen. Anni ist nicht links rausgelaufen, wenn Gnu sagt, sie liegt in Admin. Das ist ja schon eine Lüge. Die hat gerade die Tür aufgemacht. Wenn ihr mal über den Zapkill nachdenkt. Den kann Linda nicht gemacht haben. Und Basso und Matteo können den auch nicht gemacht haben. Weil die von Unger gecovert wurden bei Electrical. Da bleiben nur Kaya, Gnu, Lara und Gnu. Aber Kaya und Gnu sind die ganze Zeit zusammen. Also Basso, du müsstest aber gesehen haben, dass ich ja vor dir nach links gegangen bin. Und du sagst, Anni ist links rausgegangen. Anni ist tot in Admin. Die ist nie links rausgekommen. Die ist nicht nach links gegangen. Also als ich ins Office gegangen bin, war mir so, dass ihr beide nach links gelaufen sind. Aber vielleicht ist Anni dann auch nach unten gelaufen. Also sowohl Basso, als auch Gnu, als auch Kaya sagen, dass es Dalu gewesen sein müsste. Nicht? Er könnte es gewesen sein, weil Anni am Leben gesehen hat, war es mit Dalu. Ich bin ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Aber wisst ihr, was dafür spricht? Dalu hat gar nicht ermittelt. Und wenn das die erste Runde ist, wo er mitspielen darf und er ist Crewmate, warum ermittelt er nicht? Wisst ihr, was ich meine? Und Lara ist sowieso super leise gerade. Es ist entweder Vlesk oder Lara. Ich tendiere gerade ein bisschen zu Vlesk, aber Lara sagt gar nichts. Als Imposter macht man das halt gern, dass man einfach gar nichts sagt und die anderen einfach reden lässt. Lara hat sich jetzt gar nicht beteiligt an irgendeiner Diskussion. Das heißt, ich muss bei Vlesk und bei Lara aufpassen. Die anderen würde ich fast ausschließen, außer ich bin komplett auf dem Holzweg. Ich müsste jetzt ganz kurz Kaya und Gnu ein bisschen checken. Beziehungsweise mit denen rumlaufen, weil den truste ich ja. Außer es ist super smart gespielt und es ist einfach gleich vorbei. Es wird aber auch kein Alarm gedrückt. Es wird kein Alarm gedrückt, das ist strange. Wenn noch zwei leben würden, würden die Alarm drücken. Boah, schwierig. Oder spielt Vlesk das ultra slow. Weil wir haben die Tars auch gleich fertig, ne? Basu kommt rein, Basu hat mit auf Dalu geschossen. Jetzt kommt ein Alarm. Und Vlesk wurde gefunden. Okay, wo hast du gefunden? Weißt du das nicht, Matteo? Nee. Wo kamst du mir gerade entgegen? Ja. Ja, wo kamst du mir da gerade entgegen? Wo kamst du da gerade her? Ich war da, wo man die Gasflaschen auffüllt. Und du kamst mir wirklich entgegen und du hast gefunden. Wo hast du denn dann gefunden? Ich habe Vlesk im O2 bei dem Baumraum gefunden. Der liegt da zerteilt. Und Matteo ist mir leider aus O2 entgegengekommen. Okay, passt auf. Gnu und Kaya, wir haben vielleicht einen großen Fehler gemacht, dass wir Dalu rausgeholtet haben. Wieso? Nein, ich glaube nicht. Also pass auf. Gnu und ich können es nicht sein. Das ist einer von euch. Das glaube ich genauso. Gnu und ich waren wieder hier so pärchenmäßig unterwegs. Und keiner von uns hat sich gegenseitig gekillt. Also Baso, Lara oder Mäntl, einer von euch. Also ich war die ganze Zeit in Camps. Ich habe mit Baso Licht angemacht. Am Anfang bin dann direkt zu den Camps, war die ganze Zeit in Camps. Und jetzt, als der Reaktor losging, bin ich losgelaufen. Dann ist das für mich auf jeden Fall, Matteo. Ich habe auch Mäntl noch aus dem Auffassgelaufen sehen. Bist du aus dem Auffassgelaufen links? Baso war aber vorhin auch mit Dalu, ne? Und sie hat ja gesagt, Dalu warst. Genau. Baso, schaut mal. Baso hat Dalu ja auch belastet. Und ich glaube, wir haben Dalu fälschlicherweise rausgewählt. Und Lara und Baso sind es also. Ich glaube, Dalu hätte sich mehr verteidigt, wenn das nicht gewesen wäre. Ich war in Camps. Lara habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe auch gesehen, dass Lara nach dem Licht in den Camps gelaufen ist. Kaya und Gnu. Wir können jetzt ganz praktisch da dran gehen. Und wir wollten erst mal Lara raus. Weil wenn es Baso wirklich nicht war... Nein, nein, nein. Ich habe mit Lara Leitz gefixt. Du unterbrichst Mäntl zu schnell. Das heißt, du bist es. Danke. Okay, wir haben noch 30 Sekunden. Matteo, erzähl deine Geschichte. Also Lara weg, ja. Lara raus. Und wenn sie es nicht war, dann muss es Baso gewesen sein mit Selfie. Nein, du bist es, Matteo. Ich habe dich auch da rauslaufen sehen. Nein, nein, nein. Lara ist es nicht. Ich habe mit Lara Leitz gefixt und dann ist sie in die Kamera gegangen. Oh mein Gott. Und Matteo ist mir gerade von O2 entgegengelaufen. Also nur Matteo war da unten. Also wenn ich es wäre, könnte ich dieser Kill nicht gewesen sein. Du hättest auch runterwenden können tatsächlich, Lara aus Camps. Ich glaube, es sind wirklich beide. Kaya, lass uns abhauen. Nein, wenn es beide werden, werden wir uns längst an. Ich chill bei Gnu und bei Kaya jetzt. Können wir über Task gewinnen? Ja, Weapons. Let's go. Wir gewinnen über Task. Let's go. Let's go. Oh oh. Ich gewinne über Task. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich mach. Komm. Ich schieße wie ein Weltmeister jetzt. Halo Aim. Oh, wenn es noch beide sind, dann kotze ich ein bisschen. Dann ist es vorbei gleich. Alarm wurde ausgemacht. Okay. Oh, mach die Task bitte. Mach die Task. Muss ich da noch eine machen? Keine Ahnung. Ich muss da oben rein. Oh. Okay, ich habe alle Tasks gemacht. Ich habe keinen Task mehr. So, jetzt gehe ich an Lifeline. Und ich muss Kaya und Gnu finden. Muss Kaya und Gnu finden. Oh, da ist Lara. Ich verpiss mich. Licht geht aus. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich werde jetzt sterben. Ähm. 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 Was heißt Ähm. Ähm. Aber es war vor meinen Augen, Lara. Nein. Sehr gut, Kaya. Ich war da. Ich schwöre euch. Es war vor. Sehr gut, Kaya. Meinen Augen. Es war vor meinen Augen. Sorry. Ja, du hast das. Erstmal. Ich war das nicht. Du hast mein Bodyguard gekillt. Also. Ich glaube, Kaya 100%. Baso, ich möchte mich entschuldigen bei dir. Ich schwöre euch. Das ist okay, Matteo. Ich möchte mich bei Baso entschuldigen. Weil sie hat ja mitgeholfen, dass wir Dalu rausgevotet haben. Das waren. Da war ich mitbeteiligt. Da war Kaya mitbeteiligt. Gnu und Baso. Und das ist der einzige Grund, warum das Spiel noch nicht vorbei ist. Es ist nur noch ein Imposter. Weil Dalu ein Imposter war. Lara. Es war vor meinen Augen. Come on. Ich war es nicht. Ich glaube, Kaya. Das war 100%ig. Wir standen alle neinander. Lara, du kannst nicht. Nee, natürlich. Ich glaube auch. Lara hat wahrscheinlich dann gewendet für den Westkill sogar. Weil ich meinte, sie kann es nicht gewesen sein, aber sie kann ja einfach gewendet haben. Aber ich war die ganze Zeit an den Camps. Ja. Aber du kannst ja hochgelaufen sein und dann kurz runter gewendet sein. Und dann wieder hochgewendet. Vor meinen Augen. Ja. Ich glaube, Kaya, wenn er es gesehen hat, hat er es gesehen. Das ist easy. Wunderbar. Ja. Ich schwöre euch, ich war es nicht. Es muss Kaya gewesen sein. Ich war es nicht. Wenn das jetzt Kaya ist. Dann hätte ich ja Kaya die ganze Zeit schlachten können. Ja, dann seht ihr es. Also. Ich hätte Kaya die ganze Zeit schlachten können. Die war die ganze Zeit mit mir. Ja. Kaya war die ganze Zeit mit Gnu zusammen. Ja. Ich hätte es schon vorher killen können. Warum habe ich es nicht vorher killen können? Ja, das war wahrscheinlich, weil ihr zusammen rumgelaufen habt. Na, das ist keine Begründung. Aber was das war, ist 100%ig nicht klar. Kaya, du glaubst es war Kaya, oder was? Ich sage natürlich, weil Kaya, Gnu und ich ineinander standen. Und auf einmal kam ein Report-Button. Ja. Also, es war Kaya, definitiv. Du bist so gut. Ich lache, das war ein Aktivverzweiflung. Das war es wirklich nicht, Leute. Neu Kaya. Du hast nicht gedacht, dass ich wieder zurückkomme und in dem Moment hast du sie gekillt. Vor meinen Augen. Ich habe sie nicht gekillt. Nein, wir standen alle ineinander. Nein, nein, du und Gnu. Wahrscheinlich warst du mich. Keine Ahnung. Nein, nein, du und Gnu, ihr wart alleine in dem, keine Ahnung wie dieser Raum heißt, mit diesem großen Tisch da. Und dann bin ich wieder zu Office, bin ich wieder zurück und in dem Moment, klatsch, hast du sie weggedonnert. Ja, aber wenn ich ein Poster wäre, dann würde ich doch sehen, dass du daneben bist. Dann mache ich sie doch nicht vor deinen Augen weg. But I caught you in the act. Das weißt ja offensichtlich du. Also, Lara, wir haben alle schon dich gewartet. Es war Kaya. Yes. Vollkommen korrekt. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Okay. Okay. Schlüssel, Lara. Wir alle lachen und freuen sich. Ja, GG. Nice. GG. Nice. Stark gespielt. Stark gespielt. Nice. Matteo, wollen wir vielleicht die Discussion-Time ein bisschen höher machen? Ich habe nicht die Lobby. Das ist so schwer. Wer auch immer die Lobby hat, vielleicht ein bisschen höher so, wäre gar nicht so schlecht bei uns. Keine Ahnung, wenn ihr zusammen rumgelaufen seid und wenn ich jetzt Mäntel getötet hätte, dann wäre es offensichtlich, dass ich es wäre. Ja, ja. Du konntest nur Gnu oder Kaya töten. Es war auch so, dass ich auch mit Dalu, ich bin dann rumgelaufen und ich habe niemanden gefunden. Und wenn ich jemanden gefunden habe, dann waren es immer drei, vier Leute auf einem Haufen. Oh, ich glaube ich bin abgestürzt. Ja, aber das ist ja das Geile eigentlich. Ich habe einfach versucht mit dir zusammen, aber es ging auch nicht. Also ich habe immer alle Kills hinterm Rücken von einem anderen gemacht. Ja, war stark. Das war echt, das war echt stark. War das ein Challenge Dalu? Ne, es hat sich so ergeben. Ich wollte so ausgewohnen, aber dann war der Mitleid einfach da. Ja, ich wollte auch auf den Beleidigten machen. Ja, ja. Schmolli, der liebte. Aber als Vles gesagt hat, bei mir hat jemand gestorben, als ich mit dem Panel war, habe ich sofort gesagt, Dalu, es kann niemand anders gewesen sein. Oder Vles Self-Report. War auch dann eigentlich, aber da wurde ich auf den Weg geräumt. Ach, sogar der war Dalu? Ja, und als ich gesehen habe, dass Gnu und Kaya die Specimen-Tür aufgemacht haben, wollte ich nicht direkt den Kill machen, also in dem Moment, den beide reingehen, damit sie das halt nicht mitkriegen. Warum ein Lobby? Ne, ich würde es nur cool finden, wenn wir die Discussion-Time ein bisschen höher machen können, weil wir haben echt viel zu labern. Wurde schon, glaube ich. Ich bin abgestürzt, ich muss wieder rein. Echt? Genau, wir warten. Kannst aber rein. Kein Stress. Voting-Time ist egal. Also dann war der Kill richtig gut, Dalu. Ich habe einfach gewonnen, deswegen. Haben wir schon. Ich hatte nämlich nur Anni und Vlesk im Verdacht, da war der ja richtig geil. Da bin ich. Der Kill hinter Vlesk, Vlesk steht an Lifelines und da direkt in seinem Rücken. Ja. Ich dachte mir so, jemand ist bei Electrical gestorben. Und dann dachte ich, hä, wieso blühen meine Reportpartner auf? Okay, nice. Dann sind wir alle komplett. Dann machen wir direkt weiter, oder? Ja. Let's go. Geil. Ich glaube, Lara ist zweiter Imposter. Dann läuft mir Roche so die ganze Zeit hinterher so, hm. Hast du mich nicht absichtlich weggemacht? Ich will nicht Imposter werden in dieser Lobby, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du warst der erste, der alleine war. Imposter ist Powerstress. Ruhe jetzt, ich muss mich konzentrieren, um euch alle umzubringen. Kaya. So, wir machen die Task mal hier unten. So. Ich würde gerne mal eine Runde sehen, in der Kaya Imposter ist. Weil Crewmate hat er jetzt inzwischen raus, also auch um Leute zu entlarven. Da lässt sich auch nicht mehr verarschen, das ist ziemlich geil. Aber ich würde gerne sehen, wie er als Imposter ist. Weil das ist ja nochmal ganz neuer Stress. Kaya kommt mir entgegen. Baso läuft hier hoch. Ich bin jetzt tot. Baso macht dieselbe Task wie ich. Geht jetzt an Kameras. Lights wird ausgemacht. Baso geht ins Licht rein. Unger hat zuerst angemacht. Der war der Erste, der da war. Okay, lasst du dritt rumlaufen. Aus irgendeinem Grund vertraue ich den beiden. Okay, und ich habe mich schon wieder gelöst. So viel zu vertrauen. So, wir schauen. Oh, Anni kommt hier rausgelaufen aus dem Admin-Gebäude. Wir checken mal, ob jemand tot ist. Es ist niemand tot. Wir machen das hier. Den Card-Swipe haben wir nicht. Warum das? Ist das nicht ein Common-Task? Geht das Licht schon wieder aus. Die Türen gehen zu. Jemand schließt alle Türen und macht das Licht aus. Das ist ein Profi. Vlesk. Der Kill ist im Labor geschehen. Und Vlesk ist zurückgewendet zum Admin-Table. Das heißt, oh, Anni könnte es auch gewesen sein. Wir gehen jetzt ins Labor, finden dort die Leiche. Und dann wird Vlesk bestätigen, dass er den Kill auf Lifeline gesehen hat. Wer ist da reingelaufen? Gnu und Lara. Ich laufe da nicht mit. Okay, soviel zu meiner Theorie. Was machen genug? Okay. Vlesk, die Leiche liegt doch nicht im O2. Willst du nicht als erstes sterben? Ja. Ich will überleben. Also, die Leiche liegt zwischen Weapons und Communication. Ich dachte, sie liegt O2. Gibt es irgendwelche anderen? Ich bin O2. Ansonsten würde ich was sagen. Zwei Leute im Lab, die sind ... Ja, wobei, können wir nicht ausschließen. Simon, sag mal was. Wann ist die Leiche gestorben? Schon länger oder jetzt? Okay, ich war gerade am Ende mit Kaya in O2 und hab mir gedacht, wie kann es eigentlich sein, dass Kaya nie Impostor wird? Und ich hab gedacht, wird er mich jetzt killen? Aber er hat mich nicht gekillt. Aber ich wollte was anderes sagen. Ist euch aufgefallen, beim allerersten Licht, wie schnell es dir angegangen ist? Das warst du. Ja, ich stand nämlich die ganze Zeit beim Licht und dachte, das Licht wird immer zuerst ausgemacht. Boah, das würde aber ein Impostor auch machen. Nee, aber ich stand wirklich nur beim Licht. Ich stand wirklich nur beim Licht. Machst du keine Tasks für uns? Schade. Nee, das stimmt schon. Mhm. Also ich war sogar in der Nähe vom Licht und er war schneller als ich. Das war richtig krass. Sag mal, Sepp, hast du gar keine Tasks gemacht in Communications? Äh, in Specimen? Ist mir auch aufgefallen. Klar, ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf gemacht. So schnell? Was heißt denn so schnell? Das konnte ja nur Lara sehen. Sepp, welche Zahl hast du als siebtes eingegeben? Ich glaube, es war die sieben. Und vor der sieben? Jetzt alle. Ey, da kann dich keiner dran erinnern, das ist unfair, das zu sagen. Das Ali wie bröckelt. Nee, also ich hatte nur, also Lara, ich hab gesehen, du hast einsortieren und danach bist du Zahlen gegangen. Und ich bin halt direkt Zahlen gegangen. Wir sind zusammen rein, ne? Ja, wir sind zusammen rein. Aber wo warst du dann? Sepp kam nie wieder raus. Dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich nach links gegangen zum Admin-Table, dann hab ich gesehen, dass auf einmal zwei unten im Specimen waren. Genau, da war ich noch dabei. Dann bin ich zum Specimen, dann bin ich zum Specimen zurück, weil ich mir gedacht hab, hey, wenn da ein Imposter ist bei zwei Leuten, gehst du mal ne Leiche suchen. Da war aber keiner. Ja, ihr seid wahrscheinlich zu Labs jetzt hochgelaufen und ich bin euch hinterhergelaufen. Genau. Ich bin nämlich, ich hab drei Tasks gehabt in Specimen, äh, ja, Specimen, und bin da, wollte dann links raus, zum Office, und dann ging da, äh, die Schleuse auf und ich dachte, okay, ich bin so oft da gekillt worden, weil jemand am Tisch geguckt hat, okay, ist eine Person in Specimen, dann gehe ich da. Ja, du hattest Angst vor mir. Und dann bin ich weggelaufen, wieder nach oben zum Lab, ey. Finde ich paranoid. Also, für den Kill würde ich ausschließen. Oh, dann passt das ja. Für den Kill können wir ausschließen, Gnu und Lara, weil die waren im Labor. Ja. Hallo und ich, wir hagen seit Sekunde eins. Und Omo und Kajala waren unten. Also, ich glaube, Anni. Irgendwer war noch mit mir. Ich war am Download beim Baum. Ja, Anni, aber du bist die Einzige, die alleine gerade ist. Oder Sepp? Ne, ich war ja bei den anderen beiden. Nö. Also, das war jetzt eigentlich Anni Kill. Anni Kill. Okay, ich mach mal Task weiter. Ich darf nicht mal am Ende den Impostum beschuldigen, weil dann wollen die mich aus dem Weg räumen. Wäre natürlich mega ekelhaft, wenn Dalu und... Dalu hat gefaked gerade. Dalu hat gerade gefaked. 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 Dalu hat gerade gefaked und verfolgt mich. Entweder will er mich checken oder töten, eins von beiden will er. Und jetzt glaube ich Anni in die Arme. Die ja auch Imposter ist. Ich renne weg. Sie macht das Licht an, okay. Shit. Gnu. Was macht Gnu? Scheiße. Ich bin gerade ein bisschen off. Ich kann nicht genau sagen, wem ich jetzt trauen würde und wem nicht. Gnu läuft schon wieder in Specimen. Warum... Gnu, du bist schon wieder mein Poppes. Ja, immer doch. Du bist die Leiche im Lab. Du bist der Einzige, den ich mir vertraue. Also die Leiche liegt im Lab und sie liegt genau auf dem Vent. Und ich frage mich jetzt Gnu... Du bist jetzt da oben in die Schleuse reingelaufen, ne? Ich bin in Specimen mit Kaya. Ja, also... Habt ihr euch die ganze Zeit gesehen, ihr beiden? Nee, nicht die ganze Zeit. Am Schluss bin ich ganz alleine zum Specimen Room gelaufen. Ich bin jetzt gerade bei dir, genau. Ich habe eigentlich nur Mäntel gesehen. Ich war aber hinter dir. Nee, ich bin alleine im Specimen Room gewesen. Ich habe eine Folgefrage. Ich war gerade bei dir. Ich habe eine Folgefrage. Kaya. Nee, das stimmt nicht. Doch. Nein, nein, nein. Du machst das gerade an der Box und machst deine Task. Pass auf. Hier, ich habe keine Ahnung, wie dieser Raum heißt, wo wir beide chemisch gereinigt werden. Genau. Ja, genau. Und da unten ist diese Box und du stehst gerade an einer Tags. Entweder machst du gerade Simon Says die Box oder dieses 1, 2, 3, 4, 5. Da stehst du doch gerade. Kaya, konntest du sie sehen? Konntest du saftiges Nu sehen? Nein. Okay, da hat sie vielleicht eine größere Sicht. Ja, glaube ich nämlich auch. Wo bist du denn genau genug? Ich bin jetzt gerade genau neben dir. Das ist kurz bevor der Report kam. Never ever. Okay, warte. Wir behalten das im Hinterkopf. Wir behalten das im Hinterkopf. Ich habe eine wichtige Frage an Dalu und an Vlesk. Ich nehme an, ihr seid beide Lifeline und Admin, oder? Nein. Nö. Keiner von beiden ist da. Dalu ist safe für den Kill. Dalu ist safe für den Kill. Und ich bin nur am Tasks machen. Nein. Ist irgendjemand Lifeline oder Admin? Was? Vlesk ist am Task machen? Krieg ein Wort von mir. Nee, ich bin allein, ich habe gar keine Alibi. Ich bin Ultrasustant. Ich war gerade am Ende. Wo war ich denn? Ich habe es vergessen. Ja, Simon, aber Leiche. Also für mich ist Simon Crewmate 100 Prozent, weil warum sollte ein Imposter sagen, übrigens ich war ganz alleine, ich bin sass. Ja, aber wenn man Crewmate ist, vergisst du das aufgerappt. Also, denk mal die anderen beiden Runden. Ich kann sie nicht so aktuell. Du warst aber auch in der Leiche von der Leiche, oder? Gnu, du bist doch nicht mit mir durch die Schleuse hergelaufen. Genau, ich wollte mit dir durch die Schleuse, dann bist du schon durch. Dann ging gerade die Tür zu, dann habe ich gewartet. Ja. Und gerade als du runter bist, die Schleuse aufging, bin ich durchgegangen und bin mit dir runter. Aber so schnell sind die Schleuse kündig. Doch, ich habe gewartet. Aber Gnu, was hast du denn im Specimen gemacht? Ich bin gerade runtergedüst und habe da noch mal eine Box zu erledigen und da stand auch gerade Karl. Aber warst du bis in der ersten Runde? Richtig, Dalo. Wovor stand ich genau, Gnu? Vor welchen Aufgaben? Das weiß ich nicht mehr genau. Oh, du standest an irgendeiner Nummer. Wenn nicht jemand weggewandt ist, dann weisen sie nicht mehr genau. Oh, jetzt voll dumm, Leute. Als ob ich jetzt... Bevor es zu Ende ist, habe ich einen sehr harten Fass auf Sepp und Anni. Weil die halten sich raus und irgendwie deckt die keiner. Ich war die ganze Zeit bei Daru. Ja, ja, ja. Okay, okay. Kaya, diese Freundschaft ist beendet. Okay. Krip. Sepp und Anni habe ich auch noch im Verdacht. Das stimmt wirklich. Also, war das ein Ventkill? Würde es reichen? Würde es reichen? Also, weil... Hä, hat er das jetzt so schnell gemacht? Ja, passt schon. Was habe ich noch für Task? Wir machen mal Storage. Es sieht halt aus wie ein Ventkill. Aber es könnte auch genauso wirklich genug gewesen sein, die vorbeiläuft, den Kill macht, schnell ins Specimen reingeht. Aber warum wendet sie dann nicht weg? Es ist ein bisschen mysteriös alles. Warum sollte man als Killer den Kill auf einem Vent begehen und dann nicht den Vent benutzen, um abzuhauen? Okay, okay, pass auf, pass auf. Also... Wir passen auf. Der Kill muss ja gerade passiert sein. Nee, 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 nee. Also, der kann natürlich gerade passiert sein. Aber ich wollte nur sagen, also, ich bin in die Schleuse gegangen. Ich wollte es zu Specimen, weil ich dachte, ah, Specimen ist nicht. Ich habe nur eine Aufgabe da. Ich weiß nicht genau, welche. Aber dann bin ich in die Schleuse gegangen. Und auf einmal kommen Safi und Kaya mit rein. Zum dritten Mal kommt Gnu, oder was? Gnu wohnt da drin oder was los? Gnu wohnt da drin oder was los? Und das hat jetzt jemand umgebracht. Gnu und Kaya sind mit in meine Schleuse reingekommen, sind mit in meine Richtung gelaufen. Auf einmal blinkt mein Report-Button auf. Das kann eigentlich nur Gnu sein. Ich war die ganze Zeit hinter dir, Unge, weil ich wusste, ich kann Kaya nicht mehr vertrauen. Aber Kaya war doch auch bei uns. Ist irgendwann hinter uns gewesen. Ich war es wirklich nicht. Also, du sagtest, du kannst Kaya nicht vertrauen. Er ist tot. Dafür hast du dich aber, als er am Lava-Pit seine Task gemacht hat, dich noch zuüben gestellt. Ja, weil ich gerade mich geärgert habe, weil er so hysterisch in den Kreis gemacht hat. Oh, Lara ist raus. Oh nein. Aber du warst ja eh tot, ne? Ja, Lara ist auch nicht. Ich habe Kaya geärgert, weil er so hysterisch im Kreis die ganze Zeit krass ist. Ich habe gesagt, es geht. Ich habe gesagt, es geht. Ich habe gesagt, es geht nur in Frage kommen. Ja. Und ich war es nicht. Und es war Gnu. Unge, ich war es auch nicht. Ich war an deinem Hintern. Und er war grün. Ne, Leute. Seid ihr in der unteren Schleuse? Ich bin gerade in der unteren Schleuse. Wieso? Wisst ihr was? Ich stelle mich jetzt einfach in den Marktplatz und bewege mich nicht mehr. Der Poster kann mich jetzt umbringen. Aber bei den Aufträgen auch nicht, ne? Also das... Ich weiß, das klingt ein bisschen dritt im Posteric so. Gnu ist das Pferd. Gnu ist sehr offensichtlich für euch und sollte auch für mich sein. Aber ich habe ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl bei Dalu und Unge gerade. Ja, ich kann ja dein Gefühl verstehen. Aber Unge kann es nicht sein. Der war vor mir. Aber, pass auf. Gnu sagt, ich kann es nicht sein. Aber eigentlich, wenn sie einen Kill macht, wenn wir zu dritt sind, müsste sie mich ja eigentlich entschuldigen. Und ich möchte sie entschuldigen. Logischerweise. So. Obwohl ich sie entschuldige, entschuldige sie mich weiterhin nicht. Ja, ja. Warum entschuldige ich auch? Du bist ja vor mir gedüstet. Boah, Unge, das Ding ist seit dem Kill, den du auf Matteo geblamed hast, ich kann ihn nicht... Ich weiß. Ihr könnt mich auch ruhig rauswurten. Aber dann wurscht bitte Gnu danach aus, weil... Unge! Nein, die Crew steht hinter ihrer Entscheidung. Wenn man deinen Namen rückwärts liefst und es eh wegmacht, dann heißt du auch Gnu. Ich würde zu gerne noch was besiegen, weil ich weiß, wenn wir genug kicken, haben wir automatisch gegen Dalu und Unge verloren. Für die ganz kleine Off-Chance die beide Seiten. Ich steh mich jetzt in den Marktplatz und ihr könnt mich jetzt umbringen, okay? Ich mach gar nichts mehr. Ihr verdächtigt mich eh immer alle. Also ich... Ich hab vergessen zu voten. Aber ich glaub, Simon auch. Ich hoffe... Simon, du hast nicht vergessen zu voten. Es waren sieben Votes. Wir werden nicht alle sterben. Wow. Simon und Dalu haben das gut geplayt. Wenn alle sterben. Wenn das jetzt wirklich Simon war, dann bin ich ein bisschen wütend. So ein bisschen. Licht ist aus. Wir machen aber ganz schnell mal... Oh. Obwohl, das gewinnen wir nicht mehr über Task, oder? Oh, wird knapp. Sepp, what are you doing here? Ja. Emergency. Okay, pass auf. Ich hab mit Dalu gar nichts gut geplayt. Folgendes. Folgendes. Jetzt wollen sie uns auch noch mind-playen. Nein! Schmeißen wir selbst raus. Ja, da möchte ich mich bedanken. Ja, da möchte ich mich bedanken. Ihr habt saftiges Gnu gevotet, obwohl ich auch sass war. Und obwohl ich euch zwei Runden richtig verarscht hab. Das weiß ich zu schätzen. Und ich bin es wirklich. Ich bin Crewmate. Wirklich, wirklich, wirklich. Er smilet sich des Todes. Gnu war verdächtig, weil sie drei Runden hintereinander nur haben. Ja, aber... Ey, ich hätte nie den Topfes gesucht. Du hast halt Gnu, ne? Ey. Du, ich find Gnu auch super. Ich muss sagen, ich hab selbst daran gezweifelt, ob's Gnu ist. Weil es so unlogisch ist. Aber pass auf. Ich sag das schon mal ganz kurz die Situation. Ich geh in die Dusche. Kayana und Gnu kommen mit in die Dusche. Die Tür geht auf. Die Tür geht zu. Die andere Tür geht auf. Und wir gehen in diesen Raum. Es wird dunkel. Es wird genau dunkel, als wenn wir in diesem langen Gang zu Specimen sind. Und ich geh ein Stückchen weiter. Ich wollte zu meiner Task. Ich hab mit dem Report-Button im Dunkeln aufblinken sehen. Geht zurück. Und dann konnte ich drücken. Ich weiß nicht genau, wo die Leiche lag. Aber es kann nur Gnu hinter mir sein, weil die Tür ja zu gewesen ist. Hinter uns. Bis der nächste kommt, dauert's eine Weile. Garantiert nicht. Wir haben das ja schon entschieden. Sie ist ja raus. Ich hab nur eine wichtige Frage. Die Crew steht hinter ihrer Entscheidung. Als du in der Dusche warst. Wollen wir einfach, um noch eine Matteo-Unge-Situation zu vermeiden, einfach Unge auch? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wie gesagt, das ist nur, ich will einfach nicht gegen Dalu und Unge verlieren. Ich weiß, dass es nur eine ganz, ganz kleine Chance gibt. Es ist unwahrscheinlich, dass beide, also wahrscheinlich ist es keiner von den beiden Poster, weil Gnu und Kaya waren ja in der ersten Runde zusammen und Dalu und ich waren zusammen. Sprich, wer hätte Baso weggemacht? Sind am Anfang direkt zwei Leute gestorben? Ich sag euch, wie es ist. Nein, nur einer. Weiß beginnt, schwarz gewinnt. Ja. Also, ich hab ja eben auch gesagt, ich denke, von den Ali bisher ist Sepp und Anni Heilisass gewesen. Aber Gnu war eigentlich offensichtlich. So. Also, in meiner Meinung nach müssen, also, wer sollte jetzt ein Auge wissen? Ich denke, wir sind mit Gnu richtig. Denke ich. Wir können natürlich auch Arschkattes haben. Aber ich denke, ihr hattet ein Auge auf Sepp und Anni. Ich denke, wahrscheinlich die Option ist Anni hier an der Stelle. Ja. Und, ähm. Anni war der Autofil wahrscheinlich. Hat Flesken-Alibi? Nur nur so ein Zeit. Dalu, Flesken hat den ersten Kill nicht gemacht. Ich hab den zweiten Kill nicht gemacht. Da ist Dalu die ganze Zeit bei mir rumgeeiert. Ich hab allgemein keine Kills gemacht. Ich erklär dir danach, wieso ich so sass bin auf dich, Dalu. Oh, holy shit. Warum hat Anni gebraucht jetzt? Warum? Weil wir kombiniert haben. Okay. Fand ich jetzt nicht so eindeutig. Aber ich war wirklich der Kill an Baso nicht. Das war genug. Aber du warst Impostor, oder? Ja, DJ. Ich war Impostor, ja. Aber ich hab nur eine Person mit Hösel oder so. Oh, ihr wart. Sehr geil. Ich will ja nicht von dir gemindgamed werden, ne? Ja, ja. Und ich dachte mir, nachdem du am Anfang bei mir warst, die ganze Zeit, dass du mich davon überzeugen willst, dass du als Crewmate mal überleben willst und nicht getötet werden willst, aber in Wirklichkeit Impostor bist und das ausnutzen willst, damit ich denke, dass du automatisch Crewmate bist. Könnt ihr mal künftig saufen, bevor ihr die Folge spielt? Ist ja schrecklich mit Roll. Ja, Darlou ist nur bei mir geblieben in der ersten Runde, weil die Leute entweder mich oder Darlou töten als erstes. Und das können sie nicht machen, wenn wir zusammenstehen. Also künftig Vlesk und Darlou trinken eine Flasche Wein. Okay, einfach ein Double-Key, okay. Und einfach mir, wenn ihr mich nicht zuerst killt, ja? Ja, deswegen ist er bei mir geblieben, weil dann sehe ich sie ja automatisch. Ja, für eine neue Map ganz gut. Aber ich dachte mir, ist das egal, Darlou. Boah, noch eine Klo ist nicht? Echt nicht? Okay. Okay. Ja, wir können, also ich glaube, der Einfachheit halber wäre es besser als die erste. Ich verstehe schon. Du weißt schon, ne? Ich verstehe schon, Matteo, du willst das halt nicht. Matteo will Tryharden hier. Hä, nee, nee. Ich will ja die Einfachheit spielen, nicht Tryharden. Die Einfachheit, mit den Camps, die permanent an sind, auch schwer für die Imposter. Äh, die Einfachheit für Crewmate. Sepp und Dumme, könnt ihr den noch mal connecten? Warum? Wegen Fragezeichen. Achso. Ich dachte, ich hab grad den falschen Code kopfiert. Ich dachte, hast du jetzt von noch einem Kater aufgenommen, Polos. Wollen wir da wirklich? Eigentlich alle mit? Sepp, schon wieder? Schon wieder? Was ist denn hier los? Aber wer ist denn jetzt der hellgrüne mit? Ach, das ist Anni. Anni, kannst du auch noch mal connecten? Hä, ich bin weiß. Ja. Muss ich hier raus? Hä, ich hab zwei hellgrüne in der Lobby. Ja, stimmt, stimmt. Ich bin hier da, nur neben dir. Aber so ein blasses Grün. Anni, du bist bei mir nicht weiß, das ist wie so eine selbte Pokémon-Karte. Das ist ein Fehldruck. Hä, ich bin eigentlich blau, aber ich bin grün, hä? Hä? Anni kriegt auch keinen Namen. Ihr kriegt alle keinen Namen, ihr drei. Ich würde echt gerne connecten, aber ich hab einfach einen Black-Screen. Ich mach noch mal eine neue. Ja, das Geld ist einfach nur Scheiß drauf. Lass einfach Polos sein, das stehen. Nochmal neu oder neuer Code? Ja, jetzt gehen wir den Namen. Wir hatten gerade drei Grüne in der Lobby. Ja, und unser Weißer. Jetzt geht's gut aus. Oh. Kann da nicht aus sein. Dalu bleibt für eine Minute stehen und ich denk automatisch, er ist ein Poster. Ja, du bist schon acht Meter Ebenen drüber so mit deinen Dings. Ich dachte auch, ungedacht ich halt, weil er am Licht stand und ich dachte, er hat einfach selber ausgemacht, damit er danach sagen kann. Aha, Leute, ich hab das Licht ausgemacht. Ja, das wäre zu billig. Aber Gnu-Skill wäre ich ein Stückchen weitergelaufen. Hätte ich den im Kopf nicht mitgekommen. Ja. Also, es war noch zu nah an mir dran. Aber, und dann musste ich den Button drücken, einfach weil ich mich bedanken wollte, dass ihr mich nicht rausgewollt habt, obwohl ich euch wirklich zwei Runden so böse gemacht habe. Das wollte ich euch ehrlich sagen. Das Problem war halt wirklich, dass Gnu jede Runde Specimen war. Ja. Ja, weil das Problem ist, dass halt Gnu, ne? Hey! Ja, Gnu ist auch so. Letztlich, ich find's so super, dass du mich deswegen nicht verdächtigt hast. Und Kaya, ich muss dich gerade umbringen. Du warst eine Kette. Weißt du, ich bin Unge hinterher gerannt, weil ich Schiss vor dir hatte. Weiß, ich wollte immer mit euch beiden mal duschen. Okay. Du Schwein, ich wusste übrigens, dass du's bist. Du bist so... Ich hab's gemerkt, ne? Du hast mich getrusted. Du bist durch Specimen durchgerusht. Ich wollte mal deinen kleinen Tanga zupfen und dann bist du geplatzt. Okay, lass starten. Ich wusste. Let's go, ne? Runde läuft gut, Anni. Wir haben bisher sehr viel ermittelt. Ich hab am Anfang ein bisschen reingeschissen, aber bisher hab ich echt ganz gut ermittelt. Geil. Let's go. Dann lass mal reinschauen. Wir machen zuerst mal die Admin-Task. Weil die haben wir ja direkt. Jo. Dann O2. Communications würde ich nicht rein. Simon ist hinter... Warum kommt der so spät von oben? Was hat er da oben gemacht? Bless kommt auch. Das heißt, die beiden sind's. Der Fall ist gelöst. Simon... Oh, nee, 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 nee. Kaya. Obwohl es Kaya... Kaya vertraue ich blind. Der ist mein... Der ist mein Homie. Der würde mich nicht töten. Der kommt aus meintal, Leute. Kaya und Nix sind ultra... Ultra-Homies. Hä, muss ich noch was drücken? Ne. Warte, ich warte mal auf ihn. Habe ich hier ne Task? Ja, ich hab da sogar eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Gut. Ein kleiner Blick auf die Camps. Basel bleibt in der Camp stehen. Dreht wieder um, als ihr gesehen habt, dass sie ange... Habe ich... Habe ich jetzt richtig gelegen mit meinem Random Call? Mit Vlesk und mit Unge? Nee, oder? Hä? Okay, ich mach mal Task. Gucken, wann sie mich finden. Äh... Äh... Leiche vor den Securities. Damit dauert. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Hallo, was möchtest du sagen? Mit Moment. Scheiße, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich irgendwas im Augenwinkel gesehen habe. Ach, ist das ärgerlich. Ich achte nie auf die Vents. Wieso Augenwinkel? Ich ach... Dalu, ich glaub... Meinst du, da ist eiskalt einer rausgewendet zwischen uns? Ich weiß es nicht. Ich achte nicht genug drauf. Oh, das wär krass. Ich achte immer auf alles an. Ach so, glaubt ihr, dass von Electrical jemand gewendet ist? Also, Dalu, ist es nicht so gewesen, dass wir zu zweit in Electrical reingegangen sind und Lara stand rechts und Sepp stand links und dann ging Licht aus und wir gehen hoch und Kaya steht auf dem Vent? Nein, 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 Kaya kam rein. Ach so, dann ist Sepp, dann stand Sepp plötzlich aus dem Vent, ja? Ich stand auf dem Vent, weil ich da die Task gemacht habe. Elektrical ist oben, beim Vent? Ey, offenbar ein Präsent ist im Chat. Nein, nein, Leiche bei Security Camps. Ah, okay, hm, okay. Ja, ich wollte eigentlich Baso decken, aber sie ist am Ende weggelaufen und deswegen weiß ich genau. Also, Oren kann den Kaya nicht gemacht haben, der war super weit rechts. So. Als wir doch in Electrical reingelaufen sind, Dalu, da waren doch wir beide und noch zwei weitere und dann plötzlich waren wir fünf, als er sich wieder anging. Das muss nicht gewesen sein. Ne, Lara kann es auch nicht gewesen sein. Also gut, Lara hat reportet, ne, aber ich bin da, Lara, ich truste Lara ein bisschen, weil sie sehr lange mit mir alleine war und nichts getan hat. Ja, aber gerade im Electrical waren doch super viele Leute da oben links, oder? Ja. Kennst du Lore? Ich bin da nur reingelaufen und war auch wieder rausgelaufen. Ah, nee, Klu war da, oder? War Klu da? Genau, ich war auch da. Ich habe zwei Tasks gemacht und Sepp war auch da, der ist dann runtergelaufen und ich glaube, es war, Kaya kam dann auch. Da kommt ein Ausbruch, Köbel? Kennst du den Star-Döner in Bauch Köbel? Das ist ein geiler Döner. Die war auch da. Also ich glaube, wenn da was passiert wäre, jemand gewendet wäre, ich habe nämlich auch umgeguckt. War denn dann Vlesk? Äh, Bauch Köbel ist halt neben mir. Wo war denn der Vleski? Hm, ich war mit Ong in Shields gerade, das kann ich nicht sein. Alter, ich bin gerade Shields, ich sehe es sogar bei mir hier. Kannst mir so einen Schick mit dir was? Da steht es aber neben mir unten, Storage. Ich komme auch aus Hanau. Ong, wie hast du Vlesk gesehen? Ich komme auch aus Hanau. Das habe ich nicht, aber ich bin auch in den Abend gewesen. Kommunikation. Nee, ich war vorher Kommunikation und habe die da abgeloadet. Und da habe ich in den Abend nochmal gedownloadet. Also dass man dann diese Taste fertig macht. Inzwischen waren wir ja ein Shields. Ich mache den Screenshot, ne? Neben mir gibt es noch eine Abend-Table. Ja, ist doch gut, Vlesk. Ich war auch gerade noch ein Shields. Du kleine Zicke. Man hat jedes Mal gesagt, ich bin nicht da, wo ich gerade bin. Okay, sorry. Ja, meine Güte. Okay, die Hälfte vom Chat hat einfach schon mal ein hartes Auge gewohnt. Ich habe geskippt, entspann dich. Ich habe geskippt. Stinksauer. So, okay. Ja, wenn es um Döner geht. Das Ding ist, in Hessen gibt es einfach die besten Döner in Deutschland. Deswegen bin ich ein bisschen emotional, wenn es um Döner geht. Oder Bruchköbel, weil da gibt es halt einen sehr guten Döner. Star-Döner. Wenn ihr mal in Bruchköbel seid, in der Nähe von Hanau, dann sucht dort den Star-Döner und esst diesen Döner. Es ist einfach heftig. Und hier wieder null Ahnung. Jeder glaubt ja, dass der beste Döner aus seiner Heimatstadt kommt. Außer die Leute aus Hamburg. Die wissen, dass die Döner hier Drecksscheiße sind. So. Scheiße. Aber ich sage euch, Star-Döner ist nice. Ich glaube Berlin-Döner sind auch nice. Döner in Erfurt war auch ganz nice. Ich würde gerne mal, wenn ich mit Streaming aufhöre, dann mache ich so eine Weltreise und probiere Döner in jeder Stadt der Welt. Und das ist dann mein Leben. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich habe dann so 200 Waschsperren als Haustiere, die mitkommen. Du hast niemals auch mit Streamen. Ich könnte es ja streamen. Weißt. Warte mal. Keine Ahnung. So, dann können wir die hier machen. Test-Complete. Was haben wir noch? Nur Lower Engine, dann sind wir durch. GG. Wir haben alle Tasks geschafft. So, was ist hier los? Basu, Unge, Lara. Jun zusammen. Anni läuft. Kaya. Vlesk ist an den... Vlesk überlegt, wie er den nächsten Kill macht. So. Jetzt. Emergency von Dalu. Dalu. Mache ich zwar selten... Okay. Was? Dalu, ich habe auf dich gewartet. Aber du kamst jetzt doch ein bisschen spät. Es ist niemand gestorben. Passt du gleich durch. Okay. Gut, ich dachte, es ist wesentlich mehr passiert als nichts. Ja. Also das tut mir leid. Das war ja so. Aber Dalu, machst du eigentlich Tasks überhaupt? Ja. Ja, okay. Aber ich bin zwei gegangen. Ich habe zwei Asteroids geschossen, dann bin ich mit dem mitgerannt. Dann bin ich wieder hochgegangen. Oh, habe ich wieder zwei Asteroids. Dalu, ich habe mich mit dir total beobachtet. Ich beobachte gerade alle, weil in der ersten Runde irgendwas nicht stimmte. Und zwar in Electrical habe ich irgendwas gesehen, aber ich kriege es nicht zusammen. Aber deine Tanteilnate war echt hochgegangen. Aber deine Tanteilnate war echt hochgegangen. Ich bin gerade noch mein Weg langgelaufen am Anfang. Ich war nicht in Shields. Ich war nur vor Shields. Ahhhh. Ich war in Shields. Aber Moment, Vlesk, hast du nicht danach sogar noch bezeugt, was man in deinem Screen links und rechts von dem Voting-Table, aber da ist man noch nicht ganz in Shields? Vlesk, bist du von unten oder von oben gekommen zu Shields? Von oben. Okay. Ja, heilig saß. Wir sind in den Schroten langgelaufen. Ja, ähm. Wir können niemanden verdächtigen, oder? Wir haben uns in Storage getroffen, Ongel. Ja, genau. Wir haben mitgebracht. Und du warst im Benzinkanister. Genau. Und ich würde jetzt so Lower Engine den Benzinkanister auffüllen. Das ist der zweite, wenn ich auffülle. Kaya, mach fleißige Aufgaben, dann haben wir das gleich geschafft. Also egal, wie fleißig er ist, also gleich haben wir so lange nicht geschafft. Matteo, hast du was gegen Pokémon Error-Karten? Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber ja, ich hab was dagegen. Also ich bin heftiger Feind von Pokémon Error-Karten. Ich muss nur noch rausfinden, was das genau ist. So, okay, wir werden Mavlesk beobachten. Matteo, wie viel wiegst du? Aktuell 84. Mein Ziel ist 85. Ich trainiere grad wild. Ich bin eine komplette Tötungsmaschine. Also noch einen Monat oder so, ich zerreiß euch Gino komplett. Faked hier ein bisschen Tarski drin? Okay. Okay, vented, wohin? Er chillt im Vent. Will er Anni machen? Das ist gefährlich, man muss den langen Weg laufen. Krass. Und das nur bei einem Meter fünfzig. Ich mach ihn jetzt. Oh. Ripp. Umgekommen. Oh, hat er das gesehen? Er hat das gesehen, oder? Oh, schade. Ich hab leider wenden sehen. Ja, ja, ja. Ich kann jetzt einfach was sagen. Ich war's nicht. Es tut mir leid. Ich war's. Ich bin gewendet. Und jetzt bin ich in der Cafeteria. Ich bin auch gewendet. Ich bin auch gewendet. Entschuldigung. Also ich kann genug entlasten. Die ganze Zeit ist sie wieder bei mir. Weil ich weiß, wer das ist. Pass auf. Ich hab die knallige Farbe im Augenwinkel gesehen. Scheiße. Schweißauslicht. Okay, was auch. Baso. Nein, ich hab so gehofft, dass du jetzt nicht so rein impostest. Nee, komm, Ungelass. Nein, ich wollte gerade sagen, dass du's bist. Okay. Also Baso ist mit dem nach oben gelaufen. Also Baso ist mit dem nach oben gelaufen? Nein, Baso ist mit dem nach oben gelaufen. Und sie ist dann links zum Reaktor. Ich auch. Und dann war die Kamera an. Da dachte ich, guck ich mal, wer der Cam ist. Liegt da eine weiße, tote Annie in der Cam. Und wer ist da gerade unten weggewendet? Der Vless. Der Vless, genau. Das heißt, ich hab aber bei mir auch was rein. Ja, ich war auch gar nicht. Ey, Vless, war's doch Shields gerade? Er liegt in Security? Nee, ich war diesmal tatsächlich nicht still. Anni liegt in Security. Wo bist denn du gerade im Vent? Ich bin auch nicht im Vent gerade. Nee, Ungel ist da gerade hingelaufen. Ich kann gar nicht mehr. Aber er hat doch gerade gesagt, dass er die Leiche auf den Camps gesehen hat. Er ist gerade gesprungen. Nee, nee, er hat gesehen. Nee, nee, nee. Boah. Anni hat die Kamera. Anni hat Camps geguckt und Vless. Vless. Also Vless. Die Krone soll ich mir die bald wieder abnehmen? Ich glaub, Ungel. Ne, das Ding ist, ich bin mit Ungel wirklich vom Electrical bis zu Upper Engine gelaufen. Dann bin ich mit dem Reaktor rein und erst nach oben gelaufen. Ja. Also wenn ich bei acht Leuten jetzt wollte, dann viel Spaß. Lara? Also Vless. Aber Vless hast ein Alibi. Hast du jemand gesehen? Lara, wie viele Tasks hast du noch offen? Gar keine mehr. Ich war in Storage und ich wollte gerade nach links laufen. Weißt du noch, welche Tasks du alles in Electrical hattest? Ich hatte die... Ich überlegte mich gerade, weil wir so viele waren. Ich hatte die Wires, den Schalter und diese Kreise. Also diese komischen Kreise, wo man im richtigen Moment drücken kann. Darf ich ganz kurz noch fragen? Kaya, was machst du gerade noch mal für eine Task? Äh, ich war in der Storage auf dem... Electrical. Was machst du gerade? Ich gehe immer davon aus, dass ihr mich gewodet habt, weil ihr relativ schnell gewodet habt. Und Gnu... Gnu war die ganze Zeit mit Matt Badegan. Wie mit Matteo am Anfang und votet und denkt bitte nach wie vor in Unge. Also ich habe übrigens wieder zwei Astroids geschossen. Aber Vless. Noch sieben Unge. Also ich habe gesehen, dass er nach oben gelaufen ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass er dann einfach runtergelaufen ist und okay gemacht hat. Aber das glaube ich nicht. Das geht ja immer, aber... Ja, gut. Ist sowieso jemand, der dann sagt, er hat jemand wenden sehen, wenn er den gar nicht gesehen hat? Ich weiß nicht. Ich finde, hier kommt man halt nicht so ehrlich. Ich muss euch einfach noch was sagen. Ich habe übrigens auch noch was gar nicht gesagt gerade, ne? Jetzt blockiert sie mich bei... Blockiert sie mich bei Among Us im Chat. So ist Kaya der Zweite. Müssen wir uns jetzt fragen. Kaya, Stranges Movement? Was ist das? Was für ein Meme ist es denn? Okay, trauriger Smiley. Facebook stand dort. Facebook ist ge... Was ist hier für eine Party? Was lau... Also ich glaube, es ist wirklich leider Kaya. Und er weiß einfach nicht, wann er killen. Oh, da liegt ja schon jemand. Es ist nicht Kaya. Oh, da liegt ja... Who did it? Da, hallo, chillt da. Warum findet das niemand? Hä? Danke, dass ihr mir zugeguckt habt. Yo, was geht? Oh Gott, ich habe gerade Schweißausdrücke. Kaya kann ich zu 100% ausschließen, weil der ist jetzt dreimal zur gleichen Task gelaufen, weil er dreimal unterbrochen worden ist. Was ich jetzt gerade... Ich habe jemanden wenden sehen und zwar da, also wo man durch den Camp schaut. Da reden wir bitte weiter. Nicht da, Luca, oder? Wo liegt Sepp denn? Ein Dalu war doch bei uns die ganze Zeit. Also ich und ich habe jemanden... Als ich bei Kaya war auf jeden Fall, oben bei Electrical, wo er noch seinen Download zum dritten Mal fertig gemacht hat oder Upload, habe ich nämlich oben links bei den Camps jemanden wenden sehen. Dann kam Basu und Unge rein, dann war ich und Kaya bei den Lichtern und Unge oder Basu haben die ganze versucht das Licht auszudrücken. Bullshit. Und dann sind wir beide hoch. Halt, halt, halt. Und dann sind wir beide hoch und ich habe das Gefühl, dass ihr beide einen Double Kill macht und deswegen war zum Glück Dardudana, habt ihr es nicht gemacht. Ja, weil ich da war, konntet ihr es nicht machen. Nein, so ein Bullshit. So sieht es aus. Ey, Gnu, wann hast du jemanden wenden sehen? Im Electrical da, oder? Irgendjemand ist von Camps gewendet und irgendeiner von euch beide hat die ganze Zeit, als wir das Licht fixen wollten, das Licht ausgemacht. Also das ist echt frech. Außer Kaya, du bist so lost und hast es nicht verstanden. Nein, nein. So schätze ich nicht. Ich bin von Electrical, bin ich... Ja, kann ich erzählen. Du hast vollkommen recht, Gnu, du hast vollkommen recht, ich habe zum dritten Mal meinen Download irgendwie gemacht, weil jedes Mal wurde ich durch den Robot. Da bin ich aus Electrical raus in Richtung Lower Engine und dann waren wir Dalu, Basu, Du, also Gnu und Unge. Die einzige, die ich nicht gesehen habe in unserer ganzen illustren Runde war Lara. Ja, ich war rechts. Ja, ich war rechts. Ich war rechts. Und noch was? Dalu ist nach unten gegangen, als wir alle nach oben gegangen sind. Dalu ist nach unten gegangen. Ja, ja. Ich hatte unten noch was zu tun. Also, aufgrund dessen, dass saftiges Gnu so eine Story erzählt, denke ich nicht, dass die Imposter wäre. Nee. Das klingt schon nach Crew. Kaya kriegt ein Alibi von dem saftiges Gnu und der hat seinen Task nicht fertig machen können, also ist Kaya auch nicht. Ich bin's nicht, das müsste Basu wissen und Basu ist nicht, das müsste ich wissen. Also, ich war die Runde wieder bei Asteroids. King Taubi, das war ich von 20. Aber Dalu war die ganze Zeit bei uns, der hätte nicht gewinnen können. Also, ihr glaubt, Less is 100% gewesen. Less is 100% gewesen. Der war bei uns. Ja, ich glaub auch, dass Less war. Hey, dann hab ich jetzt voll den minus 1000 IQ-Move gemacht. Nee, nee, Gnu, du hast das da schon gesehen, die wollten einen Double machen und dann ging das hin. Ich wollte mich selber. Das wollte der Imposter dich auch. Der Imposter votet jetzt auch, also ich drück auf Gnu. Oh mein Gott. Ich geh auf Lara. Skippwitze, skippwitze, skippwitze. Skippwitze, skippwitze, skippwitze. Skippwitze, skippwitze, skippwitze. Wenn jemand weggewandet worden ist. Oh, die haut ein Bluch aus. Nein, warum skippt ihr nicht? Ich weiß, Leute haben einfach nicht gewohnt. Ich war es doch nie. Ja, Gnu, falsche Anschuldigungen. Direkt raus aus der Schleuse. Ja, Gnu. Gnu kann ich entlasten. Matteo, hast du Onlyfans? Ja, das hier ist mein Onlyfans. Warum? So, okay. Also, guck mal. Die machen jetzt eh die Task fertig. Lara hat keine Chance. Also, sie kann jetzt einen Kill machen. Dann Alarm drücken. Cooldown runterlaufen lassen. Und dann versuchen auf den Dingskill zu gehen. Sie muss jetzt Dalu killen. Dann warten ein bisschen. Dann O2 drücken. Und dann die Person killen, die O2 hier drin ausschalten will. Das wäre, glaube ich, smart. Da sind wir wieder. Oh mein Gott, aber egal. Und das will ich gewohnt haben. Aber pass auf. Lara, warum bist du gerade von mir weggelaufen, weil das Licht ausging? Weil ich nicht das Licht anmache. Ich mache es so gut, also sehr selten das Licht an. Weil es genau die Taktik ist vom Imposter, dann jemanden zu killen. Okay, also Kaya und ich waren nämlich südlich vom Navigation. Und Lara ist durch uns durchgelaufen. Und ja. Das stimmt. Ich bin hochgelaufen. Ich habe gerade Licht angemacht und Dalu kam danach. Ich habe gerade Licht angemacht und Dalu kam danach. Ich kratze gleich aus. Also Licht. Das Problem ist, Dalu macht die ganze Zeit so Quatsch. Dalu macht die ganze Zeit so Quatsch. Ja, ja, ja. Und deswegen entweder macht Dalu was extra, um so vertuschen, dass er es ist. Oder Dalu macht jetzt auf Späßchen. Dalu war auch noch nicht auf Detektiv-Tour. Dalu, warum machst du nicht Detektiv-Tour? Warum sagst du nicht einfach, dass es Lara ist? Ich habe schon zweimal den Imposter gewotet in dem Match. Ich habe auch nicht Fless gewotet. Dalu, warum sagst du nicht, dass es Lara ist? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig beweisen. Mir fehlt der Beweis. Also ich habe nur die, der war da, der war da und es kann nur Lara sein. Warum kannst du es nicht gewesen sein, Lara? Weil ich gar nicht auf der linken Seite war. Also wenn Du jetzt meintest, sie hat jemanden wegwenden sehen. Ich war ja komplett auf der rechten Seite. Das hat ja keiner gesehen. Der Core kam, war ich im Storage. Ich kam von rechts von Navigation. Also ich kann ja auch gar nicht irgendwie weggewendet sein oder sonst was. Ich war ja noch nicht mal in der Nähe von Elektrik. Also ich verdächtige Lara, weil ich sie drei Runden, nachdem wir alle in Elektrik gefragt haben, welche Tasks sie hatte. Und dann hat sie drei Tasks aufgezählt, obwohl sie nur eine gemacht hat. Oh ja. Nein, ich habe alle drei gemacht. Ich habe alle drei gemacht. Vielleicht, meine Maske schränkt auch ein bisschen die Sicht ein. Ich habe nur drei Tasks gemacht. Kann wirklich sein. Ich sage nur, was ich glaube. Ich habe definitiv alle meine drei Tasks gemacht. Okay. Hast du wirklich? Was ist das? Oder standest du da? Du bist so doof, ey. Das tut mir leid. Was sagt ihr? Sollen wir Lara wollen oder sollen wir skippen? Ich weiß nicht. Lara ist die einzige, Lara ist die einzige, die ich in all den Runden nie gesehen habe. Wirklich die einzige. Ansonsten. Und Onlyfans ist drin. Ich dachte, das wird voll sensiert. Ich dachte, das wird voll sensiert. Er hat letztens gesagt, er ist mit Lara weggegangen. Ja. Genug wurde auch random rausgebrochen. Warum ist das nicht sensiert? Das waren deine netten Worte, oder? Lord. Ja. Das haben wir gesagt. Ach man. Ja, keine Ahnung. Also Lara. Scheiße. Ich wohnte Kaya. Warum war doch noch nicht mal auf der Seite? Was? Weil man leid geworden sein sollte. Jetzt wohnt nicht jeder jeden. Ich werde immer das Unrecht beschwunden. Ich hab jetzt Faso gewohnt. Wenn du es nicht bist, ist es Dalu. Ja, CG. Lara. Und noch eine Hunde. Wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn es nicht ausgeht. Nein, aber auch Dalu. Warum tröllst du so rein? Warum tröllst du so rein Junge? Das macht mich wahnsinnig. Scheiße. Oh, ist vorbei. Yeah. Gigi. What the fuck, oder? Alter, Daniel, du machst mir so viel Angst. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich am Anfang gesehen habe. Du bist aber nicht rausgekommen, oder? Ich bin nie rausgekommen. Du hättest mich einfach nur gesehen. Erstens hab ich nur einen Kill gemacht. Nicht, danke. Und zweitens hab ich alle meine drei Tasks gefakt, ja? Sehr gut. Die Sache ist ... Meine Nummer war so unglücklich. Eine halbe Minute später und du bist raus dafür, weißt du? Darf ich fragen, wer gegen mich gewotet hat gerade eben? Ich? Dalu. Hallo. Ich hab nen Bug im Game. Ich bin nie Imposter. Glaub mir. Das waren jetzt 20 Runden. Ich hatte gerade ganz kein bisschen Angst, dass wir Lara jetzt doch auch auf Kaya wollen. Du hast uns Angst gemacht mit deinem Psycho-Schein. Ja. Wirklich da. Nur. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen. Weil ich das am Anfang gesehen habe und die ganze Runde komplett verwirrt war. Ich hab's euch mal in den Discord-Channel gepostet. Dann springen wir aus dem Vent. 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 Ja, aber nur ... Und das hat mich dieser ... Ja, stimmt. Hä? Hä? Oh shit. Das war Wlesk, oder? Oh ja. Oh mein Gott. Das war Wlesk. Ich bin nicht drin, aber ich bin nie rausgekommen auf meinem Weg. Oh, okay. Das sieht auch super weird aus, so. Der Vent geht gar nicht richtig auf. Wenn ich jetzt doch einmal meine Position ehrlich durchgebe und du mich deswegen auf den Kicker nimmst, dann rücken wir ganz nah aneinander. Ja, gerne. Wir können auch gerne ein bisschen zusammen rumlaufen nächste Runde. Wenn du magst. Kacke. Die Sache ist ... Habt ihr genug von's Geld jetzt? Eine Runde reicht. Anni. Anni willst Polos spielen. Nein. Das Geld ist so kacke. Das andere ist aber so langweilig auf Dauer. Was? Aber das Geld ist so ... Wir können ja Mira spielen. Die hassen wir einfach alle. Ja. Nein, ich hasse die auch. Nein, nicht die. Nicht heute. Nicht heute. Nein, total. Und dann Epsilon Map. Okay. Ich wäre bei allem dabei. Scheißegal. Aber das ist sicher eine Runde wechseln. Das ist zu lame. Ja, das ist gut. Komm. Okay. Ich sollte nur sagen, dass Dalu und Lara bei mir für mich 50-50 waren. Weil Dalu hatte kein Alibi und Lara auch nicht. Aber Gnu hat Kaya ein Alibi gegeben. Ich habe mir selber Baso die ganze Zeit angeguckt. Und eigentlich konnte es Basos gewesen sein. Deswegen, wer war es dann? Da dachte ich, Dalu wird nicht so spielen als Impostor. Okay, merke ich. Ich war immer alleine, Lara. Du hättest mich hättest bekehlen können. Ich hättest mich nie gesehen. Wo war es dann immer? Jede Runde habe ich zwei Asteroids geschossen. In den Kommentaren. Hast du die fast eigentlich am Ende fertig gehabt, Dalu? Nein. Ich weiß es nicht. Keine Flirt-Kommentare. In der Theorie hättest du natürlich einfach Annie töten können, Unge. Und dann sagen, ich wende. Ich wäre rausgeflogen dafür. Und du hättest die Runde einfach komplett durchgecarried. Habe ich das schon mal gemacht mit Mäntel. Ja, ja. Aber Mäntel, du kannst hellgut. Ja, ich komme. Ja, ready? Let's go, let's go, let's go. Ich glaube, Impostor werden sie echt schwer haben zu gewinnen. Ich sage einen Döner für den, der als Impostor hier gewinnt. Alles? Ist echt natürlich hoch, ne? Ja, okay. Scheiße. So. Mставляz. Mh, mh, mh... ich... ... ... Komm, komm, komm. Oh, was? So, lass mal Task machen mit Dalu. Ich muss auf der Map halt ultraschwer, man wird sofort ausgeschlossen und ich hätte ein Problem gehabt, wenn ich als letzter dahin gelaufen wäre. Der wird einfach niemals gefunden. Oh, das ist interessant. Hello. Anni liegt in Storage. Das war's. Die war vorhin noch Admin, als der Alarm losging, war sie Admin und ist halt später, sie hat glaube ich ihre Tasks noch fertig gemacht und ich bin rüber gegangen mit... Mit mir. Baso, ja genau. Okay, das wird aber dann wild. Wir kamen aus Admin raus. Also Baso, Sepp, Gnu, Lara schließe ich für den Kill aus. Ja, weil wir alle bei dem... Ich nicht. Also mit Kaya? Damo, du warst mein Schatten und mich nicht. Ja, und als Alarm anging, hast du dir gedacht, ich kapsel mich mal kurz ab und geh nach unten? Ja, ich meine, der Kaya ist ein Fouli. Nein, ich bin zu Admin gelaufen, weil ich dachte, es wäre ein roter Fall gewesen. Und dann habe ich erst gerafft. Das ist einfach nur unfähig. Ich habe gedacht, Admin wäre einer von den roten Fallen, die man ausschalten muss. Und dann stand ich vor so einem doofen Ding und... Dachte ich allerdings auch, als Kaya so abgebogen ist, dass das gerade verpeilt. Also, ähm... Ja, ich war total vorbei. Was ich gemacht habe, ich habe Navigation einen Punkt gesehen. Und drei Punkte in Weapons, oder zwei Punkte, haben mich nach oben gelaufen, weil ich dachte, der liegt vielleicht in Leife. Das Timing war mit Reaktor sehr günstig. Bindurch ich drei durchgelaufen und habe dann auf der rechten Seite in einer Leiche gesucht, da liegt niemand. Sprich... Ja, das war das Admin-Table dann. Ich war zuletzt in Navigation mit Dalu und mit wem noch? Mit wem noch? Ja, aber was hast du für eine Route gegangen? Weil ich habe es geschafft, bis zum Reaktor zu kommen und Lower Engine, bis du im Storage warst. Ja, weil ich habe meine Task gemacht, ich bin ja gar nicht losgelaufen. Und ihr beide seid für zwei losgelaufen und ich finde auf dem Weg die Leiche. Äh, Vlesk? Du warst bei Admin, hast geguckt nach Leichen. Wir sind oben rumgelaufen, die Leiche liegen. Ich habe drei Leute gesehen auf der rechten Seite, bin nach oben gelaufen, weil ich dachte, Navigation ist vielleicht jemand gestorben, aber das... Aber jetzt am Ende, ne? Und da sind zwei tot? Ja, Unger ist tot. Ich bin durch Dalu, Gnu und Kaya gelaufen, nach rechts. Ja, aber nach rechts. Ich bin auf der rechten Seite gewesen, ja. Achso, das war aber noch, das ist lange vor dem Report passiert. Ne, das war während des Reaktors, lange vor dem Report. Ja, aber wir wissen nicht, wo Unger liegt. Weil Anni war nämlich die Letzte im Admin. Unger liegt aber auf keinen Fall bei Navigation. Weil Vlesk hat doch von oben... Das würde ich natürlich auch sagen. Warum nicht? Ne, ich war der Letzte im Admin. Als Killer würde ich auch immer sagen, die Leiche, die ihr nicht gefunden habt, liegt nicht bei mir. Hä? Okay. Von Navigation liegt niemand. Ja. Vlesk hat doch gerade gesagt, Dalu. Was willst du denn hier jetzt gerade erzählen? Ne. Da liegt niemand. Ja, das sage ich doch gerade. Ich rede auch nicht darum, dass die Navigation... Es geht mir nur um die Aussage per se, dass man als Killer nicht sagt, ja, die Leiche, die ihr nicht gefunden habt, die liegt neben mir. Hä? Ich hab doch Anni reportet, Dalu. Was laberst du denn? Du glaub, du verstehst das gerade. Ich glaube, wer redet... Ja. Schreit euch nicht an! Es tut mir leid, Dalu. Ich wollte dich nicht anschreien. Es tut mir leid. Ja. Ja. Ja, wir müssen jetzt... Mann, ich bin immer Sass, aber immer nur bei Dalu. Merkt ihr das? Alle anderen so, ja, okay, cool, cool, runde, cool, alles cool, alles cool. Und Dalu will immer... Matteo? Du hast ne Leiche gefunden. Okay, aber er hat auch... Na, die waren halt auch viele zusammen, ne? So. Vier Sekunden. Der ist ein bisschen vor der Kamera. Die Kamera ist wieder aus. So, die Frage ist jetzt... Wo finden wir Dalu Kurt? Da ist Berzo. Berzo hat mich gesehen. Ist Dalu Kurt hier irgendwo? Man weiß es nicht. Dalu Kurt? Dalu, Dalu, Dalu. Wer ist eigentlich der zweite Killer? Chat? Wer ist der zweite Killer? Das ist geil. Lara? Lara, okay. Dann hoffen wir mal, dass Lara jetzt einen Kill macht. Weil ich habe jetzt zwei direkt in der ersten Runde gemacht. Ich bin immer zu aggressiv als Killer. Ich schlachte immer alle weg. Und dann fällt der Verdacht natürlich auf mich. Ist logisch, ne? Wieso weißt du das nicht? Ich habe einfach nicht geguckt. Auch gerade eben beim Dingsscreen. Ich habe nicht darauf geachtet. War darauf fokussiert, dass ich... So an den Camps ist niemand. Hier ist auch niemand drin. Oxygen. Ich mache das mal aus, aber spät. Drei, vier, null, null, zwei. Wenn Lara jetzt den Kill macht, bin ich sauer. Don't kill, please. So, fiel in Admin. Also das Problem ist, wenn Lara gar keine Kills macht, dann kann ich mir kein Alibi aufbauen. Das ist so ein bisschen meine... Dalu chased mich. Seht ihr das? Dalu beobachtet ein bisschen. So, Basu geht raus. Muss Dalu finden. Dalu. Dalu, Dalu. Ist er bei Engine-Seite? Okay, die chillen alle hier einfach. Okay. Ah, schwierig. Ja, Sepp haben die jetzt mit mir laufen sehen. Oh Mann, muss ich jetzt einen Kill begehen? Das nervt. Lara kommt rein. Okay, Lara darf mich ja sehen. Kaya. Hä? Kaya kam raus und Leper. Warum hat er nicht reportet? Warum hat Kaya nicht reportet? What the fuck? Endlich passiert mal was. Also ich muss sagen, wir machen es den Imposter gerade aber auch echt nicht einfach. Hallo. Wer war der letzte? Ne, ihr wart zu viert in Security gerade, ne? Ja, theoretisch eigentlich nur zu zwei und dann kam wer dazu. Also Lara stand da, Gnu und ich kam rein und am Ende kam Matteo. War das Security oder was? Meinst du? Ich kam. Da liegt die Leiche. Sprich, einer von euch ist da reingewendet. Also ich habe einen Mental an den Camps gesehen. Also ich habe ihn definitiv an den Camps gesehen und ich bin auch hingelaufen. Mit Dalu, du hast glaube ich, Basu war sogar hinter mir tatsächlich. Aber ich glaube, ihr seid in Electrical rein, oder? Genauso wie Dalu es ja gerade erzählt hat. Achso, Entschuldigung. War laut Dalu. Aber nochmal bestätigt von Lara. Sorry, wo Saha gewendet haben. Nein, ich bin ja vorbeigelaufen an Electrical. Also Dalu muss es bezeugen können, er hat mich gesehen. Dalu meinte gerade, dass Matteo aus Reaktor kam, oder? Nein, das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, er kam aus Reaktor, das stimmt. Das habe ich nicht gesehen. Hast du gesehen? Ich dachte, er kam von unten. Ich kam aus Reaktor, 100%. Dalu, ist mit dir eigentlich ein Task-Win überhaupt möglich? Ja klar, ich bin so gut wie fertig genug. Wie machst du das eigentlich, du kleiner Cheater? Ich bin schon lange fertig. Chill voll da schon. Dann haben wir gewonnen. Dann geht man auf Entdeckungstour. Ja, Kaya, komm, schließe ich uns an. Ich habe wirklich, ich habe selber alle meine Tasks erledigt. Ich verdächtige einen Vlesker, weil ich komme nicht auf den zweiten. Hilfe mal. Kaya, dann folgt der Dalu. Ich habe ein Sass auf Kaya. Wieso? Nein. Weil ich dich süß finde. Ach so. Die süßen Mäuschen. Heißt das, dass du mich verdächtigst oder was heißt das? Also ich glaube, Lara stand da schon und sie ist auch an Electric, glaube ich, vorbeigelaufen. Das stimmt. Also wir in Electric, als wir in Kamera reinkam, ich stand Lara an den Camps und Matteo kam als letztes und ich glaube, er kam von unten. Ich glaube nicht, er kam von unten. Nein, ich kam 100% aus Reaktor. Ich habe ihn auf jeden Fall an den Camps gesehen. Ich habe ihn auf jeden Fall an den Camps gesehen. Das wäre auch kein Unterschied für die Theorie von Blesk oder nicht? Ich habe ihn nicht reinlaufen gesehen. Bitte was? Matteo. Wo ist denn der vierte? Der war der vierte. War das Kaya? Was? Sepp, ich bin es nicht. Lara, Matteo und Gnulich. Das Problem ist, wie viele Kills sind jetzt passiert? Drei. Ich habe alle drei gemacht. Ich komme immer weiter in Verdacht. Was ist jetzt los? Licht ist aus. Ach nee, warum denn jetzt Licht aus? Das bringt ja nichts. Weil jetzt haben wir noch Cooldown, wir können keinen Kill begehen. Ja, guck mal, jetzt hängen alle rum. Jetzt haben alle ihre Task fertig und jetzt hängen alle zusammen rum. Und Lara wird einfach, glaube ich, keinen einzigen Kill machen. So, da ist Blesk. Den werde ich aber nicht töten. Ich will jetzt Dings entgegenlaufen. Dalu. Und zwar, wir sabotieren jetzt das Licht, damit er das Licht anmachen will. Und dann killen wir ihn. Oder will er es nicht anmachen? Wo ist er denn? Nein. Hey, dann passt's Gwyn. Wer warst du denn jetzt? Ja, ich? Gnu, hä? Auf Mad Base Game. Lara, Matteo, oder? Ja. Warst du? Lara, Matteo? Ich dachte, Blesk und ... Lara, hast du nicht so Bock gehabt oder so? Ich hab Dalu grad gekillt. Ach so. Aber das war so schwer, weil die ganze Zeit Dalu und Gnu sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen und sind die ganze Zeit ... Ja, das ist echt dann blöd, glaube ich. Es wird schwer. Das Geld ist echt kacke. Wir sollten wechseln. Ich hab schon gemerkt, dass ein Sass auf mich hatte, Dalu. Und ich hab die ganze Zeit versucht irgendwie eine Möglichkeit zu finden, jemanden zu töten, aber andauernd waren drei Leute auf dem Haufen. Wie soll ich das denn machen? Also erstmal bin ich nicht absichtlich mit Gnu rumgelaufen. Ich glaub, das ist dann blöd von dem Potsdam. Gnu hat sich an mich rangehangen. Ja, du bist das Mutterschrift. Ich war fertig mit den Tasks und ich dachte mir, guck mal, wie der Profi das macht. Also, alle Kills bis auf Dalu hab ich übrigens begangen. Und es war super schwer. Oh, deshalb hat ein bisschen gedauert. Ja, weil ich die ganze Zeit immer nur Gruppen gefunden hab, tatsächlich. Hast du dich nicht wenden sehen? Also, ich dachte eigentlich, Kaya war's. Du hast mich wenden sehen. Ich hab nur was anderes erzählt, glaub ich. War das schon mal? Ja. Ich wenden sehen, aber... Ich hab so wenig irgendwie den Blick auf die Wends, weil ich nie davon ausgehe, dass jemand in den Raum rein wendet, wenn ich drinnen stehe. Ja. Deswegen guck ich da nicht drauf. Das Problem an der Map ist, wenn die Tasks relativ schnell durch sind, dann laufen Leute halt nur noch zusammen rum und machen nicht mehr. Ja, das stimmt. Und dann hat man kaum eine Chance. Ich finde, auf der Map trifft man sich generell halt auch voll oft, weil es halt nur drei Wege gibt so an sich. Und Polos ist halt ein bisschen offen. Wechseln? Ja. Nee, also, das Problem ist daran, wenn wir auf der Map zusammen rumlaufen und Double Kill machen, dann schließen die sofort aus, wer's ist. Double Kill auf der Map geht gar nicht, finde ich. Wollen wir die Map wechseln? Ich würd schon wechseln, ja. Lass uns mal wechseln. Die Epsilon-Map? Die Epsilon-Map? Ja, gerne. Lass die Epsilon-Map machen. Okay, Showdown. Okay, let's go. Was hattest du gesagt? Ah, ist raus. Das Geld hat man sich echt satt gesehen. Warst du schon mal Impostor? Noch nicht ein einziges Mal. Ja, aber auf der Lava Map kannst du was machen. Auf Geld findet man die Leichen immer. Oh krass. Ich dachte nämlich vorhin, du warst das. Ja, da muss man aber nicht sagen. Ich hab Simon rumgebracht und ich hab den einfach eine Stunde lang nicht gefunden. Das war... Ja. Ich hab eben sich gefunden. Naja, aber trotzdem warst du in der ersten Runde... Aber in der ersten Runde gab's nur drei Verdächtige. Ja, genau. Nach dem ersten Niveau. Nicht Karl und ich. Genau. Das wird super schnell eingegrenzt. Ist das Europe oder NA? Warte, vielleicht hab ich den Code falsch. Ist NA glaub ich, ne? Ne, eigentlich nicht. Aber das war ein Test für euch. Okay. Guter Test. Das ist nämlich der richtige. Testbestand. Aber da hätte man drauf kommen können. Ja. Kann ich mir drauf kommen können. Ich hab Schwierze gelöst und bin schon die ganze in der Lobby. Warte. Hallo, ist der wieder falsch? Nein, nein, der ist richtig. Nein. Nein, der passt nicht. Wieder nicht verstanden. Genau, weil der weitere Test nicht bestanden wurde. So, okay. Ist Y Map oder die Y Map? Genau. Also ich bin safe. Wieder kein Imposter nächste Runde. Kaya, hast du die Map schon mal gespielt? Ich hab die noch nicht gespielt. Ich hab die noch nie gespielt, ne? Okay, also. Aber ich bin, ich bin offen. Ich bin auch super bad auf der Map. Kaya, ich bin am Anfang in der letzten Runde mit dir mitgelaufen, weil ich dein erster Kill sein wollte. Aber du warst es nicht. Ich warte auch noch auf die Runde, wo Kaya es wird, weil da freue ich mich schon drauf. Ganz ehrlich, Krumit ist so viel entspannter als ein Poster. Finde ich auch, um ehrlich zu sein. Der erste Imposter-Junkie. Voll entspannter als ein Poster ist echt schwer. Also, wenn Simon oder wenn Kaya, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne auch in der Runde. Dann erklären wir alles so gut, wie es geht. Was ihr auf jeden Fall wissen solltet, ist, alle Vents sind miteinander verbunden. Das bedeutet, man kann wirklich überall hinspringen, von überall aus. Okay. Und es gibt ein paar Aufgaben, die sind ein bisschen strange, aber die sollte man schon rausfinden. Das ist einfach nur so Sachen sortieren oder irgendwie klicken. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Wir fuchsen uns schon rein. Lass einfach starten und dann wird das schon. Wenn der übrigens Imposter ist, sagt er euch immer nur was Falsches. Das stimmt. Ich hab kurz eine Frage, weil in der letzten Runde hab ich alle meine Aufgaben gemacht und ich soll einfach nur am Leben bleiben? Oder was mach ich denn? Und rausfinden, wer der Killer ist. Genau. Also, wenn du deine Aufgaben fertig hast und du kannst chillen, dann würde ich mir jemanden suchen, dem du vertraust. Und mit dem einfach ein bisschen chillen und gucken, ob du andere ausschließen kannst oder so. Wenn du Tasks fertig hast, kannst du eigentlich immer mit mir rumlaufen, weil ich hab immer noch welche. Ich würde auf keinen Fall mit einer rumlaufen. Ja, einfach Aufgaben machen, bisschen die Augen offen halten, gucken, wer dir entgegenkommt, bevor du irgendwo reingehst. Genau. Und dann sagst du so, ah, Matteo kam grad raus, da liegt ne Leiche. Oder mal die Kameras mal benutzen oder an der Atmen-Table gehen. Die gibt's hier gar nicht, ne? Genau, stimmt. Hier gibt's keine Kameras, richtig. Are you ready? Let's go, let's go. Aber die super unkomplizierten Locks, die sind auch toll. Blablablabla. Ich weiß grad nicht, worum es geht, Chat. Aber verhalte euch bitte respektvoll und freundlich, so wie wir es immer tun, ja? So, ich muss jetzt den Chat leider wegdrehen. So, das war jetzt in der letzten Runde auch überhaupt nicht die Schuld von Lara, weil es ist auf der Map einfach super schwer, Kills zu machen, wenn viele Leute zusammen rumlaufen. Ich hab halt versucht, die Kills zu machen, die möglich waren, deswegen, und wenn Lara sagt, die anderen waren die ganze Zeit zusammen, dann kann man halt nicht viel machen. So, okay, wir gehen in die Cafeteria. Hier stirbt man halt auch leider oft, weil wenn man da ist mit dem Killer, dann denkt er sich, oh ja, da schlachte ich mal rein. So, das ist jetzt B1. Und wie gesagt, es geht hier wirklich nur ums, wenn er mich jetzt absticht, ne? Okay. So, haben wir drin noch eine? Ne. Wir haben da unten eine Task. Ich weiß gar nicht, ist es hier diese... Space... Ah, da muss man die Sachen abschießen, okay. Oh, hier zu sterben ist auch mega ätzend, weil da wird man auch nie gefunden, einfach. Was macht Simon da? Der läuft ja die ganze Zeit im Kreis, oder was macht er? Äh, Unge tot in... Oh Gott, wie heißt denn das? Oh nein. Äh, Cafeteria und Vles kam mir entgegen vorher. Wieso hat Vlesk seine Richtung geändert? Oder war das mental? Fuck. Ähm, warte mal. Wer ist denn gerade alles in der Cafeteria? Also das ist rechts unten. Echt? Also Lara, du hast da gefunden. Also Lara, du hast da gefunden. Das müssen zwei auf dem Balkon sein und einer an der Cafeteria. Was ist der Balkon? Da, wo man die Asteroiden abschnappt? Um, Cafeteria unter der Cafeteria. Und genau da bin ich. Und ich mache gerade die... Das ist geil. Wo ist das? Genau da. Nee, 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 ich wollte... Ich wusste nicht, wie das heißt. Aber ich mache gerade der Asteroiden-Quest. Ich kann das nochmal... Ist da noch jemand bei dir? Ich stand vor... Ja, das ist nämlich das Problem. Wo? Entweder habe ich Lara gesehen, wie sie reportet hat. Nee, ich habe... Ja, ich habe Unge gerade gefunden. Aber Vles kam mir vorher entgegen. Aus Cafeteria. Aber das ist... Okay, Vles, erklär mal, was du da gemacht hast. Was? Okay. Ich glaube eben, er war's nicht. Okay. Warte, sorry. Was ist hier passiert? Wo bist du gerade? Ich glaube, wir benutzen das Second Screen. Ah! Ja. Er macht den Matteo aus Runde 1. Ja. Die Lost-Karte zieht aber bei Vles gar nicht. Hey, hey, hey. Pst, 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 pst. Dann gibt es Unge und weiter den Wetterballon gemacht. Ich bin da oben gelaufen. Lara ist an mir vorbei. Und ich stehe jetzt oben neben Anni am Atmenpendel. Aber Unge war noch am Leben, als ich da oben gelaufen bin. Ich schwöre. Hm. Ich würde auch gerne sagen, dass ich auch gerade in die Cafeteria gelaufen bin. Genau. Und ich habe noch Lara gesehen, wie sie mir gegenüberlaufen wollte und dann wieder zurückgelaufen ist und reportet hat. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Warum? Weil ich bei Balken den Task gemacht habe. Und dann bin ich halt... Ich wollte halt wieder raus das Cafeteria. Dann kann ich nicht gewinnen sein. Dann hättest du mich vorstellen, weil ich war schon... Lange vor, Linda wieder am Atmenpendel. Ein paar Infos. Wer waren denn die vier, die die ganze Zeit im Reaktor waren, oben links? Das geht dich gar nichts an. Ich hab was drin. Carlo war drin. Ich. Sag es nicht, Leute. Sag es nicht. Sag es nicht. Es sah ein bisschen so aus, als hätte Lara da den Kregel gemacht und wollte gerade weglaufen und ich kam hier entgegen. Von Kaya. Ich wollte erst... Ich wollte halt gucken, ob links noch was liegt. Wollte rechts hoch. Und dann habe ich den Report-Button gesehen und bin ein Stück nach links gelaufen. Lara, sag mal Banane, bitte. Banane. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Also ich sage, Blesk war das nicht, weil er würde einfach wegwenden. Aber du bist auch Cafeteria. Er würde einfach wegwenden. Ja, aber ich hätte doch... Warum soll ich sagen, dass ich da unten bin, wenn es keiner weiß? Also Blesk ist mir auch entgegengekommen, aber das ist super lange her, dass Blesk mir entgegengekommen ist. Ich kann es nicht gewesen sein, weil dann hätte Lara schon lange den Body finden müssen. Schon lange vorher. Ich war ja unten im Balkon. Er liegt ganz links. Nein, du warst nicht Balkon. Ich war da alleine. Ich bin da lang gelaufen. Ich bin doch sogar durch diese Schiebetür gelaufen. Ja. 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 Aber das müssen wir gleich nochmal rausfinden. So, Dalu. Macht er wirklich da eine Task? Ja, sah realistisch aus. Sepp geht an Admin. Blesk kommt hier raus. Was hat er hier gemacht? Wir machen Upload und Sterbe jetzt. Die werden alle zum Reaktor Meltdown gelockt. Das heißt, ich stehe alleine hier und bin das perfekte Opfer. Die Frage ist nur für wen. Blesk ist hier. Der läuft mit mir mit. Blesk läuft mit Anni nach oben. Das merken wir uns. Wir machen diese Task und dann checken wir oben nochmal, ob einer von beiden tot ist. Wenn ich Blesk dort finde, dann muss es Anni gewesen sein, außer es wurde wild gewendet. Das ist halt immer das Schwierige an dieser Map. So, Anni lebt noch. Wo ist ein Blesk? Hä? Oh shit Dalo, Alter, ich hab grad richtig verwirrt. Aber der Spot ist geil, oder? Also wenn du da warten willst, ist der geil. Ich hab grad gedacht, wo immer? Und dann standest du da in der Mitte? Ja, das ist ein richtig guter Spot, um zu warten. Und der Spot ist auch super. Das sieht scheiße aus. Ich bin Konnamination runtergelaufen. Die Hälfte liegt in der Tür drin. Also die wurde grad gereinigt. Die andere liegt unten drunter. Ich hab ne kleine Frage. Anni, du bist oben Blätter machen gegangen oder so, ne? Nee, äh. Oder Blumen? Ich hab Blumen gemacht, recht sehr. Du bist Blumen. Okay, wer ist dann noch bei dir so? Ich. Kann ich entlasten. Anni kann ich entlasten. Anni kann ich entlasten. Anni kann ich auch entlasten. Aber ich kann den anderen bei dir nicht entlasten. Wozu muss der entlastet werden? Wozu muss der entlastet werden, der oben ist? Matteo? Ja. Wo kommst denn du so her? Ja, da bin ich dabei. Matteo, was hast du gemacht? Ja. Ich kann euch sagen, was passiert. Ich bin Vlesk und Anni entgegengelaufen. Oben bei Atmen. Bin runtergelaufen. Hab die Drähte gemacht. Bin dann wieder hochgelaufen in den Raum, in dem Anni drin war. Weil dann hättest du mir entgegenkommen müssen. Bin ich dir. Wahrscheinlich. Nee. Ich bin nicht gewendet. Vlesk, hast du Matteo gesehen, wie er da hochgelaufen ist? Ja. Vlesk, wo bist denn du gerade? Ja, Matteo war ja auch beim ersten Spiel der Cafeteria. Und Vlesk ist am Atmenpanel. Den hab ich verstehen sehen. Ich kann hier eine Person des Cafeteria. Zwei Leute waren Reaktor, glaub ich. Und irgendwo anders war man auch bei. Ja, aber Vlesk und Anni, ihr habt mich ja gesehen, als ich runtergelaufen bin, oder? Matteo, ich blende dich komplett aus. Ich weiß nicht, wo du bist. Kann ich verstehen. Würde ich auch gern. Ist aber schwer. Ja, danke. Also, Dano, du hast einen Report. Und deswegen hast du diesen Lautsprecher da. Ja, genau. Hast du Gnu, also Gnu ist die Leiche, wo liegt die denn? Ähm, wenn du die Kontaminationszone runterkommst, in der Tür unten. Diese beiden. Ja, aber das ist halt ein Vent und der geht halt überall hin. Und Dalo hat auch mit mir den Reaktor deaktiviert. Ich glaube nicht, dass er da mit mir hochgesprinte. Wir sind auch beide hochgegangen. Da war ja noch... Ja. Also, Sepp, ich bin da ganz normal hochgelaufen. Weil du bist von oben links aus der Ecke gekommen. Nee, das stimmt nicht. Da kann man auch hinwenden, tatsächlich. Naja. Kannst immer hinwenden, ja. Hab ich Sepp auch schon für dranbekommen. Ja, das ist ja das Ding, Dalo. Ich hab seitdem du mich da drangekriegt, das achte ich da wie ein Schießhund drauf. Ja, aber... Schieß ihn ab. Nein, nein, nein. Lara, was war eigentlich deine Task für diese Runde? Das ist falsch. Diese... Oh Gott, keine Ahnung. Ich war beim... Schöne Spice-Mira-Runde. Keine Ahnung, hast du gesagt? Lara, hast du gerade gesagt, keine Ahnung? Oh! Gott! Du hast gesagt, keine Ahnung. So, zwei Leute haben mich gewartet. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich würde das nicht merken. Aber ich würde es nicht glauben, dass sich zwei Leute gewartet haben, Matteo. Sepp, ich würde dir zustimmen. Das stimmt wahrscheinlich, ja. So, jetzt bin ich bei Sepp unter Verdacht, weil er sich verguckt hat. Und weil Vlesk und Anni nicht aufgepasst haben. Das ist natürlich Premium. Das heißt, wir brauchen ein 100% Alibi. Das holen wir uns von Kaya. Wir stehen jetzt hier mit drin. Bleib bei Kaya. Kaya ist diese Runde mein Schatten, beziehungsweise ich bin sein Schatten. Wir brauchen ein perfektes Alibi von ihm. Er muss mich die gesamte Runde decken und dann muss jetzt ein Double Kill passieren. Es wäre geil, wenn Stalu... Oh! Kaya läuft wieder hoch. Wäre natürlich jetzt sehr unangenehm, wenn Kaya ein Poster ist. Aber er läuft schon zu den Tasks... Oh! Er hat aber nochmal korrigiert. Warum korrigiert er, wenn er eine Task ranläuft? Oh! 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 Das kann doch nicht sein, dass Matteo jetzt raufgegangen ist. Also ich habe einen Report angesehen. Ich war gerade auf dem Weg zu Leitz und ich habe Kaya weggelaufen von den Leitz. Ich habe vergessen zu reporten. Ich bin einfach ein Noob. Also du bist mir in dem Y entgegengekommen. Richtig. Pass auf. Ich kam aus dem Office. Ich kam aus dem Office. Ich habe diesen ewig langen Upload gemacht. Wirklich. So einen richtig langen Upload. Und Mäntel stand die ganze Zeit hinter mir. Und ich sagte noch, ey Mäntel kann ich entlasten. Der hätte mich schon längst gekillt. So. Und dann mache ich den Upload fertig und dann liegt der tot neben mir. Und ich voll Idiot und reporte nicht, weil ich trottel. Ich habe es einfach vergessen. Ja, aber du warst links gerade. Fast vom... Ja, ich bin vom... Mäntel liegt im Office. Mäntel liegt im Office direkt. Ich weiß, dass das jetzt total scheiße ist. Jetzt lass doch den armen Kaya in Ruhe. Er hat vergessen zu reportet. Jetzt macht man nicht den. Ich glaube, dass dem Kaya... Ja, der Kaya hat den doch vergessen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Lara Self-Report ist, weil du halt während dem Download halt reinwenden killen und wieder rauswenden kannst. Lara, du kamst dem Y entgegen? Ja, ich habe Lila gesehen und ich habe mich auch gewundert, warum du wegläufst vom Licht. Hey, hey, hey. Jetzt, Lara, nicht hier gegen Kaya shooten. Der hat es einfach vergessen. Richtig. Ja. Was hast du reportet, Lara? Was? Ich habe einfach einen Reaper-Button gesehen. Was hast du reportet, Lara? Und wo liegt die Leichte? Was hast du reportet? Direkt vorm Licht im Office. Also ich schließe... Wenn wir das jetzt mal kurz weglassen, dass Kaya die Leiche weggetreten hat. Ja? Also für den kill davor schließe ich Bazo aus. Aber warum... Nee, Vlesk will jetzt. Vlesk übernehmen. Ich will ihn gar nicht. Ich würde, dass Dalu redet. Nein, ey. Okay, also ich schließe Bazo für mich komplett aus, weil... Also jetzt klar, man hätte mich töten können, ist immer die Standard-Ausrede. Aber der Spot, den ich ihr gezeigt habe, wäre insane gewesen. Da hätte man mich nie gefunden, außer es wäre nochmal Reaktor gekommen. Sepp hat hart auf Matteo geschossen. Also ich glaube jetzt nicht, dass du es bist, Sepp, sondern genau andersrum. Du hattest ihn da wirklich... Du wolltest ihn da verdächtigen. Also ich schließe für mich persönlich Sepp und Bazo aus. Einfach nur als Gefühl. Weil ich bis jetzt bei keinem einzigen Kill dabei war, außer bei dem in Kontaminationen, wo ich die Leiche reportet habe. Lara hat Ungere gemacht. Ist Lara? Sind es Lara und Kaya? Nee, Dalu und... Hä? Bin ich besoffen? Dalu hat mich ja gekillt. Also hat er echt diesen ultradreißen Kill begangen? Oder ist Kaya auch Imposter? Ich raff's nicht. Ich will jetzt... Wen will ich beobachten? Kaya oder will ich Dalu beobachten? Hier oben ist niemand. Wo bin ich? Ist hier jemand drin? Ah, ich mach Task. Scheiße, ich muss Task machen, ich Idiot. Sorry, Chat. Ich raff' gar nicht. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Logisch. Dalu wartet hier mit Kaya. Was ist das? Was ist das? Was macht der? Hä? Ja. Das kann nicht sein, das ist das zweite Mal, dass jemand neben mir stirbt, während ich eine Aufgabe mache. Ich weiß, dass ich mir denke, ich wär's, aber ich schwör's euch. Ich schwör's euch nicht mehr. Ich bin's nicht. Also Lackensamm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal von der Leiche weg! Kaya, nee, 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 warte mal. Wo ist die Leiche? Da ist so geil, ne? Weil sie eben neben mir lag, als ich die Aufgabe gefinished hab, eben den Laboratory, dieses Steine sammeln. Und du hast wieder nicht reportet. Nein, ich hab diesmal reportet. Nein, Semp hat reportet. Ich hab kurz zugeguckt, ich hab kurz zugeguckt, wie du auf der Leiche standest, weil ich mir gedacht hab, okay, vielleicht ist es ja gerade passiert. Moment, Moment, stopp! Ich glaub nicht, dass Kaya... Semp, jetzt hör auf! Nee, 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 ich erklär nur, ich erklär nur, dass... Ich hab auf Report geklickt und ich bin's nicht, oder wie? Nein, Semp hat reportet, er hat das Megafon. Wie anlag hier das wäre, wenn Kaya's erste Imposterrunde auf Mira HQ ist. Nein, ich bin der Imposter... Kaya, wieso hast du dich denn dann nicht mehr bewegt? So als Imposter würde ich mich jetzt bewegen, wenn ich da jemanden getötet hätte. Also du standst eiskalt auf der Leiche, so als wenn du sie abdecken würdest oder so. Genau, nein, also ich hab... Das ist die zweite Aufgabe, die ich gelöst hab, neben mir wurde jemand gekillt. Und du siehst ja, außer ich glaub bei Weapons, siehst du ja nicht, wer um dich herum wuselt. So. Und ich hab diese Steine, ich hab diese Steine da sortiert und dann die Aufgabe ist erfüllt und dann liegt neben mir wer... Irgendwas Grünes. Äh... Flesk, glaub ich. Flesk, glaub ich. Flesk, und in dem Moment, ich panik, ich seh dich, Sepp, ich drück auf Report und du hast, glaub ich, eine halbe Sekunde schneller als ich auf Report gedrückt. I swear. Oder hast du mich gesehen, wie ich ihn gekillt hab? Nee. Nee, hab ich nicht. Wieso bist du denn auch... Glaubst du, ich würde den killen und in aller Seelenruhe einfach die Task zu Ende machen? Vielleicht ist es gerade erst passiert. Aber das ist... Also ich kann mir schon... Gutes Argument. Nicht bis... Aber der erste kill davor war krasser. Wenn du wirklich wegrand bist. I swear to me. Vor Locker... Also vor dem... Vor dem Decontamination. Und dann, als das Licht ausging, bist du wieder zurückgelaufen in Decontamination. Weiter, Lara, du bist... Du bist für mich halt ein bisschen sus und ich wollte nicht mit dir alleine sein und ich bin lieber mit Basel in die Schleuse rein. Ich sag so Kaya. Ich bin nicht weggegangen. Ich bin nicht weggegangen. Ich bin nicht weggegangen. Ich bin nicht weggegangen. Genau, Leute. Ihr Schweine, ihr alle. Ich bin es nicht. Kaya ist es nicht, Leute. Wir müssen warten, so ne? Wir haben Kaya gewohnt. Nein! 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 Ihr Schweine! Wirklich ihr Schweine! Und dann Nummer zwei. Ich? Nein! Kaya war's. Ich hab's gesehen. Ich war's nicht. Das werdet ihr noch bereuen. Oh man, ich hätte auch... Ich hätt's auch geil gefunden, wenn Kaya bis zum Ende drin geblieben wäre. Das wird ne gute YouTube-Runde. Aber er muss jetzt auch noch gewinnen. Muss jetzt auch noch gewinnen. Mit wem ist er denn? Holy shit! Hey! Bist du böse! Das war so lustig! Das war so fucking lustig einfach! Dalo, deswegen hast du Lara nicht verraten, als sie mich gekillt hat. Dalo, einfach immer direkt neben Kaya alle umgebracht. Wer sollte mich verraten? Bist du ne Sau! Der stand auf der Leiche! Na, man war die ganze Zeit zusammen, haben wir sie nicht gevotet. Nein, Kaya ist nicht verstanden! Er lief weg von der Leiche! Ja, aber ich... Aber Dalo... Kaya, es tut mir leid. Hast du alle zwei killst? Ja, ich hab immer gekillt, als du an der Task war, hab ich den gekillt, der neben dir stand. Also Dalo... Das wäre so ne erste Film-Runde gewesen, als sie bei 30 Sekunden gelogen ist. Also Dalo, an deiner Stelle würde ich jetzt zusammenschneiden und direkt an Netflix schicken, als Making-Murderer Staffel 3. Das war ja... Also wie krass... Wie krass kann man einen reinreiten? Du warst eine vertrete Alibi, Kaya. Was? Obwohl Wes gesagt hat, Lara ist gestorben. Dann ist er gestorben. Und warum hat er keine Ahnung gemacht? Ja, weil Kaya so verrächtig war. Deshalb sagte ich ja, Lara ist für mich stark. Aber diese Leiche, die direkt bei ihm lag, das konnte nicht. Nein, das war einfach... Der Erste war echt Noob. Und der Zweite war Sepp eine halbe Sekunde schneller als ich beim Report. Ich glaub dir... Also... War ja auch so, ne? Also... Ich hab dir das auch geglaubt. Aber es war so unwahrscheinlich. Und Dalo musste den ganzen Weg bis zum Wendt erst noch laufen. Ey, ich muss die Chat... Ich muss die Witze aus dem Chat laufen. Habt immer keiner. Irgendeiner stellt sich daneben. Ich komm aus dem Wendt, schlag den ab und renn wieder weg. Weil das Fenster, das war so klein für den Killer, der zum Wendt gelaufen ist. Weil ich hab da kurz vorher noch hingeguckt. Also Dalo war auch nicht da. Ja, es hätte übrigens Lara noch sein können, aber... Wer fehlt noch? Ah, Mensch. Das ist so lustig. Guck mir noch... Also, Kaya, es tut mir wirklich leid. Armer Kaya. Dalo, wo warst du die ganze Zeit? Ich hab dich nie gesehen. Ich war immer in den Schächten. Immer in den Schächten. Ich kill dich als erstes, Dalo. Du Schweine-Schweine. Ich kill dich als erstes, Dalo, auch wenn ich nur zurecht bin. Nein, Kaya. Ich wollte dich sogar im Leben halten. Ich hab immer gesagt, du bist nicht schlimm. Warum? Ja, ich hab mich auch nie verdächtet. Ja, ich hab mich auch nie verdächtet. Um halt den Verdacht eigentlich komplett von mir wegzulenken. Ich hab mich aber auf mich zu lenken, du Schweine. Echt, ey. Voll gemein. Moment, Lara, Vlesk, hättet ihr nicht gehabt? Ich hab dir geholfen. Du hast Männchen gekillt. Der Einzige, daneben ist Hassler. Ja, und ich hab Vlesk, der ist immer schlecht. Der Einzige, ich verdächt dich dann. Ja, danke. Da war nur noch ich übrig, als ich den ersten Kipp gemacht haben müsste. Als ob ich Witze von Mots klaue. Ich find die eigentlich ganz cool. Ich find die eigentlich ganz cool. Ja, die ist auch cool. Die ist irgendwie lustiger, find ich. Boah. Chaos, ja. Okay, ready. Das war eine wirklich geile Runde, ohne Scheiß. Zieh mich schmutzig, Dalu. Ich wünsch dich. Das ist richtig dirty. Ja, das war eine dirty Runde. Ich bin leid. Arme Kaya, der macht bestimmt nicht mehr mit, jetzt. Also Dalu, für mich bist du als Mutterschiff gestorben. Ich war kurz eine Sekunde auf Kaya. Und hab, für mich sag's auch, als hätte Kaya getötet. Es sah ja auch wirklich für alle so aus. Sogar für Kaya. Ich glaube, Kaya dachte sogar eine Zeit lang, dass er einfach der Mörder ist. Und er weiß es nicht. Er weiß ja gar nicht, wie der Imposterbildschirm aussieht. Der war ja noch nie Imposter. Vielleicht dachte er, wenn er Task macht, sterben Leute neben ihm. Und so spielt man Imposter. Könnte ja sein. Unge und Les bleiben stehen. Gnu bleibt stehen. Wollen die mich verarschen? Ich laufe jetzt wieder zurück und such die Leiche. Lara kommt. Les kommt zurück. What the fuck? Ah, Les hat nochmal gecheckt. Les als Crewmate. Ja, Moin. Diesmal nicht. Haha. Ja, wir sind alle an die Admin-Task gegangen. Ich bin weggegangen, weil ich mir schon wieder gedacht hab, Unge killt mich immer als erstes. Das Schwein. Und diesmal bin ich an den Cast her rangegangen, hab das Fenster direkt geschlossen. Schritt zur Seite. Er killt. Müsste Andi gewesen sein. Also ich hab gesehen, dass Unge gekillt. Ich hab es gesehen. Und diesmal war nicht die Schuld. Ich bin da jetzt. Du, ich, Unge. Also, ich hab's nicht gesehen. Aber war es ein Double-Kill? War jetzt ein Teilhaut tot? Nein, da ist nur einer gestorben. Wer war da alles? Hallo? Ich war da. Gnu, Unge, Anni, ich. Aber da war noch jemand. Ja, einer war. Ja, Bazo war auch noch da. Aber. Der Mord war das Blümchen. Kaja, wo warst du gerade? Ich bin grad nur happy, dass ich es nicht war, Unge. Ich bin, ich bin den Reactor. Ich hab Unge gesehen das letzte Mal zwischen Locker-Room und Communications. Und der war ziemlich schnell. Und ich bin ziemlich schnell rausgegangen. Und ich hab mich noch gewundert, wie schnell der da hingekommen ist. Das war alles. Kann jemand Baso decken? Wo war Baso? Ich war auch noch im Rahmen. Ich war ja mit dabei. Okay. Und Sepp, wo warst du? Ich bin grade Leitz und hab noch gesehen, wie entweder Gnu oder Lara in Admin reingegangen sind. Lara? Richtig, kanns nicht sein. Ich war ja oben. Lara ist tot, ne? Ich glaub auch, dann hat Lara gefordert. Ja, aber sie ist dann noch grade in Admin reingelaufen. Also, ich weiß noch, wo Lara war. Ich weiß noch, wo Lara war. Ich weiß nicht, wer abgesnackt hat, aber Unge hat den Kill gemacht. Ich glaube, Lara wurde reportiert, nicht Anni. Wenn die Unge jetzt die Runde steh' ich ganz schön doof da. Eine Information, die für mich ganz kurz wichtig ist, nur ganz kurz. Lara war also auch oben. Habt ihr die auch oben gesehen, ja? Bei Admin in der Nähe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Als das Licht ausging und Unge den ersten Step zu mir gemacht hat, bin ich schnell in Gnu gerannt, in der Hoffnung, dass Gnu abgeschlachtet wird. Aber das Licht war doch wieder an. Ja, danach war das Licht. Dann sind wir zu Admin gegangen. Dann sind alle an die Karte gegangen. Ich hab das Fenster geschlossen, Schritt zur Seite und beobachte den Kind. Ich war live dabei, ja? Aber Lara müsste da auch mit bei gewesen sein. Bei mir, bei mir sahen sie mich aus, als wenn orange oder braun. Guck mal. Also, Leute, ihr kennt mich. Ich dachte erst, dass Dado vielleicht irgendwas anderes gesehen hat. Ich hab das Licht angemacht und wir sind dann zur Admin gegangen. Das wollte ich da überhaupt nicht aus. Stimmt. Da war ich auch noch dabei. Das stimmt. Hast du niemanden getroffen auf deinem Weg? Unge hat's Licht angemacht. Ja, Unge hat's Licht angemacht. Das müsste ein Doppelkill gewesen sein. Glücklich. Ja, weil Lara stand noch unten und du bist mir im Regen gelaufen. Oh, ich liebe euch. Ihr seid die beste Crew. Oh, geil. Ich bin echt wieder, jetzt bin ich wieder heim. Also, wenn Dado jetzt verarscht, ne? Da bin ich richtig sauer wieder. Ich dachte, Bless hätte Lara gerade gemacht. Aber das wäre, glaube ich, zu risky. Weil ich habe ihn ja gesehen. Es wäre also unlogisch, dass er den Kill gemacht hat. Und wenn Lara hochgelaufen ist, warum laufe ich die wieder hin? Habe ich hier eine Task? Nein, habe ich nicht. Was mache ich hier, Mann? Warum laufe ich in diesen Todestunnel rein? Jesus, was ist los? Matteo, sprich ich aus. Ne, ich habe es gerade eben noch mal evaluiert für mich selbst. Also, pass auf. Ich bin ja zurückgelaufen in den kompletten Weg, um zu gucken, ob da eine Leiche liegt im Spawn. Da bist du mir entgegengelaufen. Hinter mir bei MedBay stand Lara, die gerade von MedBay runter kam, hat gewartet. Und ich dachte, du bist einfach an ihr vorbeigelaufen und hast sie einfach gekillt. Aber zwei Sachen müssten dafür stimmen. Lara müsste stehen geblieben sein, noch weitere zehn Sekunden. Und du müsstest halt sehr dreist den Kill machen, weil ich habe dich ja gesehen. Und wenn ich dann wieder zurücklaufe und Lara finde, würde ich ja sofort dich verdächtigen. Sorry, ich verdächtige dich nicht, Bless. Und jetzt komme ich nochmal. Am Anfang stand ich im Gang und da sind an mir vorbeigelaufen Dalu, dann Unge, dann... Unge kann es nicht gewesen sein, er ist doch tot. Dalu, Unge... Den haben wir rausgewählt. Dalu, Unge, Sepp, Gnu, Lara, Matteo zu zweit. Und dann kam erster Rest. Also ihr wart auf jeden Fall zu zweit unterwegs. Ja. Ihr seid 2000 Spawn gelaufen. Dann kommt das ja hin, dass Lara auch mit an das Admin-Table gegangen ist, oder? Ich habe in der letzten Runde schon einmal gesagt, dass ich glaube, dass Lalu Lara reportet hat noch nicht, Anni. Aber das hat irgendwie keiner wahrgenommen. Ja, das war... Vielleicht liegen da beide Leichen, aber deswegen komme ich jetzt nochmal zum Sprechen. Weil ich meine, Lara ist nämlich gerade in den Raum bei mir reingelaufen. Dann wurde quasi direkt reportet, weil wahrscheinlich dann der Double-Kill auch passiert ist. Okay. Also es war wirklich... Okay, Lalu. Also das heißt... Wir sind wieder da. Erste Runde. Das Licht ging aus. Unge macht einen gefährlichen Sidestep. Wir gehen alle zum Licht. Vier Leute. Wir machen alle das Licht an, weil alle auf dem Haufen standen. Vielleicht war Killcoder noch nicht ready? Glaube ich aber nicht. Er hätte da schon killen können. Aber wenn es ein Double-Kill sein sollte, war es vielleicht zu gefährlich. Ein paar Leute gehen zum Admin-Table. Drei Leute stehen dran. Tippen ihren Code ein. Unge kommt ran, weil ich weggegangen bin. Haut da irgendeinen weg. Gnu hat aber gesagt in der Runde. Ja, ich habe gesehen, wie Unge das Licht angemacht hat. Das ist aber Quatsch, weil wir alle auf einem Haufen standen. Aber er war halt mit da, deswegen... Ja, er war mit da. Er war mit da. Ja, aber er wollte das Alibi haben mit dem Licht. Du hast ihn gedeckt. Und du hast ihn auch so ein bisschen protectet, dass das nicht hätte sein können. Ich glaube, das sollte ein Double-Kill sein. Und ich glaube, es ist Gnu. Und wenn wir jetzt Gnu rausschmeißen, haben wir eine richtig geile Runde. Und los. Das wäre eine richtig nice Runde. Ich habe so viele Leute schon gedeckt, die auch im Poster waren. Ja. Das ist echt lame gerade. Also, wenn wir Gnu jetzt rausworten und es geht weiter, dann fliegt Dalu aber, ne? Das ist schon klar. Ja, da bin ich dabei, Matteo. Aber dann richtig. Ja, Dalu muss dann aber voll auf die Planke. Du hast jetzt gerade zwei Leute eliminiert. GG. GG. Stark. 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 Aber ey. Hast du das gemacht? Okay, das war ein 10. Das war natürlich ein Double-Kill. Ein Double-Kill hat mich gekillt. Aber warum hast du auch einen Kill gemacht, Gnu? Ja, weil du gerade gekillt hast, ich dachte, vielleicht hauen wir noch einen weg. Ich war gerade nur mega verwirrt, Matteo, als du dann irgendwas meintest. Ich habe den Kill, aber du hast ja gesehen, dass ich noch im Spawn war. Nein, nein, nein. Also, pass auf. Unge, das war echt bei uns beiden minus 5000 Euro. Ich erkläre es dir bei Twitter dann später, ist egal. Oh, wie schäm ich. Ich habe mich auf der Map so unconfident gefühlt als Imposter. Ich konnte keinen einzigen Task packen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Da dachte ich, ja, ich mache einen Stack. Also, ich wollte mir jetzt eigentlich gerade Hilfe vom Lesko oder Dalu holen als Imposter und wieder eine Geißel nehmen, aber dazu kam es ja gar nicht. Sorry, Gnu. Sorry, Unge, dass ich weggegangen bin vom Table. Also, an die Imposter, bring Dalu um. Nein! Lass mich leben, pass auf. Also, das war krass. Okay, schnell. Nächste. Los, wir müssen lernen. Wir müssen lernen. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich muss die Tasks auf jeden Fall. Check die Tasks. Ich weiß nicht immer, wie die gehen. Ja, ich bin so losgelaufen und wusste gar nichts. Fuck! Mit... Nein! Habt ihr gesehen, mit wem? Habt ihr gesehen, mit wem? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh my Gott. Oh mein Gott. Alter, ich lebe ja noch Oh, wie geil ist das, wenn hier jemand reinkommt? Scheiße, oh, also ich muss, ach Gott, ich verkack das jetzt einfach direkt im ersten Kill, ich weiß es doch jetzt schon, da gibt es hier irgendeinen Vent, da ist ein Vent. So, Licht ist aus. Mann, ich muss Dalu eigentlich rausnehmen. Shit. Sepp wäre ein guter Kill gewesen? Ne, weil Blesk und Anni haben mich ja gesehen, wie ich hochlaufe, dann wäre ich ja der Hauptverdächtige. Sepp wäre ein sehr schlechter Kill gewesen. Kaya. Oh Gott, Kaya. Kaya, so lust wie ich. Scheiße, Mann. Scheiße. So, ist hier jemand? Oh, da liegt... Er hat schon getötet! Er hat schon getötet! Wo bin ich hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Kill, ey! Oh mein Gott! Wir finden jetzt die Leiche von Kaya. Hallo! Oh, Basu ist nicht tot, Basu ist 100% Crew. Ich war mit ihr zusammen. Ich hab gesehen, ihr habt gesteckt, süß! Ey, er ist mir hinterher gelaufen! Ich hab das Ding jetzt gesehen. Okay, wir haben gefunden, Gnu im Reaktor. Mit mir war glaube ich... Ich und Anni. Ja, ich bin hochgelaufen. Ihr seid nach links gelaufen. Ja, weiß und blau stimmt. Anni? Blesk ist auch tot. Als ich den gesehen habe, ist er nach oben gelaufen. Wahrscheinlich liegt der Admin-Pult in der Nähe dort. Ist euch Dalu entgegengekommen? Ein paar Mal. Ist euch... Aber das sind überall Wends, man kann überall hinwenden. Ich hab Dalu zuletzt am Admin-Table gesehen. Bin dann runtergelaufen in Cafeteria. Und auf einmal kamst du mir unten aus Balcony entgegen. Ja, ich bin auch schon nach Cafeteria. Weil ich vor dir gelaufen bin eine Stunde. Oh, vor mir gelaufen. Ich hab mir sogar noch einen Mountain Dew aus dem Ding gezogen. Niemals! Da war ich nämlich dran. Du kamst noch viel später. Was, jetzt hört ihr auf mit nice? Das ist ein Quatsch. Ich hab Dalu grad nämlich auch oben gesehen. Ja, let's go. Dann ballern wir Dalu raus. Let's go. Dalu hab ich auch oben gesehen. Ich bin überzeugt. Dalu! Ich nehm meine Crewmate-Runde hin. Dalu, du warst am Admin-Table, dass du untergelaufen bist. Ja, nein, ich bin vor die Runde gelaufen, Lara. Das kann natürlich sein. Aber ich hab dich zumindest auch am Admin-Table gesehen. Ich war ne Stunde am Admin-Table. Dalu wird unlaut, wenn er es war. Aber habt ihr Vleska am Admin-Table gesehen? Liegt er da oben? Ich glaub, wenn ich Crew bin. Nein! Okay. Also ich geb euch meine Gedanken. Ich geb euch meine Gedanken. Nein, du bist nicht Dalu. Also schmeißen mich ruhig raus. Ist kein Problem. Aber dann löst das Ding. Ähm, zwei Leute hatten sehr komische Laufwege. Zum einen, das klingt jetzt blöd, das ist nur für mich. Lara hat ungefähr dieselben Tasks gemacht wie ich. Lara ist mir ungefähr achtmal begegnet in der Runde. Und jemand, der viel gelaufen ist, ohne Tasks zu machen, ist Matteo. Ja, das stimmt nicht. Wo hast du mich denn gesehen, wo ich keinen Tasks gemacht hab? Ähm, auf dem Weg nach oben. Ich hab geskippt. Wenn ihr alle den gleichen Voten macht wie Dalu, hättest du jetzt auf jemanden gewohnt, hätte man einen Unentschieden machen können. Ja, ich hab geskippt. Warum sollte ich auf jemanden voten? Es können ja alle, die nicht glauben, dass ich's bin, können ja skippen. Ja, dann skipp mal. Dann skipp mal. Dalu, du warst am Admin-Panel, war Vlesk nach oben gelaufen? Nein, ich hatte, einer ist im Greenhouse aufgeploppt und dann bin ich da reingegangen. Es war bei Sepp. Sepp ist aber ganz normal reingelaufen, weil er vorher im Electric war. Und dann ist einer von Cafeteria hochgekommen. Oder soll ich's skippen? Okay. Skippen bitte, Kaya. Würde mich freuen. Wen voten die anderen? Äh, es gibt... Also es gibt eine Fraktion gegen Dalu, aber... Dankeschön. Das ist, glaub ich, mehr Troll. Was nicht Dalu, ich was nicht. Danke, danke, danke. Ich hab nicht gegen dich gerotet. Vielen Dank. Ist er jetzt weg? Auf jeden Fall, die Imposter waren direkt bei Dalu. Also es gibt keine Möglichkeit, es gibt kein Universum, in dem ich Imposter bin und Dalu lebt und ich gewinne oder Dalu gewinnt. Also wir können... Es geht nicht. Es ist unmöglich... Also mit Dalu... Ich kann nicht. Es ist unmöglich. Ich kann nichts machen. Äh... So, hat noch jemand... Es wäre geil, wenn hier jemand seine Task machen würde. Oh! Ah, ist jemand hier drin? Don't know. Hm. Hör ich grad die Dings? Oh ja. Ist das Licht jetzt aus oder nicht? So... Hm. 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 Äh. Jo, Leute. Sieht kacke für mich aus. Ich bin am Atmantisch. Das ist eine Leiche. Ich war's nicht. Ich hab Licht gefixt, als das Licht aus war. War ungefähr zweieinhalb Sekunden aus, möchte ich kurz sagen. Ich renne daneben. Ja. Du bist doch grade Schleuse, ne? Genau. Kann dir da Kaya entgegen? Ja. Okay, dann ist okay. Also... Beziehungsweise... Naja... Ich glaube, wir sind zusammen reingegangen, Arana. Genau. Und ich glaube, ich hab Kaya nicht reinlaufen sehen. Da hab ich Kaya nicht reinlaufen sehen. Aber als das Licht ausging, hab ich ihn von unten so hochlaufen sehen. Und dann ging er da ans Laboratory. Ich möchte noch mal kurz... Sag's mir noch mal ein bisschen. Ich möchte auch kurz ein bisschen was sagen. Ja. Also, pass auf. Ich hab reportet. Die Leiche liegt im Admin ganz oben rechts. In der Ecke. Die Chance, dass man sie reportet, ist sogar noch relativ gering. Selbst wenn man die Admin-Karte macht, würde man nur sehen, wenn Licht an ist. Wenn Licht aus ist, würdest du das nicht mal sehen. Ich war in der Runde davor schon super verdächtig, weil Lara mir das sozusagen mit den Wänden sozusagen unterstellt hat. Ich würde alles dafür tun, jetzt nicht zu reporten, um noch so viele Leute mitzunehmen wie möglich. Ja. Das stimmt. Aber ist das jetzt nicht wieder smart? Dass du selbst reportest? Ja, aber das kannst du ja immer sagen. Aber wenn ich die Runde sicher runterspielen möchte und meinen Imposter-Kollegen nicht alleine lassen wollen würde, würde ich nicht reporten, um die Runde zu gefährden. Ich würde noch einen killen. Es sagt Dennis mal jemanden... Damit darf ich ganz kurz fragen, wer ist die Leiche bei Admin? Äh, Unge, glaube ich. Unge. Unge, ja. Wir sind noch gestorben. Was ich aber nicht verstehe ist, es waren vier Leute in Admin. Die Leiche kann ja auch super lange da liegen. Ich habe Licht gefixt. Die Leiche kann ja gekillt, also man konnte die Leiche gemacht haben, dann Licht aus und dann zu den anderen wenden. Okay, wir waren noch zu dritt im Reaktor, oder nicht? Ich habe da... Ja, du bist aber weggegangen. Genau, ich bin weggegangen. Aber ist die... Ist es... Der Kill ist ja wohl davor passiert, weil wie soll ich denn da... Also, wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube, Baso war es nicht. Genau, Baso schließe ich auch aus. Sepp würde ich auch ausschließen. Aber wo kam Kaya her auf einmal? Aber wo ist Electrical? Das habe ich nicht ganz gerafft. Das ist oben neben Admin. Links neben dem Admin-Ding. In oben rechts und dann links. Also, wenn du nach oben rechts gehst, den Weg nach oben, dann auf der linken Seite. Wo kam Kaya her? Habt ihr die Schleuse gehört, Sepp und Baso? Nee, ich habe die Steine halt länger gemacht. Ich bin der Letzte gewesen da oben und auf einmal stand halt Kaya da. Ja. Und ich war so, hm, okay, wenn der euch in die gekommen ist... Du meinst, wir haben uns vor dem Laboratory getroffen. Da waren wir. Da waren wir. Okay, wort auf hier, wort auf Kaya, wort auf Dalu. Weil du auch Thaspel. Weil Lara hast du auf Matteo gewartet? Also, Sepp und Baso waren es jetzt nicht. Dalu will nicht mit mir reinlaufen. Dalu will nicht mit mir reinlaufen. Oh, ich nehme alles zurück, was ich in der ersten Runde über Dalu gesagt habe. Es tut mir leid, Dalu. Ich sag doch, es kann nicht Dalu sein. Okay, ähm, Sepp und Baso nicht. Ja, Sepp und ich. Und Kaya ist uns auch entgegen gelaufen in dem Y. Ja, dann bin ich wieder runter nach links unten, weil ich mal wieder verpeilt war. Ich bin zuerst sicher. Ja, ja, den einzigen, den wir nicht gesehen haben, war Matteo. Okay, wir wissen jetzt, dass es Mäntel und Kaya ist. Nee. Wieso? Nein, haben wir nicht offensichtlich. Haben wir jemanden rausgewartet? Nee, gar nicht, ne? Nein, haben wir nicht. Wie soll es denn gewesen sein? Und es wäre jetzt noch ein Kill, dann hätten sie gewonnen. Also, ich glaube... Matteo hat probably einen Kill gemacht, ne? Also, da Gabriel jetzt tot ist, Baso ist es offensichtlich nicht. Sepp sehr wahrscheinlich auch nicht. Könnte aber sein, dass er uns entgegen gekommen ist. Nee. Später ist er zugekommen. Dann müssen es Kaya und Mäntel sein. Ja, aber wir haben uns begegnet. Oh, nicht über Theo. Lara und Baso, glaube ich, waren im Doppelpack. Und wir sind uns begegnet auf dem Gang. Ja, ja. Deswegen kannst du den Kill auch nicht gemacht haben, Kaya. Naja, aber er kann noch weggewendet sein. Und dann... Aber... Lara, warum... Wir sind dem Y begegnet? Ich glaube nicht. Entschuldige Kaya. Nimmer Matteo lieber. Das ist volliger Quatsch, mich jetzt zu Worten. Das ist volliger Quatsch. Wo warst denn du gerade? Hä, warum? Ihr seid ja beide. Ja, warum? Ich bin im Admin. Ich steh grad im Admin. Also, warum läufst du nicht zum Reaktor, wenn der Reaktor an ist, Matteo? Ja, weil ich... Warum soll ich ja mitlaufen? Wenn noch ein Double-Kill ist, dann lauf ich nicht mehr zum Reaktor. Also, du läufst mit fünf, sechs Leuten nicht zum Reaktor. Ich wusste nicht, wo ihr seid. Ich wusste nicht, wo ihr seid. Ich wusste nicht, wo ihr seid. Ihr habt Reaktor-Meltdown, Matteo. Wir müssen niemanden laufen, Leute. Ich vote Lara. Nee, ich vote Matteo. Nee, ist Matteo. Nee, Lara kann den Kehl nicht gemacht haben. Wir sind zu dritt da hochgelaufen. Nee. Matteo, das war schade. Und Nummer zwei dann Sepp oder Kaya. Mann, ich wusste nicht, dass sie sofort reporten. Also, ich wusste nicht, dass sie gestackt laufen. Ich wusste nicht, dass sie gestackt laufen. Ah, shit. Bis dahin war es okay. Shit. Ich wusste nicht, dass alle zusammenlaufen. Aber ich musste Dalo rausnehmen. Äh, Killzone aber ganz nice. Und Kaya hat auch gut gespielt. Kaya hat auch gut gespielt. Ah, ich würde es Kaya gönnen. Beobachte Kaya. Hier ist er. Ja, der ist natürlich jetzt. Die laufen nur noch zusammen rum. Er hat keine Chance mehr jetzt. Könnte Licht ausmachen, einfach Stackkill machen. Aber die haben ihn ja schon im Verdacht. Der letzte Kill war halt doof. Ja, ich dachte halt nicht, dass sie zusammen hinlaufen. Er sabotiert. Okay, ich mach mal Licht aus. Vielleicht macht er jetzt den Kill. Aber er weiß, glaube ich, nicht, dass Licht aus ist. Läuft da runter. Er chillt jetzt hier unten. Die Tasks werden durchlaufen. Der Bleske war echt nice, ja. Fand ich auch gut. Oh, wo ist er hin? Ich hab ihn grad verloren. Wo ist er hingelaufen? Basu ist hier alleine. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Wäre ja geil, wenn er einen Kill macht und er nicht gefunden hat. Wer muss denn noch eine Task machen? Ich hab keine mehr. Schon seit zwei Runden. Ich hab eine beim Lounge-Bed. Ja, Dalo lässt bestimmt offen für Kaya. Ich bin zum Lounge-Bed gelaufen. Ich hab, ehrlich gesagt, Schiss gehabt, mich irgendwie zu bewegen. Deswegen bin ich bei euch geblieben. Kaya, ich komm jetzt mit dir mit zum Lounge-Bed, okay? Ja. Dann machst du die Quest und dann haben wir einfach gewonnen. Okay. Let's go. Let's go. Du würdest Kaya jetzt erst dann passen. Kaya? Nee, also... Kabazo und Lara, ihr beide fertig? Ja, ich hatte schon letzte Runde fertig. Hab noch vergessen, was zu sagen. Als ob einer von den Geistern gerade richtig hart rumpimmelt. Das trau ich nur Dalo zu, dass er jetzt wartet einfach. Ja, ich versuch gleich einen Reaktor zu machen. Aber bei Reaktor laufen auch alle zusammen, Chat. Bei Reaktor laufen auch alle zusammen. Ich werd jetzt Reaktor drücken, der Cooldown muss noch ein bisschen runtergehen. So. Wo läuft er hin? Oh Gott, ich save ihn gerade, weil die Task hat er nicht. Die müssen... Er macht die Task. Oh mein Gott, er macht... Es wird ein Task winnen. Weil die machen das nicht, oder? Die müssen ja loslaufen. Oh. Oh nee. Akaya weiß nicht, wie man wendet. Schade. 23 Sekunden. Schaffen die das? Ja, die schaffen das gerade so. Schaffen das gerade so. Scheiße. Jetzt gehen sie hoch. Drücken. Basis schon da. Zehn Sekunden. Ah, das ist das Problem. Kaya kennt die Map leider nicht, oder? Doch, weißt du? O2. Wir können noch mal O2 versuchen. Aber es dauert, bis der Cooldown runter ist. Und die laufen die ganze Zeit zusammen rum. Wir können noch mal O2 versuchen. Das Problem ist, die sind jetzt halt oben. Die sind halt jetzt oben. Die wollen drücken. Ich spamme! Ich konnte nicht drücken. Ich hab's gespammt. Leute, ich bin so verwirrt. Was ist hier los? Ich möchte noch mal fragen, Kaya, welche Quest hast du jetzt noch? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Gar nichts mehr. Sehr gute Antwort. Gute Antwort von Kaya. Ja. Hast du doch gesehen, du hast mich doch begleitet. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich bin nur verwirrt. Weil es halt immer noch nicht durch ist. Irgendwer wartet hier noch. Warum? Ich glaube, wir sollten davon ausgehen. Ja, weil Dalu. Ja, natürlich. Weil er seine letzte Task nicht macht. Absichtlich. Natürlich. Weil Kaya die Chance geben will. Das hat er erst im Poster runter. Natürlich. Und er es spannend machen will. Und deswegen machen die letzte Task nicht. Kaya, wir gehen jetzt in den Reaktor zusammen, okay? Ja, warte nur Absicht, ey. So werde ich eigentlich verdächtig. Ich verstehe das nicht. Das habe ich gemacht. Nee, Dalu. Dalu ist dritter Imposter gerade. Also, Lara hat genau das gleiche habe ich auch gerade gesagt. Wir müssen es spannend machen. Ja, ne? Da laufen wir aber noch ein bisschen rum. Also, laufen wir jetzt. Gucken wir uns noch ein bisschen. Ja, aber nicht mit mir und Kaya, ne? Ihr geht woanders hin. Ja. Ein bisschen aus dem Fenster. Okay. Wir können es ja auch teilen. Dann können wir Kaya noch die Chance geben, noch jemanden zu töten. Ich überlege jetzt gerade. Wenn Kaya jetzt noch jemanden tötet, sind wir noch ein langes Mal. Was wäre jetzt am smartesten wahrscheinlich zu sabotieren für ihn? Bitte in meinen Van einsteigen. Was würde ihm helfen? Würde ihm eher Licht helfen oder eher ein Alarm? Ich glaube, O2 würde ihm am meisten helfen, oder? Weil da gibt es noch die Möglichkeit, wenn die jetzt... Warte mal. So, die laufen runter. Ja, Lights, bring dich. Er ist alleine. Er ist alleine. Mach den Kill, bitte. Mach den Kill. Ich mache jetzt O2. So, jetzt mach den Kill. Nice. Sehr gut, Kaya. Wenden könnte er, wenn er will. Nice. Wo kommt er raus? Ich weiß nicht, wo er rauskommt. Kaya? Wir müssen die Leute jetzt von der Leiche weglocken. Wie kann ich die Leute von der Leiche weglocken? Er muss den zweiten Kill machen. Komm. Let's go, Kaya. Let's go. Lara und Basu sind noch zusammen. Wir müssen jetzt weglocken von der Leiche. Die suchen jetzt die Leiche. Shit! Ich kann nicht drücken! Sie finden sie! Sie finden sie! Nein! Nein! Auto! Oh, wer kann es sein, Lara? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sorry, ich bin schon tot. Aber wie geht nochmal die Kabeltask? Danu, wir bringen dir das noch bei. Mit blau und mit schwarz. Ja, ich glaube, es kann ja nur Basu sein. Nee, eigentlich muss Lara sein jetzt. Nee, Basu. Oder, Kaya? Also, Lara ist vor mir gelaufen. Ich versuche nur die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen, um am Leben zu bleiben. Also, Basu, wenn du das jetzt warst, ne? Also, sagen wir mal so, Lara. Ich glaube, wir wissen beide, wer es ist. Wir wissen es beide. Wir voten jetzt einfach für den Ichling. Und dann spielen wir eine neue Runde. Was gibt's denn da zu lachen? Gar nichts. In wen voten wir denn jetzt? Naja, von Lara natürlich. Gegen Lara? Basu. Lara oder Basu? Oder dich selbst. Nein, Lara natürlich. Wir voten alle uns selbst. Ey, wieso denn gegen mich? Gigi. Wir glauben, dass du es warst, Kaya. Gigi war mega gut. Ey, das war wirklich... Das war total unerwartet. Okay, Ende... Das Ende stand jetzt schon fest, aber davor war gut gespielt. Wirklich. Also, no joke. Sorry, dass ich die Runde in die Länge gezogen hab. Ich hab das mit dem Kabel nicht hinbekommen. Das war doch... Das rote Kabel ging dann nicht an diese gelbe Buchse. Ja, das macht manchmal. Das kann man aufdecken, wer es ist. Kann jedem passieren. Kann jedem passieren. Wie lange habt ihr schon gewusst, dass ich's bin? Ich glaub, er hat die letzten 10 Sekunden... Ja, glaub ich auch. Kaya, weißt du, wie hättest du noch gewinnen können? Du hättest einfach die Leiche... Ich glaub, die letzten 10 Minuten. Bei der Leiche warten, bis der Cooldown fertig ist. Und dann den letzten noch killen. Aber diese diamesischen Zwillinge sind immer zusammen. Ja, ist egal. Ist egal, das Spiel vorbei. Komm, tötest du einen, dann hast du gewonnen. Weil es müssen ja gleich viele Imposter wie Crewmates da sein, da hast du gewonnen. Vollidiot. Wir haben den Reaktor ausgemacht da. Mhm. So tu war das, ja. Also ich war ganz oben und Lara war ganz unten. Für dieses Oxygen ausmachen. Ich könnte noch eine schnelle Runde machen. Oder vielleicht zwei, wenn die superschnell sind. Ja, okay. Ja, okay. Speedrun-Runde? Nee, 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 normale Runde. Normale. Okay. Speedrun-Normale. Ja, dadurch hättest du dich nicht killen dürfen. Aber ich glaub, du wusstest schon, dass ich es bin. Deswegen wollte ich dich dann unbedingt rausnehmen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Warte noch, was haben wir? Admin enter ID Code, fix writing. Mhm. Okay. Mit DH Alu Art. Dr. Alu Card. Ich mache jetzt keinen frühen Kill. Ich will die Runde langsam ausspielen. So. Frage ist, wen nehmen wir jetzt raus? Basis hier, Dallus hier, Ani geht hier hin. Hm. Hm. Okay. Shit. Man. Schon sass? Ja, weil ich ja kurz rausgelaufen bin. Weil ich da kurz rausgelaufen bin. Nein. Ich muss jetzt schon wieder Dallu rausnehmen. Es tut mir leid, Mann. Ich muss Dallu jetzt aber rausnehmen. Ah, der chillt aber da oben voll gut in der Ecke, ne? Oh, warte mal. Okay. Ähm. Ich wollte noch sagen, Sepp ist es nicht, weil er auf dem Scanner war und da stand halt Waiting for Sepp. Ähm. Sepp liegt oben rechts in Laboratory. Links macht Kaya... In Laboratory oben rechts? Bei O2 meinst du, oder was? Nein, nein, nein. Wenn du oben links hoch gehst, dann auf der rechten Seite. Ah, okay. Im Reaktor? Genau, im Reaktor. Im Reaktor. Okay, 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 okay. Also, wie gesagt, ich wollte ihn halt... Ich hab ihn erst mal gesehen, der war ja auf dem Scanner und dann stand halt Waiting for Sepp. Und dann bin ich durch Dekontamination und ich habe wieder diesen Vent Bug gesehen, den Dallu vorhin gecallt hat. Hat es jemand gewendet? Nein, das ist so kurz aufgeploppt, so wie bei einem Kniff von Lagen. Ja, das blöde ist, ey, es ist dann auf jeden Fall... Aber ich weiß, es wäre halt kacke, das jetzt zu callen. Ach so, hast du gesehen? Ja, aber das ist genau das blöde, das ist wahrscheinlich auch, es durchzuspielen, aber mir ist es egal. Ich kann auch Lada rausvoten. Die Sache ist da, du hast du mich unten bei... Kaya macht übrigens links die Task. Ja, ich bin diesmal wirklich nicht der Punkt. Uwe, ich hab dich am Atmen gesehen. Ja, hast du mich da oben in diesem Blumen-Ding wenden sehen? Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Nein, Quatsch, hab ich nicht. Nein, nein, da war ich natürlich auch nicht, bin ich nicht gewesen. Oh Mann. Hä, was? Simon, was sagst du da? Warum? Ich wollte nur wissen, ob einer meiner Crewmates nicht schlecht enden sehe. Moment, wollen wir jetzt, wollen wir das jetzt... Also so blöd das klingt, also ich bin ja immer dafür, dass die Imposter eine gute Runde haben, so und das... Lara schweigen zu lassen ist schwieriger, weil sie ja nicht richtig spielen kann. Ja, was denn, wenn die Imposter einfach versuchen, Lara zu töten? Ach, so meinst du mich jetzt rausvorten, weil ich meine. aber das möchte ich auch nicht lager weil du es weißt es genau mal ja es ist ein imposter der noch nie im poster war schon öfter war weil je nachdem könnten wir sagen ich kann ja das ding ist wenn ich es offensichtlich nicht sehe werde ich halt einfach nichts sagen oder so situation wenn er aber scheiße dass der backholden zweimal versuchen lasst töten wenn sie es nicht schaffen aber du hast jetzt nichts gesehen und vielleicht schon mal lebst und das wäre auch blöd gewesen wenn ich jetzt nichts gesagt hätte und dann einfach gesagt ja also eine gute kaya hat selbst gekehlt und ist weg gewendet also er stand ich habe aufgaben gemacht ich wenden sehen habe ich war es nicht doch hat sie gerade gesagt ein bisschen wenn die beiden im poster ziemlich worten das lustig lager ausgesagt ich bin gewendet ich denke dann noch toll um ehrlich zu sein so gibt es irgendwo eigentlich task tasks ich gehe mal ein vent rein ich check diesen raum in irgendwie nicht wo bin ich hier sind die irgendwo leute kann man jemanden ich habe einen verdächtigen ja sag mal was geht ab so warten wir mal ganz kurz hier will ich nicht rauskommen ist immer ein bisschen kacke hier will ich auch nicht rauskommen ok ich habe einen verdächtigen ja ich bin in admin ja und ich war nur mit flask in admin so und ich gehe einmal um den runden tisch herum weil ich einen vorsprung haben will bevor mich irgendjemand killt weiß ich gehe mal auf distanz so richtig anderthalb meter sehr gut und dann und dann ist er plötzlich weg und er kann ich bin aber hochgelaufen ich glaube kaya war er ist in greenhaus gelaufen der flessen der ist runtergelaufen da kam entgegen wir haben wir sind locker um und dann sind wir hoch in diese schleude lässt man dabei noch jemand aber jetzt was nicht gewinnert die ausgelaufen wo liegt denn die leiche wer ist durch die schlose gegangen les war so und ich ich war die ganze bei lager weil ich eigentlich gehofft dass der killer kommt und ich sehe was ist und nun nicht so kurz stehen geblieben lässt es weitergelaufen in locker und dann sind nur und ich auch gerade an der schleuse ich bin wahrscheinlich einfach aus einer wischen range rausgelaufen können wir sind zusammen gelaufen also ich habe ich bin oben in ich bin oben zu electric gegangen und da war genug und kaya und deswegen konnte ich dann halt natürlich nicht nur und lara dann konnte ich klar nicht töten gut bei grüder stand ja dann bin ich runtergelaufen zu locker um ja wollte ich ja gerade sagen ich bin gerade in die schleuse reingelaufen und am ende der schleuse liegt der daloo oder war ich nicht in der schleuse gerade für mich interessant wer gesagt hat wer da in die schleuse gelaufen war noch nie da noch nie war war so in der schleuse oder außerhalb der schleuse nein da drinnen am ende da drinnen am ende direkt vor der tür oben aber es gibt hat auch in der schleuse und wenn deswegen ist es auch jemand nur rumwenden sehen andauernd aber es ist kann halt jeder sein weil das war nicht nur zwischen die korn und labor und reaktor und es ist überall rum gewendet quasi lässt also du checkst die an die die kommt oder was hat man kult hast du admin pult ok 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 da habe ich noch gesehen ja aber da bist du besorgt mental dass er direkt beim beim wenden wenn er auf die loks guckt ja das wäre unangenehm weil da müsste ich mir irgendwas ausdenken glaube ich er könnte auch aber ja theoretisch könnte am ende als die treisse und nach rechts unten gelaufen so du hättest aber dann würdest du mich nicht sofort blöden und du darfst mich jetzt umbringen ich bin unschuldig wie least will double mentor spielen müssen hier noch leute hin Wird gern, wenn die Leute hinkommen. Ach du Scheiße, sind die alle hier drin? Oh ne, das ist richtig gut. Oh, ja das ist natürlich... Wer lag da? Lara ist jetzt gestorben und wer noch? Lara ist jetzt, just in diesem Moment gestorben. Ich hab die noch nie gesehen, wie sie traut. Ich glaub ich bin an Baso, ich hab Baso reportet. Oder? War das Baso? Rot, ne? War das diesmal Matteo tatsächlich aber nicht. Auch wenn der letzte Runde eventual gewendet hat. Weil der stand gerade mit mir am Launchpad. Wenn Lara jetzt tot ist, wissen wir nicht mehr, wer der Imposter ist. Doch, ich weiß es. Wer denn? Ich hab's ganz, ich hab's richtig süß gefunden, weil der kleine Unge ist hochgelaufen und war dann an dieser electrical Kabel-Task. Stimmt überhaupt nicht, das ist ne Lüge. Hat dafür drei Sekunden gebraucht und ist dann weitergelaufen. Ganz eifrig mit mir und Lara in den Raum hier rein. Okay, das ist ne Lüge. Ich hab mich die ganze Zeit extra selber selber gemacht und ich sag dir, dass das ne Lüge ist, was du gerade erzählst. Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben die Task gemacht, wo man so einen Stein zusammenpuzzeln muss. Genau, und davor hast du dich da oben bei dieser Kabelding hingestellt für drei Sekunden und bist dann direkt weiter gedüst. Da hab ich überhaupt keine Task gemacht. Das Problem ist bei Unge, in der ersten Runde ist er mit mir im Cafeteria und hat am Anfang die Ballon-Task gemacht, einen Kometen. So welcher Imposter stellt sich in der ersten Runde sofort einen Kometen und faket einen Ballon danach? Deckst du ihn gerade, Vlesk? Ja, Vlesk, deck mich nicht, sonst fällst du auch noch auf. Nein, warum ich auch Unge irgendwie verwirkliche? Weil Unge, als ich gesagt hab, ich bin die ganze Zeit bei Lara, hat Unge noch gemeint so, oh, das ist aber assi. Ja, doch extra. Und wer sagt das denn schon? Hey, ich kam doch gerade zu euch dazu, es war ein Gnu war da, Unge war da, dann bin ich da gewesen und es sind Gnu und ich wechsel. Genau, und Unge war auf einmal weg. Unge ist fünf Sekunden später gestorben. War Lara auch da oben? War Lara auch da oben? Ja. Ja, dann kann es ja nur Anni und Gnu sein. Oh Mann, ey. Einer von beiden, einer von beiden. Was ist denn jetzt hier los? Ey, Gnu, wenn du es wirklich nicht bist, Gnu, wenn du es wirklich nicht bist, dann ist es Anni. Dann krieg ich einen Döner von dir. Ja, kriegst du einen Döner, wenn du es nicht bist, das ist Anni da. Okay, ich kann nicht in die Dönerwette mit einsteigen, wenn ich auf irgendjemand wette? Kann ich was Vegetarisches haben? Naja. Gibt da Vegetarischen? Du musst den Döner essen. Also, Kaja, du hast Baso gefunden, aber ihr meint, ihr wart oben im Reaktor zu dritt, oder was? Oder zu viert? Also, ich wusste nicht mal, wer alles da war. Ich hab einfach meine Task gemacht und hab versucht, mich so möglichst fast zu verhalten. Warte, warte, warte. Wleske und Mäntel, ihr wart zusammen? Ja. Ja, zum Launchpad waren wir. Aha, aha. Drei Mal zum gesagt. Äh, drei Mal zum gesagt. Zum Zeitpunkt überlegen. Ich weiß, was es heißt. Ja, aber zehn Sekunden. Voten wir, oder was? Wir müssen immer noch zwei drin haben. Wollt ihr mich voten? Wollt ihr mich voten? Ich vertraue jetzt, dass Simon mal nicht rein... Okay. Wollt ihr jetzt auf Arni? Auf Arni. Oha! Ich hab vergessen zu voten, oder? Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Dann ist es Arni. Noch nicht. Tschüss. Tschüss, Leute. Ciao. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Jetzt chillen die beiden hier unten. Oder was ist das? X-Lights. Ich hab noch sechs Sekunden. Ich kann nicht töten. Dardo ist aus dem Spiel raus. Okay. So, sind hier noch Leute irgendwo? Hallo? Ist hier jemand? Oh, die Tasks gehen ja bald durch. Scheiße, wir müssen bald... Wir müssen killen. Oh, GG. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ey. Unge, es tut mir leid. Dein Problem. Also, Unge hatte recht. Wie kann ich dir jetzt das offensichtlich zur Alibi geben wollen? Soll ich auflösen, wen ich da wenden sehen? Ja. Es war wieder blesk. Ja. Ja. Aber danke, Lara, dass du das nicht gecallt hast. Den Namen... Ja, das wär halt kacke, ey. Ist das, weil du so schnell klickst, oder warum passiert das? Der war ja schon länger drin. Keine Ahnung. Nee, ich meine, weil er sich so Fast and Furious durchklickt durch die Vents. Aber wie ist der Killer Lara passiert? Wie ist der Killer Lara passiert? Ist jemand da? Ja, das kann ich euch erklären. Pass auf. Das war der Kill an mir, Entschuldigung, im Reaktor. Vlesk hab ich wegwenden sehen. Und Mental killt mich. Genau, im Moment. Ich hab nämlich im Event gewartet, bis ihr zu dritt im Reaktor seid. Und als die anderen beiden weggelaufen sind, bin ich raus, hab Lara gekillt, bin wieder rein, sodass ihr euch gegenseitig blamt. Aber wird der Kill-Cool noch nicht resettet im Event? Wie eigentlich? Ich hatte den Down schon. Ich hab nur einen Kill gemacht. Ach so. Aber wer ist denn weggewendet? Vlesk, oder nicht? Vlesk, glaub ich dann. Und dann nochmal, oder? Ich hab den Vents gekillt und dann hast du mich gekillt. Ja. Aber du hättest mich nie sehen dürfen. In der Runde hat mich niemand gesehen beim Vents. Oh, der Vlesk wird halt alt. Ja. Nee, 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 nee. Aber der Kill vom Vents war auch stark, weil du hast genau das erreicht, was du erreichen wolltest. Genau. Ich hab auch extra nicht viel gesagt. Ich hab dann Andi gesagt. Genau. Ich hab euch dann rausfinden lassen, dass ihr da zu dritt wart und dachte, dass einer von euch ist. Aber der assigste Kill war eigentlich ein Dalu. Der war nämlich in der Schleuse gefangen mit mir und ich bin reingewendet und er konnte nichts machen. Er war da halt komplett... Warte mal, Mendel, als du mich eben gekillt hast, war Vlesk daneben dir? Nein, 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 nein. Also bist du rausgewendet? Das heißt, ich hab dich rauswenden sehen. Und dann hast du mich gekillt, oder wie? Ich hab im Wend gewartet. Hab geguckt, dass jeder zu dritt wart. Ja, weil ich hab den Wend gesehen, dass was weggewendet ist oder rausgewendet ist und dann hast du mich ja gekillt. Nee, ich bin nur reingewendet, gekillt, rausgewendet. Nee, Simon hatte recht, oder? Ich hatte ja recht. Ja. Dann kriegst du einen von mir. Ihr hattet beide recht. Geht doch gar nicht. Wir hätten beide recht. Also du lässt jetzt zwei dünner einfach. Okay, ey, das waren wirklich geile Runden heute. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. War wieder sehr schön. War nice. Ich wünsch' euch noch einen schönen Abend. Und ich bin raus. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss.